äh vollbild äh fuck right reinklicken ok ich sollte erstmal was im spiel umstellen hallo krokodil hallo hauptmenü gibt es hier irgendwas cooles ich will die mixtape waffe ich habe mir gerade was für youplaypunkte ok so hallo 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 ich muss nur gerade grafik 60 fps ist ok kann muss ich gleich nochmal umstellen übernehmen ja bei behalten warum reagiert die maus verzögert ok frame rate begrenzung aktivieren auf 75 einfach sichtfeld 90 machen dann kann ich sagen auch hier 60 fps immer ah weiß ich nicht das brauche ich auch nicht so dxr ok sieht aber nicht aus wie rtx zeug hallo chat hallo hallo hat da auch einer von euch dass sich die maus im menü verzögert bewegt egal hoffen wir einfach mal dass es passt statue und maus hm keine ahnung warum hat das hier 700 verschiedene missionen also eigentlich cool dass man so viel einstellen kann hoffen wir freunde chat rat eigenbeschuss im koop oh kann man machen nee danke so hallo 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 willkommen willkommen chat willkommen alle willkommen zu einem neuen stream wir spielen heute far cry 6 gemeinsam mit o saft aber bevor wir damit anfangen können müssen wir jetzt natürlich das intro vom spiel spielen beziehungsweise so das tutorial und so das geht ungefähr grob eine stunde also müssen wir erstmal so ein bisschen rein spielen damit wir dann den koop freischalten können und dann können wir zu weit weiterspielen genau finde es lustig wie niemand deine frage beantwortet achso ja weil es die leute schreibt gerade erst ein alles gut kein stress einerseits will ich den stream schauen aber andererseits will ich selber spielen nächste woche ey gucken wir später rein wir haben gerade keine stories oder so ich und o saft werden sehr viel auf der map machen wahrscheinlich ich habe mit o saft far cry 4 gespielt ich habe mit o saft far cry 5 gespielt ich habe mit o saft far cry new dawn gespielt und ich spiele mit o saft jetzt far cry 6 ich und o saft sind aber richtige far cry bros und deswegen wird es jetzt ab heute gegönnt hallo nefarious willkommen und o saft meint er kann heute so bis 19 uhr wahrscheinlich also können wir heute abend auch metroid dread nochmal spielen das haben wir gestern nacht angefangen aber ich fange wahrscheinlich sogar nochmal neu an damit alle mitgucken können weil gestern nacht waren irgendwie keine leute da oder ist ja irgendwie kacke weil das spiel ist halt mega cool also vielleicht streamen wir dann heute abend metroid dread ja oder wir spielen weiter wo wir fahren ich weiß es noch nicht keine ahnung auf jeden fall wollen wir euch gar nicht alle warten lassen ich hoffe ich wünsche euch allen viel spaß wir schauen jetzt äh im action modus in far cry ich habe keine taste um die cam aus zu blenden warte das muss ich ändern das muss ich anpassen äh ich brauche hier einen ordner genau so und das alles kommt da rein und das nenne ich umbenennen char so und das mache ich stelle ich jetzt noch ein dass ich das per tastendruck ausblenden kann weil sonst äh bin ich ja in cutscenes und sowas über allem drüber und das finde ich doof ähm das hier und char so sieht gut aus jetzt sind wir ready hast du das mit Gnu und Chor gesehen du meinst das das Event von hand of blood ja das habe ich gesehen also ich habe so ein bisschen reingeguckt war krass von den ganzen Kostümen und so auf jeden fall aber gut beginnen wir mit einer kleinen Runde far cry 6 wünsche euch viel spaß mit dem intro was hoffentlich laut genug ist ich mag den Bösewicht aber allgemein die Far Cry Bösewichte sind immer cool Yara ist eine Insel im Herzen der Karibik okay das kann ich nicht so schnell lesen wie es da unten durchrattert okay irgendein Visionär wollte der Präsidente wollte ein Paradies aufbauen Anton Castillo warte wollen wir auf Englisch spielen nein sie bleiben auf Deutsch das erste Krebsmedikament das die Welt je gesehen hat herangezüchtet in unserem kostbaren Tabak verfeinert mit dem reinsten Dünger Viviro ist der Schlüssel zum Wiederaufbau des Paradieses doch unser Paradies hat seinen Preis das werden unsere Gegner nie begreifen Yara hat mich nicht gewählt damit ich den leichten Weg gehe sondern den richtigen und mit neu konzentriertem Fokus muss ich den Dienst fürs Paradies ausweiten wahre Yaraner werden überall auf der Insel auserwählt um genug Viviro anzubauen um die Welt zu heilen und unsere Heimat zu retten diese glücklichen Yaraner werden über eine Lotterie bestimmt sogar mein Sohn Diego könnte morgen eingezogen werden hey Dani und als der wahre Yaraner mach den Scheiß aus mit einem Lächeln Precisamente das ist es was Castillo will genug Politik Lita glaubt ihr die ziehen die wahren Yaraner ein? es sind die Ausgestoßenen Arme Weisen wie wir er bringt die Sklaverei wieder zurück nach Yara davor könnt ihr nicht davon laufen warte mal du bist abgehauen in den Dschungel mit ein paar Guerrieros Libertad jetzt bist du hier um für Clara Garcias Kreuzzug zu rekrutieren komm schon das ist unser Abschied Dani verdammt sag doch was ok jetzt müssen wir glaube ich erstmal auswählen ob wir männlich oder weiblich sind ich möchte die männliche Dani sein let's go mein Name ist falsch geschrieben Dani du kannst Libertad helfen du bist ausgebildet du hättest längst Karriere gemacht wenn du nicht so verpeilt wärst komm doch mit uns Lita ei du hörst einfach nie zu Dani hey wir müssen los ein Boot wartet drinks in Mexico abendessen in Miami Coño scheiß Stromausfälle zu groß für den Stromausfall du bist bewaffnet oh je was ist los bitte ein Wunder eingezogene müssen sich melden helft mit das Paradies wieder aufzubauen scheiße danni wir müssen weg das Boot du kommst versprichst mir Lita sie los Dani Esperanza da dürfen wir spielen irgendwas ist bei der Maussteuerung super merkwürdig ich stelle die mal ein bisschen niedriger auf jeden Fall aber nein ihr müsst die vorherigen Far Cry Teile nicht kennen die Spiele sind immer sehr eigenständig so machen wir das mal auf 60 ja es wird trotzdem leicht verzögert ja wir sind gerade komplett am Anfang wir entkommen jetzt erstmal aus der Stadt wollen scheinbar zu nem Boot behalte die Entdeckungsanzeige im Blick und bleibe außer Sicht um nicht entdeckt zu werden schleichen die Entdeckungsanzeige füllt sich wenn Soldatos Soldat Soldados Maudados dich sehen ist die Anzeige voll blinkt sie auf und du wurdest entdeckt wenn du linke Steuerung um dich zu ducken und Entdeckung zu gehen geduckt kannst du dich außerdem leiser bewegen etwas schleichen und scheinbar haben sehr viele Far Cry Werbung vor dem Far Cry Stream lustig wir gehen einfach ganz leise hier runter alles cool wir wollen da rüber die suchen nach mir wir haben gesagt die suchen nach Dani ich ergebe mich ich leiste keinen Widerstand ich brauch mich nicht ducken okay äh 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 okay der drüben hat mich fast gesehen oh gut der läuft hier lang nein also ob der mich nicht gesehen hat ich bin genau über Tutorials drüber ne äh und ein bisschen kleiner so okay erreiche die Abwasserkanäle guter Wachmann ja der hat so einen fetten Helm auf da sieht man halt wenig wie sieht mich der Panzer ich weiß es nicht so aber schnell hier rüber Schiff um zu rennen ab rein hier fast gesehen worden kann ich äh die Stimmen ein bisschen lauter stellen sorry dass ich nochmal die Option gehe äh ja kann ich ich mach einfach alles auf 70 ach warte ich muss ich muss ich muss ich glaub Radiomusik ausmachen weil die Copyright hat oder sowas war da nicht irgendwas egal wird schon alles passen so Effekte können wir leiser drehen dann können wir das jetzt hier auf 60 drehen weil die reden echt leise ich höre die fast gar nicht so ja ist doch viel besser aus unserer Kindheit und ja das ist die Alexios Stimme aus äh Assassin's Creed Odyssey die deutsche die habe ich auch sehr viel gespielt sehr gute Stimme radios Copyright ok mach ich gleich aus Hilfe wieso kannst du eigentlich hier im Stehen achso ich kann hier auch im Stehen laufen haha ich tocke mich hier ich dachte ich hab das sah so nah aus die Decke ach man peligro alto voltage ok wir können ja einfach lang sprinten ja ja wir werden den aufhalten und nicht bestimmt irgendwie 5 Stunden lang einfach nur mit nem Auto über Leute drüber fahren oder so über werden die Leute aber hier nur hingerichtet schöne Diktatur Diktatur danke dailycam ehrlich dankeschön ja sorry ich bin schaulustig hey was geht ab hallo ich bin Terrorist scheinbar guten Tag kann ich hier was klauen ok ich gehe einfach weiter schöner Tic-Tac-Toe ja irgendwo da oben müsste er sein ach da hinten ist ihm sein Schloss ja irgendwer sieht mich da ach da ist ne Wache dann werden die auch gerade hingerichtet eieieiei scheiße ja aber wirklich wo ist die Polizei verdammt wollen die einfach zusehen wie das Militär uns umbringt das ist die Polizei klar wer Garcia treffen wir bestimmt noch ist bestimmt vom Widerstand dann da drüben ist das Boot lauf ok wir retten oh im Gottesbild gut dass hier echt wenig Soldaten unterwegs sind los weiter Lita wir haben es fast geschafft bitte wir müssen auf dieses Boot Abuela was soll ich denn mit Baseballkarten anfangen hast du irgendeine Ahnung wie viel die wert sind lass uns durch oja Marco du findest so leicht Freunde Dani du bist spät wo ist Alejo er hat sein Ticket weitergegeben an seine Familie Blödsinn Alejo ist eine Weise Alejo wird nirgendwo mehr hingehen na los Marco lass sie aufs Boot vamos guter Mann was soll denn die Scheiße nehmt uns mit grazie gern geschehen Ciarmaco hier mehr hab ich nicht das ist nicht richtig Dani wir sollten kämpfen nicht zu den Yankees fliehen Alejo hat ihr ein verdammtes Geschenk im Athlete wir überleben so wie im Waisenhaus so wie auf der Akademie was war das bitte nein das ist nur ein Pütterboot der ist mir oh nein nein meine sch bevor er elbpräsident wurde ging mein papa gern angeln wir nahmen uns ein boot genau wie dieses und was wir gefangen hatten das ließen wir wieder frei er meinte es geht nicht immer nur um den morgen micho es geht um die herausforderung außer wenn er einen dicken fetten speer fisch fing da war er zu stolz um sowas aufzugeben ich habe heute einen sehr großen fisch gefangen ist nicht wahr ich hab dich gefangen und jetzt bringe ich dich nach hause ich will das nicht mehr papa wir haben keine wahl lass sie gehen sie können arbeiten wie wir machen wahrheit oder lüge wahrheit sie könnten gute arbeiter sein sie könnten helfen beim aufbau des paradies aber wenn du gewollt hättest dass sie leben hättest du nie einen fuß auf dieses verdammte boot gesetzt 13 jahre alt und jäger hat so viel mitgefühl für sein volk diese fische die werfen wir wieder ins wasser was ist da gerade passiert es ist da manche ¡Vamos, vamos! Daddy! 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 Aua. Ubisoft präsentiert. In Zusammenarbeit mit Ubisoft. Ubisoft. Und Ubisoft. Das ist der Strand, Dani. Das ist alles Schicksal. Hier verstecken sie sich. Clara. Libertad. Julio. Verdammt. Julio. Es ist alles hier. Nimm mein Handy. Folge dem Code wie damals, weißt du noch? Hör auf, Lita. Warte. Ich hole Hilfe. No. Gib mir das. Clara wird dir helfen. Verstehst du's nicht? Du bist Fortuna's Nummer eins. Fortuna's Nummer eins. Lo siento, Lita. Eine Produktion von Ubisoft. Parkry 6. Ja, sehr dark der Anfang auf jeden Fall. Alter, ich hab ne Diego Baseballkarte bekommen. Hi. Ja, aber wirklich. Ob Gottes Willen. Hahaha. Es ist strandvoll. Es ist eigentlich ist der Strand schön, aber eigentlich auch nicht, ne? Ist das Schicksal? Ist ganz schön, Bas, Lita. Es ist schön, dass wir jetzt Einziger überlebt haben. Äh, einsammeln. So, jetzt wollen wir noch mal ein paar mehr Leute da sind und wir hier schön am Strand chillen. Hat jemand von euch auch, dass die Maus so dezent verzögert sich bewegt in dem Spiel? Falls ihr's auch gespielt habt. Und ich wollt Radio ausmachen, genau. Das V-Sink an. Äh. Ich glaube, ne. Muss ich mal anmachen. Ich glaube, das ist besser. Ne, hab ich nicht. Ich hab nur den FOV-Bug wie du. Ja stimmt, FOV hat sich jemand beschwert, während, äh, während ich hier am Anfang rumgelaufen bin, dass der noch zu niedrig war. Mach mal auf 100 einfach hoch. FOV sieht aber irgendwie immer gleich aus, ne? Das FOV gesettet immer, wenn du schwimmst, fährst oder so. Okay. Dann... ...schwimmen wir halt scheinbar mit Standard-FOV. Wirst du euch dran gewöhnen, dass das Gesicht in allem drin klebt. Das sieht schon echt... Also, sieht mega gut aus. Was ich hier gerade sehe. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Pfeilsack dahin, zum Widerstand. Warum hab ich keine Munition? Ha! Nein, mein Abendessen! Komm zurück! Wie einfach nur im Kreis über mir fliegt. Hab ich irgendeine Taste, um... ...was zu werfen? Oh. Ich hab auch so sehen B gedrückt. Hier sieht mega gut aus. Okay, äh... Erstmal weglegen. Zack, durchbrechen. Recycling ist irgendwas. Du musst zur Libertad gehören. Raphael, nimm die Sprühfarbe und markier die Wege. Damit werden wir sicher durch die Landschaft zu unserem Versteck entwinden und den Patrouillen aus dem Weg gehen. Blau ist die wahre Farbe unserer Fahne. Nicht dieser Lumpe in den Castillo herumschwingt. Clara. Stimmt diese Clara, die wir im Intro auf dem Poster gesehen haben. Okay, da ist noch ein bisschen Schrott. Scheiße. Wer schießt da? Ich muss... Es muss der Weg sein. Es ist... Ich seh' nicht! Verhält euch! Äh... Duck und leise bewegen. Ja, ja. Mhm. Ah, guck mal, ich seh' den sogar auf der Minimap. Vielleicht können wir immer noch schleichen. Vielleicht hat er vergessen, wo ich bin. Hier sind echt viele Büsche und so. Oh, er hat mich echt aus dem Blick verloren. Ah, egal. Wir gehen jetzt einfach in den Narkapp ran. Was soll ich sonst machen? Oh, ich wollte Narkapp machen. Ja, Munition. Okay. Wir sind so bereit für alles. Ich hab' nicht so viel Munition, dass ich hier wie wild rumballern kann. Noch nicht. Das ist optional. Wie immer. Oh, was ist das? Eine Kiste? Kann nützlich sein. Als ob ne Munitionshose. Wie zieh' ich ne Munitionshose an? Ich hab' halt mehr erfahren. Naja, guck mal. Hier haben wir ja Kleidung. Munitionshose. Du kannst etwas mehr Seitenwaffenmunition bei dir tragen. Oh. Oh. Es gibt ganz viel Kleidung und die haben verschiedene Sterne scheinbar. Okay. Und Waffen haben wir irgendwie vier Slots. Inventar. Sammlung. System. Sieht doch alles cool aus. Ja, da haben wir Pistolen und Maschinenpistolen. Oh, später ne Desert Eagle. Es gibt doch scheinbar einzigartige Pistolen. El Regalo de Clara. Okay, ja. Kriegt man durch Hauptmissionen oder sowas bestimmt. Eine Hose aus Munition. Der fakierte Vogel ist immer noch derselbe vom Anfang, ne? Ich kann noch meinen Auftrag beenden. Ich muss noch mal zurück. Ach, ist da jemand runter gegangen? Ah ja. Gibt sich irgendwie immer noch merkwürdig an die Maussteuerung. Versucht wohl noch jemanden nach Clara. Komm mit. Damit locke ich den Vogel an. Na gut, weg. Das ist mal ein lautes hinlegen. Beute. Wann musstest du in den Busch fallen? Kann ich nicht mal meine Tat begutachten, ne? Ah, egal. Ich habe meine Hauptquest geschafft. Danke, Klaus. Den Support brauche ich im Leben. Zu Libertad gehen, ein Boot stehlen, mich aus Jana verpissen. Kinderspiel. Und jetzt führe ich schon selbst Gespräche. Ah, verdammt. Okay. Warum kommt das so ein channelskeschwein auf mich zu gerannt. Hilfe. Die Insel ist gruselig. Ich mach mal die Mausbeschleunigung an in den Optionen. Vielleicht hilft's ja. Ja. Warte, ich geh gleich mal kurz zum Besteck. Okay, warte. Das ist ein bisschen sehr schnell. So, nehmen wir mal 10. Ja, fühlt sich irgendwie besser an. Kann ich irgendwas mit dem Greifhaken machen? Und mit dem ersten Wurf aus dem Handgelenken einen halben Berg hoch. Wie geh ich hoch? Wie geh ich hoch? Wie geh ich hoch? Ich hab eingehakt. Tutorial sagt mir, ah danke, links klick. Natürlich. Doch, doch. Wirst du nicht alle ihre Wege blau markieren? Zeigst du dein Gesicht, bevor du mich erschießt? Ich bin Dani. Ein Freund von Lita. Silencio. Silencio Bruno. Bist du der einzige Überlebende? Clara Garcia. Antworte mir. Ich fragte, bist du der einzige Überlebende? Ja. Ja, Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier. Das ist, was zählt. Einen Augenblick, Hermano. Ich werde Jara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertat ist nicht die Wohlfahrt, Hermano. Lita meinte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wirst keine Pussy. Du bist weise, sie? Freunde können einem näher stehen als Familie. Vergiss nicht, Dani. Castillo hat dich zur Weise gemacht. Wieso willst du weglaufen? Ich sah, wie Castillo den Befehl gab, ein ganzes Boot voller Menschen zu erschießen. Bringt euch vor diesem Psychopathen in Sicherheit. Wie alle. Wenn die Tyrannei gesetzt ist, ist die Revolution Pflicht. Ein Zitat von Bolivar rettet euch nicht. Das war Pedro Albizu. Willst du Jara mit Bibliotheksausweisen retten? Ich habe eine Liste. Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jara frei von Castillos. Ganz einfach. Einfach. Castillo hat was? 300.000 Leute? Ich zähle sechs ausgebrannte Guerilleros und dich mit einer Kugel im Bein. Du glaubst mir nicht? Ich zeig's dir. Eine Karte. Wir haben diese Insel von unserer Basis aus angegriffen. Eine normale Operation. Eine Vivero-Plantage überfallen, Treibstoff abgreifen und wieder abziehen. Aber Castillos Truppen haben auf uns gewartet. Wir wurden von 60 auf sechs dezimiert. Ihr müsst zurück zu eurer Basis. Ja, aber diese Insel ist von einer Blockade umgeben. Wir haben keine Boote, kaum Ausrüstung und wir werden erst gehen, nachdem diese Vivero-Plantage in Rauch aufgegangen ist. Aber wir sind Guerilleros. Wir kennen dieses Land wie niemand sonst. Von unseren Guerilla-Pfaden weißt du ja schon. Sie wurden 67 von den Legenden angelegt und durchziehen Jara wie ein Netz. Und jetzt gehören sie uns. Sie erleichtern uns Überfälle auf Soldados und bieten ein gutes Versteck, wenn man von der Armee verfolgt wird. Außerdem lagern wir dort Vorräte. Und das stimmt alles noch? Diese Karte ist echt alt. Die ist für Touristen. Ja, sie ist etwas veraltet. Aber es sind alle Regionen, Gemeinden und Wahrzeichen von Jara verzeichnet. Du gewöhnst dich dran. Ich organisiere uns jetzt ein Boot. Ein paar der Anwohner schulden uns noch was. Und du musst Juan Cortes für mich finden. Wen? Jemand, der einen Guerillero kämpfen lässt wie tausend. Okay, wir sagen, wir wollen nicht mitmachen. Und dafür müssen wir jetzt mitmachen. Du weißt, ich bin kein Guerillero? Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Lebe dich ein und gib mir Bescheid, sobald du Miete zahlen willst. Aber wir sind ja zum Ballern da. Ein Pfahlgewehr. Warte mal. Ich habe noch eine Idee. Ich mag es zwar eigentlich nicht im Vollbildmodus zu spielen, aber ich glaube im Vollbild ist mir nichts davon aufgefallen, von diesen Mausverzögerungen. Ich merke es halt im Hauptmenü selbst. Das ist das ekligste Gefühl beim Spielen überhaupt, wenn die Maus sich so leicht verzögert bewegt. Okay, es bewegt sich gar nichts mehr. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Hallo? Vielleicht müssen wir gleich das Spiel neu starten. FAL sagen und nicht Fall. Okay, sorry. Er fand Koop. Äh, sobald Koop freigeschaltet ist. Joa, okay, ich start spiel mal neu. Upsi. Hab's kaputt gemacht. Also es ist so ungefähr grob eine Stunde, bis man Koop hat. Und ich spiel nicht schnell. Also weiß ich nicht, wie lange ich brauchen werde. So, es ist jetzt im Vollbild. Ich darf mal raus. Wirkt nicht wie Vollbild. Koop danach übermorgen. Also für die erste Stunde werde ich nicht den ganzen Tag brauchen. Nochmal versuchen. Versuch zwei. Vollbild. Übernehmen. Hängt sich einfach echt das Spiel auf, wenn ich versuche ins Vollbild zu stellen? Okay, dann gehen wir halt nicht ins Vollbild. Meine Güte. Wenn ich nichts treffe, das Spiel ist schuld. Jetzt ist es im Vollbild. Oh, warum? Okay. Ich hinterfrag's nicht, aber jetzt ist es im Vollbild. Ich muss bis zu einem bestimmten Punkt spielen. Deswegen sage ich ja ungefähr eine Stunde. Es taucht nicht nach einer Stunde ein Menü auf. Hey, jetzt kannst du Koop machen. Das wäre merkwürdig. Jetzt ist es so lange her, dass ich ingame war, dass ich nicht weiß, ob es besser geworden ist. Oh, so viel besser. So viel besser. Okay. Ich merke's doch. Ja. Doch, doch, doch. So viel besser. Quinto. Rang 1. Recyceltes Glas. Okay. Muss ich mit dir reden für die Mission? Hallo? Okay. Wir sollen den Mentor, Yuan, finden. Der einmalige Yuan. Normalerweise mag ich solche Spiele nicht so sehr, aber ich kann mich nicht drücken, weil es einfach Zombie ist. Ach, das wird mega lustig noch. Wir spielen es ja nicht, also, die Story ist da, die Story ist cool bestimmt, aber im Korb kriegt man halt eh nicht so viel davon mit. Wir lüllen einfach mit Ursaft rum und das wird mega. Funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldatstehen. Sieh, verstanden. Ui. Ein Knuder-Guerriller sucht sich seine Kämpfe aus. Schwerte. Ui. Oh, hier ist nicht rutschig genug. Werfe wegstecken. Stecke deine Werfe weg mit Kuh, mit dem Waffenrad. Wenn du den Soldatlos zu nahe kommst, werden sie trotzdem Verdacht schöpfen. Mit Linksklick kannst du die Waffe ziehen. Wegstecken. Mission auf Englisch heißt, you are not of a kind. Auch gut. Okay, und wir sehen auf der Minimap auch rote Kreise, wo Wachen sind. Sollten wir wahrscheinlich so einfach meiden, die Kreise. Ich muss hier trotzdem hier so in der Nähe vorbei. Ja, ja, da drüben. Juan Cortez. Für ne Musik. Nach vorne. Undi! Kann ich dich petten? Jawoll, pette Dog. Du bist so ein braver Hart. So ein braver Hart. Ja, ja, ja. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kiran? Oder Tschetschenien? Die Soldaten können ihn einfach nicht finden. Das ist einfacher für dich. Denn nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine guerrilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortez? Was hat mich wohl verraten, Guapo? Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Si. Ich hab' gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaub ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack. Redest dir ein, ein Held zu sein. Und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortez. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Gugno. Voller Bieder. Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Was zum... Si, Guapo liebt dich. Oh, ein Geschenk. Ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Buono misosios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Nice. Benutze Linksklicke, um blind auf Soldaten zu schießen. Und wie schicke ich meinen Koko los? Ja, die Waffe... Ich fühl mich nicht gut beim Zielen immer noch. Ah, okay. Ah, mein Krokodil, der lenkt sich ab. Ah, komm. Wallern wir halt rein. Mir ist immer noch merkwürdig das Zielen. Hätt mich schon immer nie dran gewöhnen. Oh, wir können uns heilen mit Y. Indem wir ne... Ah, ich wollte schon sagen, warum rauchen wir? Hier oben ist die Waffe kacke. Wie wechselst du meine Pistole? Ah, mit ner 4. Nehmen wir dir ein Auto? Okay, alles gut. Verpissen wir uns, bevor die ganze beschissene Armee hier auftaucht. Ich bin besoffen. Aber nicht so besoffen. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Okay, das Auto können wir nicht nehmen. Können wir mit der Box hier fahren? Ich steig zuerst ein. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur krank. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, wie ruf ich denn? Guapo? Amigo. Guapo. Da ist er. Schließt die Herausforderung mit deinen Amigos ab, um ihre einzigartigen Fähigkeiten freizuschalten. Pette Krokodil. Oh, der hat einen Goldzahn. Mit G kann ich ihm Befehle geben. Hör auf mit dem Scheiß. Wir haben zu tun. Steh auf. Okay. Komm her. Alles wird gut. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Ein paar Mal in dich rein. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, ex-CIA. Ich hab mehr Echsen als deine Oma, Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortez, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Ein bisschen weit hergeholt, meinst du nicht? Manchmal trage ich dick auf und guck mal, wer es mir glaubt. Ich soll ihm folgen. Guapo. Los. Guapo. Planänderung, dann nicht. Pop. Der Plan lautet, in Klares Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Ich hab ne Frage gestellt. Antworte mir gefälligst. Alles wieder gut. Hallo. Achso, ja. Sperrgebiete werden schwer bewacht. Die Soldaten öffnen Feuer, sobald sie dich sehen. Auch wenn du die Waffe weggesteckt hast. Ziele auf Gegner drücke G, um den Angriffsbefehl zu geben. Okay. Pst. Los, Krokodilo. Klopp. Wir haben alle. Ja, easy. Gutes Krokodil. Naja, ein Gewehr. So, und dann haben wir noch da diesen Airdrop. Ja, damit. Stehlen. Ah, es dauert ein bisschen. Aber mit dem Stürke wäre nix getroffen, aber mit der Pistole Aimboard. Ja, mit dem Stürke habe ich ja auf den Kopf gezielt, aber die Schüssel kam ja an. So, gucken wir mal kurz wegen Waffen. Ach cool, wir haben auch eine Karte jetzt. Als Primärwaffe 2 ausgestattet. Achso, ich habe sie ausgerüstet. Ah ja. Gewehr. Gewehr, Gewehr, Gewehr. Pistole. Okay. Ja, genau. Also das hier ist, glaube ich, so die Tutorial-Insel. Und sobald wir die haben, können wir Koop spielen. Und dann haben wir noch das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Das alles. Also machen wir mal weiter. Zieh selber, Leine. Okay, ich war auch. Oh ja. Das Gewehr wird besser sein, auf jeden Fall. Baust du was? Geduld, Dani. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienfaller. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdappten Loch gelandet? Ich warf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, ja. Ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerrier, immer Guerrier. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Regel Nummer 25. Auf zu labern und lauf schneller. Hilfe! Ich liebe das. Nee, ich kann das Krokodil nicht auf ihn hetzen. Ich hab's grad probiert. Muapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in einem geliebten Amerika. Wie er sich einfach umdreht, wenn ich so den Barretel durch seinen Rücken jagen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld da nicht. Wischte Zeit, dass Juan Cortez dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Ach, gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Song. Echte Lebensweise heißt. Oh, okay. Hallo, Bursi. Willkommen. Ich hab später was für dich, wahrscheinlich. Irgendwann. Ich schreib dir dann. Aber keine Grafikkarte. Bevor du dir schon Hoffnungen machst. Ich finde es so krass wie, dass Daniel von Holly gesprochen wird. Dachten gestern alle bei Metroid, dass der Roboter von Holly gesprochen wird. Holly spricht einfach alles in jedem Spiel. Regel Nummer 11. Für die Guerrilla. Heißt Improvisation nicht nur. Mit dem klar zu kommen, was man hat. Sondern mit allem... Okay. Das war ein guter Untertitel auf jeden Fall gerade. Die beste Waffe der Guerrilla ist eine gute Werkbank. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffe. Nichts war ungut, aber dein Sturmgewehr. Regel Nummer 9. Manchmal liege ich alles gezeichnet dann. Der labert aber nur noch durcheinander. ... lassen wie eine reife Wassermelone. Okay. Wie sieht dein anderes Gewehr aus? Mal angenommen, bei dieser geschosse Hema. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Danke. Jetzt sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird seit deinen ersten Schalldämpfer. Ihr macht aus einem Peng. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Ja, die gucke ich mir noch an, die Werkbank. Mach dich mit dir vertraut. Verzarrt. Schachenbaum macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Jahr errichten. Oh je. So. Einsatz abgeschlossen. Der einmalige Joam. Werkbank. So, jetzt können wir mal selber gucken, jetzt wo er nicht nervt. Du kannst Impro-Waffen an der Werkbank mit verschiedenen Materialien verbessern und anpassen. Stimmaterialien von militärischen Vorratslieferungen. Jage Tiere und tausche ihr Fleisch gegen Materialien ein. Okay, und dann habe ich jetzt hier zum Beispiel meine Pistole. Kann da drauf gehen. Und dann habe ich hier verschiedene Mods, die ich freischalten kann mit Schießpulver und sowas. Ah ja, also einfach das ganze Zeug, was ich habe. Und das sind dann verschiedene Munitionsarten oder was? Ich habe gerade hier Giftgeschosse gesehen. Richtet mit der Zeit Giftschaden an. Richtet Explosionsschaden an. Richtet Feuerschaden an. Fügt nicht gepanzerten Zielen schweren Schaden zu. Kann Helme und Schützwisten durchdringen. Panzerbrechende Munition. Oh, guck mal, das wäre doch super cool. Kann man mit allem, alles mit Headshots töten. Munitionsfeld, Mündungsfeld, Pistolen-Mod-Feld. Bewegt sich schneller. Der erste Schuss nach dem Nachladen führt mehr Schaden zu. Die Nachgeladegeschwindigkeit beim Austauschen eines angebrochenen Magazins wird erhöht. Oh, das ist cool. Die Geschwindigkeit vom Ziehen und Wegstecken. Ja, genau. Ja. Ganz viele verschiedene Sachen. Okay, cool. Halt, da unten hatten wir noch ein Auge. Aussehen. Zebra. Ach, das kann ich mit Sprühdosen machen. Solche Skins mir holen. Okay. Ja, nice. Priverwaffe 2. Hallo, du da. Genau, du. Was hast du eigentlich jetzt drauf bekommen? Panzerbrechende Munition, Schalldämpfer und ein Optikfeld. Da kann man doch später bestimmt auch coolere drauf machen. Ja. Ja. Braucht man halt aber dann ein bisschen Zeug. Talisman. Naja, das hängt einfach so an der Waffer als Deko dran. Und aussehen könnten wir halt zum Beispiel so ein Tiger-Skin. Oder so coole Sachen draus machen. Okay. Viel angenehmer, als da so durchgezwungen zu werden. Ich würde eh alles mit einer Waffe machen, gefühlt. Hallo, du hast die nächste Quest für mich, ne? Danni, ich hab große Pläne für dich. Aber zuerst musst du mir was besorgen. Und ich hör dich schon fragen, Juan, was soll ich dir besorgen? Du musst nur wissen, dass du es nicht essen, ansprechen oder in die Hose stecken solltest. Aber Juan, hör ich dich fragen, wo ist denn dieses Ding, das du brauchst? Gehe zum Funkturm und folge dem Pfad nach Norden. Er führt dich zu einem verlassenen Lager im Osten der Insel. Ich markier's dir auf der Karte. Dort wartet meine Kontaktperson. Sie weiß Bescheid. Ach und danni, wenn du das schaffst, dann will ich dir was geben. Weil du mich davon abgehalten hast, mich tot zu saufen. Ein alter Freund hat mir das geschenkt, weil ich sein Leben gerettet hab. Nicht, dass du mein Leben gerettet hättest. Ach komm, jetzt geh schon los. Okay, ich krieg ne, ne Uhr. Und ein bisschen Erfahrung. Annehmen. So, 1200 Meter in die Richtung zum Funkturm und die Kontaktperson von Juan treffen. Ist das ein Pferd? Es gibt Pferde in dem Spiel? Yo. Wetter to redemption 3. Scheiße, ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr gerettet. Ja, so treff ich auf jeden Fall was. Ja, so treff ich auf jeden Fall was. Vorsicht. Mit wem zock ich Koop? Äh, mit O-Saft. Wir müssen aber bis zu der Stelle spielen, wo Koop möglich wird. Attacke! Niemand besiegt meinen Kampf wert. Mit meiner Karte müsste hier irgendwo ein Feind sein. Äh. Hat der einen Raketenwerfer? Du entkommst uns nicht! Kann ich den Raketenwerfer haben? Der hat sich hinter den Baum gestellt und sich... F hier. E. Ah, okay. Der hat sich hinter den Baum gestellt und sich aber selber abgeschossen. Ja, aber wo ist sein Loot jetzt? Ah, da liegt er. Kann ich einen Raketenwerfer jetzt haben? Nee. Pferd? Willst du nicht wegrennen? Danke. Ruhig. Gehör zu euch. Wiii. Auf geht's, Pferd. Auf geht's. Undi, nein. Wir gehen einfach. Undi muss nicht sterben. Undi ist zu nett. Okay, auf 500 Meter. Zeit für Diktatur für Dummies. Kontrollpunkte schränken den Personenverkehr auf Jahre ein. Und zerfetzen wir die Reifen mit ihren Nagelsperren. Naja, außer... Du hast ein Pferd. See, ich hab schon genug davon in der Spenanza gesehen. Sichere Kontrollpunkte. Zerstöre Werbetafeln und zieh zu. Niemand hat sich aus der Asche erhebt. Kontrollpunkte. Achte auf die Nagelsperren. Wenn du schnell durch einen Kontrollpunkt fährst, platzen deine Reifen. Schalte alle Soldados aus und zerstöre die FND-Werbetafel, um den Kontrollpunkt einzunehmen. Ein Guerrilla-Spieler und Fahrzeuge stehen zu deiner Verfügung, sobald der Kontrollpunkt eingenommen ist. Und ja, Bursi, find ich auch. Also Bursi schreibt, ey, ohne Scheiß, du kannst bei dem Game 24-7 aufnehmen und hast nach einer Stunde Material für eine absolute Fail-Compilation. Ich liebe es. Es passiert aber so viel Scheiß immer in diesen Spielen. Aber deswegen mag ich die auch so. Hallo? Sergeant Arias. Okay. Ganz ruhig. Du weißt nicht mehr, wo ich bin. Benötigt Schlüssel. Los, mein Krokodil. Ich kann nicht hinterherziehen, weil das alles leicht verzögert ist. Das ist so schlimm. Okay, mein Krokodil ist, glaube ich, der Letzten. So. Woher kriege ich den Schlüssel? Benötig den Schlüssel vom Kontrollpunkt. Krokodil, hast du einen Schlüssel? Oh, ist die Musik überhaupt so dramatisch? Hände hoch! Ich weiß nicht, warum ich das gerade so lustig mache. Okay. Hallo? Danke. Wo ist ein Pferd? Wer will Tafel zerstören? Ja, ja. Das wollte ich auch noch machen. Warum? Warum? Warum explodiert die, wenn ich da drauf schieße? Egal. Wir haben den Punkt eingenommen. Ich wette, hier gibt es einen Vorratsraum. Und wieder etwas Freiheit nach Linksbums gebracht. Wo auch immer wir sind. Schlüssel. Ah. Kriege ich da jetzt eine Waffe raus? Ein Scharfschützengewehr. Uh. Okay, das kann ich alles hier aufheben einfach. Ah ja. Ähm. Ich möchte nochmal in die Option. Ich finde es nicht auf Yara. Aha. Stimmt. Genau. Ja. Das ist Natur und Maus. Die Zielempfindlichkeit will ich runterstellen. Und das will ich auf ein bisschen höher. Jetzt ist das sehr langsam. Okay. Noch ein bisschen schneller. Das muss perfekt sein. So. Bin auf beides auf 280. Ja. 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 So ist gut. Warum hat das Auto schon einschlusslich an den Scheiben? Ich dachte, das ist neu. Tot, 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 tot. Einfach querfällt ein. Wird schon funktionieren. Aber eigentlich habe ich eine Mini-Map, ne? Da sehe ich ja, wo Wege sind. Ich habe da drauf geschossen. Ich habe gar nichts geschossen. Warte, ich habe den Fluch gefasst. Weiter, Sudani. Finde den Gewehrfahrt und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay. Ich bin unterwegs. Warte, ich so will ich... Ach so. Soll noch ein bisschen weiter. Ich bin gleich hier draußen. Da lang will ich. Das Auto ist gut stabil. Das gefällt mir. Wie sieht das, jetzt wird es nach unten. Hilfe, ich bin im Auto. Ich steige einfach wieder ein. Oh ne, da war mein Krokodil. Das Krokodil hält es aus. So, wir sind gleich da. Hallo, ich habe Radio aus. Ach so, das sind aber nur die Durchsagen, die zwischendurch vom Radio kommen. Ich sehe einfach gar nichts. Ah, ich bin da. Ich reche Ärger. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten Spanischen vor. Sie haben es dort eingeschlossen. Äh, ich habe einen Fallschirm. Okay. Folge Reiser. Ja, warte. Ich muss hier kurz die Kisten lupen. Will doch bestimmt eh hier hoch. Hier springe ich jetzt runter. Wo bist du denn? Sanida. Unglaublich. Unglaublich. Ja. Neue Waffen und Ausrüstung bei Juans Waffenhändler verfügbar. Bezwinge das Regime, um stärker zu werden. Um dies zu schaffen, kannst du Einsätze abfließen, militärische Ziele einnehmen, militärische Vorräte und Ressourcen zerstören und stehlen. Okay. Wie fühlt es sich an, Soldat? Abgereichertes Uran ist extrem giftig. Die radioaktive Strahlung davon kommt nicht mal durch die Haut. Aber geeignet gut für panzerbrechende Munition. Da es extrem dicht und selbstschärfend ist. Böses Zeug. Okay, jetzt können wir sie wieder aufheben. Guck mal, immer wenn ich einen Kommentar aus dem Chat lesen will, muss ich die einfach nur erschießen. Schreckst du gerade so die Ziele aus dem Hals. Gut, lass uns weitergehen. Meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, wie ihm verliebt, an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt deine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachtturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Vorauskundschaften lässt. Er kann uns auch... Was ist los? Scheiße! Was ist los, Scheiße? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachtturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Vorauskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Manche Soldaten sind FND-Doppelagenten und haben wertvolle Informationen für dich. Steck deine Waffe weg, bevor du dich mit ihnen näherst. Schmiere FND-Doppelagenten mit jaranischen Pesos. FND-Depots werden auf deiner Karte eingezeichnet. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Ja, ja, ich hab bestimmt ein paar Pesos dabei. Raisa sagte, du hättest ein paar Infos für mich. Was soll der Scheiß, Dani? Er hätte dir wertvolle Informationen geben können. Komm, wir verschwenden unsere Zeit. Ein Krokodil ist auf. Mach weg. Äh. Also. Okay, wir können aber weitermachen. Warum darf ich den einfach erstrechen? Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine, das richtige Werkzeug für den Job, Ansprache gehalten. Mit dem Telefon? Ah, mit der Handykamera. Okay. Ergibt mehr Sinn. In der Handykamera kannst du die Gegend auskundschaften und Soldados markieren. Wenn du Soldados markierst, offenbarst du ihre Schwächen. Benutze die Werkbank, um verschiedene Munitionstypen für deine Waffen herzustellen und auszurüsten. X holt dein Handy raus. Panzerbrechende Munition. Ja, die mögen alle keine panzerbrechende Munition und sowas. Das hier ist die Alarmantenne wahrscheinlich, die ich wieder deaktivieren kann. Alvarez hat einen Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Okay. Munition nicht regeln könnte. Erstmal gucken, ob ich meine Sniper irgendwie upgraden kann. Hallo, Sniper. Du hast Standard-Munition. Kann ich Panzerbrechende? Ne, ich bräuchte Schießpulver. Kann ich hier was machen? Ne, kann ich nicht. Kann ich da was machen? Äh, ich kann das Sniper-Visier wegmachen. Ja, ne, das brauche ich ja nur. Das behalten wir mal. Was hast du für Skins? Okay. Ah ja, nichts cooles. Ja gut, die hat ja alles die Waffe. Wie benutze ich den? Du kannst jetzt ein Fallschirm einsetzen, den du beim Fallen der Taste drückst. Wie hätte ich damit im Vorlanden sollen? Schleichen. Hast du schon ein bisschen Fakai gespielt, Bursi? Oder warum sagst du mir, dass Schießpulver so rare ist? Wir können doch bestimmt hier da über den Rand reinklettern. Wenn wir irgendwie da hochkommen. Okay, vielleicht doch nicht. Weißt du, dass hier unten sind Gegner? Oh, haben die vielleicht so eine Unterwasser-Höhle? Wo man da... Unterwasser-Höhle klingt auch cool. Da schwimmen wir mal ein bisschen. Sind seit gestern dran. Ich habe auch ein köstliches Game. Ich freue mich auch schon die ganzen Tage drauf. Geheimer Wassereingang ist schon mal cool. Ich wünsche nur, dass das mit dem FOV besser wäre. Dass das nicht so komisch kaputt ist. Okay. Wir sehen einen Raum mit sehr viel Loot. Wie öffnen wir Tür, die verschlossen sagt. Kann man ja scheinbar nicht kaputt schießen, das Schloss. Okay. Insemmel. Krokodilkiste hier. Der Autokrat. Pistole. Okay. Kann ich mir aber jetzt auch angucken, ne? Noch wechseln theoretisch. Da ist sogar zwei Mods schon drin. Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht. Waffenschaden mit gezielten Schaden. Äh, Schüssen wird erhöht. Und hat patzerbrechende Munition scheinbar. Äh. Feuerrad ist gleich. Ja. Oh, ich war 20 mal an der Tür, um zu gucken, ob da man ein Skill und so weiter braucht. Da sind Bretter. Ich dachte mir, das Spiel hat mir am Anfang erklärt, dass ich Bretter kaputt machen kann. Deswegen wollte ich es mal testen. Aber ich habe eigentlich auch schon kommen sehen, dass ich irgendwie 10 Minuten jetzt hier rumschleiche und keinen Eingang finde. Ich helfe euch gerne. Gaming-Tipps bei Zombey. Also seid ihr auch alle durch den Wasserweg reingegangen? Oder seid ihr einfach später da in dem Keller angekommen? Okay, aber ich will erst mal den Alarm kaputt machen. Okay, da ist er. Merkt das irgendeiner? Nein. Merkt nichts, weil hier so wenig Wachen sind. Bestbewachteste Festung. Wer sieht mich? Meine Anzeige sieht mich in die Richtung etwas. Hallo? Ah. Okay. Schwerer Kopf. Perfekt. 20% Gameplay, 30% Rutsch und 50% im Optionsmenü sein. Beschreibt es ganz gut. Aus meiner Karte ist hier noch irgendwo einer. Oh, kann ich die Kanone gegen den benutzen? Nein. Okay. Schön. Haben wir hier alle ausgeschaltet. Kann man durch diese ganzen Türen eigentlich reingehen? Oh, sind echt alles Räume. Okay. Ja. Uh. Da ist unser Lieblings-Elb-Präsidente. Jetzt nicht mehr. Ah, hier wäre auch ein Schlüssel gewesen, ohne den umzubringen. Aha. Habe ich gelesen. Fotografisches Gedächtnis und so. Eins von 143. Klingt ja schon vielversprechend. Ja, guck mal. Und da sind sie. Johann Quartess, Clara Garcia und Liberetat. Hang. Auf der Mauer war ein Mörser, den man benutzen kann. Hier, den habe ich gesehen. Aber der hat ja nicht zu Wachen gezeigt. Ich sehe hier irgendwelche Gefangenen, die ich befreie. Okay. Habe nicht gefragt. Genau. Und hier kamen wir her, ne? Ja. Okay. Dann gucken wir mal in die Wachenkammer. Der Schlüssel bleibt bei mir. Im Kommandoraum hängt ein Ersatzschlüssel. Okay. Haben wir ja. Gegenlaufen? Einfach gegenlaufen. So. Erstmal hier schön looten. Neue Waffe. Ein Schießpulver. Das Uran. Und Uran. Was ist eigentlich mein Krokodil da oben noch? Hätte auch mal helfen können. So. Bei einer Karte ist da noch eine Schatztruhe in der Festung. Sehe ich gerade. Hier. Was ist das? Uranische Trommel. Wir haben es aufgehoben. Nochmal kurz M drücken. Kann man dann irgendwie so ranzoomen und sieht irgendwas? Ne. Die Minimap ist irgendwie genauer. Okay. Kontrollpunkt. Ach, da kann ich Schnellreisen hin machen. Ach, hierhin auch. Oh, gut, dass ich auf die Karte geguckt habe. Das hat sehr viel Laufen gespart. Sehr schön. Hey. Lass dich da draußen nicht unterkriegen. Ich wollte mit dir reden, aber ich darf nicht. Ich bin der Katzin. Das ist Improvisationstalent. Supremo. Supremo. Ich bin der Katzin. Die passen zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Tüfte allein. Viel Spaß, Bursi. Ja, ich auch. Die Pannen spielen. Ein Flammenwerfer. Tostador. Impro-Waffe. Supremo sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kannst du ein, dass du Hunger hast? Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Donny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Meine Camp verdeckt aufgesammelte Gegenstände. Das ist in der Mitte. Mein Munitionsoberteil. Muss mal gucken. Kann auch einfach... Auf die Seite gehen? Warte. So, über der Minimap hier chillen. Ist das besser? So. Benutzt die Werkbank, um ein Hilfsmittel zu bauen. Okay. Supremo. Ja. Hilfsmittel-Mods. Hier gibt es keine falschen Antworten. Supremo Kleber. Okay, nehmen wir die, die günstig sind, wenn ich dir welche gezwungen herstellen muss, oder? Ein Sprengsatz nach einer bestimmten Zeit explodiert. Effektiv gegen Fahrzeuge, Granate, Rauchgranate, Wurfmesser. Boah, ich Wurfmesser hätte ich schon gerne. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo Malgassi zu führen. Nee. Es ist nicht so eine Art Werkbank. Okay. Clara glaubt das. Aber, was glaubst du? Sehe ich aus wie ein erder Pister? Achso, warte. Da war die Cam jetzt nicht. Aha. Ihr, 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 warte. So, wo war ich jetzt im Weg? Hier da drauf und dann... Ah, ich bin durch über allem drüber. Dummes Spiel, was überall Interface hat. Da auch hier wieder auf die rechte Seite. Ihr könnt mich alle... Könnt mich alle gern haben. Clara, es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen. Können mich alle abonnieren. Rechte Seite war besser. Ich schaue dann gleich, wo die Sachen sind. Ich aufsammle und dann bin ich vielleicht ganz oben rechts oder so. Öffne mit Q das Waffenrad und fädel ich Hilfsmittel aus. Wirf das ausgemältige Hilfsmittel. Achso, und wir haben eine Uhr bekommen. Ja, genau. Die ich statt bei einem... Ding hier habe. Tick, tack. Deine allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn du sprintest. Weil ich eine Uhr trage. Dann gibt dir Sinn. Und wir haben hier das hier. Das Munitionstrikot. Die Verteidigung gegen Weichziel, Sprengen und Panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Okay. Und wir sehen so aus. Der Co-Boost-Modus ist jetzt verfügbar. Spiele mit einem Freund oder suche nach einem Partner, um Belohnungen zu verdienen. Osaft? Ich jetzt... Au. Osaft hat um 13.37 Uhr geschrieben, dass er Co-op hat. Und war nur fast 20 Minuten schneller als ich. Ich muss kurz raus tappen dafür. So, ich hole Osaft her. Seid ihr ready? Ich bin ready. Yo, Osaft. Hallo? Ich glaube, er ist gerade nicht da. Aber guck mal, da hängt er schon. Muss ich nur ein bisschen rumschieben. Äh, warum rutscht das so rum? So. Irgend groß darf er da auf der Kamera sitzen. Ja. Einfach hier so drauf. Perfekt. Die Schusswaffen waren sein eigener Wunsch. Ah, hallo. Bin ich schon da? Hallo, Osaft. Was geht? Moin, Leute. Moin. Was geht ab? Äh, nicht viel. Ich musste gerade nochmal backtracken, weil du mir einen Guide gegeben hast, wie ich an diese Gun rankomme. Aber alle, alle Leute wussten nicht, wie man diese Waffe bekommt. Ja, same. Ein Brett wegschlagen ist aber auch. Das Brett wirkt aber so solide, also weiß ich nicht. Ich war auch unsicher, aber ich dachte so, irgendwie am Anfang des Spiels hat es gesagt, ich kann Bretter weghauen. Einfach mal testen. Kannst du mich schon direkt einladen? Ähm, bestimmt kann ich dich einladen. Parkway 6 macht mit Freunden noch mehr Spaß. Spiele mit einer anderen Person mit oder lade sie ein, um gemeinsam Missionen abzuschließen und mehr Belohnungen zu erhalten. Oh, let's go. Verdient Moneda, während ihr zusammenspielt. Mit einem Freund spielen. Äh, Captain Roblox. Yes, das bin ich. Invite to Game. Äh, jo. Da sag ich nicht nein. Hallo? Captain Roblox ist beigetreten. Das Spiel ist nicht mehr angehalten. Dein Partner ist gespawnt. Tritt bei. Hat das die Mademoiselle genommen? Amigo-Fähigkeiten werden verbessert. Aha, Gegenstände. Aha, aha. Nice. Hallo. Guten Tag. Hast du doch einen weiblichen Charakter genommen? Ja. Ja. Haben wir wenigstens beide. Haben wir Diversität, wie man so sagt. Ist wichtig. So, du siehst jetzt, siehst du jetzt auch, dass hier oben eine Quest ist? Wo? Ja, da oben die goldene, ne? Das war auch eine, da hab ich aufgehört. Ah ja. Hier, genau an der Stelle. Okay, und wenn ich jetzt mit der labere, was passiert dann? Siehst du auch das Menü, wo die mich zulabert? Nö, 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 das seh ich nicht, aber das Icon ist verschwunden. Okay, folge Julius Beispiel und zerstöre das Viviro-Gefangenenlager. Ah, ne. Let's go. Let's go. Was einfach ultra geil ist, diese Pferde sind einfach giga-strong. Sind sie? Ich hab, ich bin nur ein bisschen... Du kannst mit den Pferden einfach so durch Zäune durchrennen. Okay, dann brauchen wir ein paar Pferde. Die sind halt wie Autos. Äh, wir müssen hier hoch. Äh. Was oft? Ja? Hilfe. Wo willst du? Ja. Hä? Wo hier? Guck auf den Minimap, das blaue Zebo. Komm mal her. Ja, 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 noch ein bisschen weiter. Noch ein Stückchen weiter, ja. Hallo. Aber unten ist auch bestimmt was, oder? Ja, komm her. Hier ist eine geile Höhle. Was? Jo, hier ist einfach eine geile grüne Höhle. Die da wieder rausführt. Da hast du was richtig Geheimes gefunden. Ja, hat sich gelohnt. Boah, und das Gunplay ist so scheiße bisher. Ich treffe mit meiner Pistole wenigstens. Ja, ich habe auch die Pistole vorhin einfach nur benutzt gehabt. Kann ich mit aufs Pferd? Ist mein Krokodil gerade überritten? Nee, kannst, kann ich nicht. Warte, war das nicht bei... Mann, komm mal klar! Nein, nein, nein! Oh Gott! Wenn ich absteige, das Pferd ist one-hint. Hallo, was ist das? Ich brauche ein Pferd. Du meinst, du meinst, du meinst, du meinst, du kriegst nicht. Ich hatte vor kurzem nochmal in unser Far Cry 5 Video reingeguckt. Da habe ich ja irgendwie ein bisschen was von dem Anfang aufgenommen gehabt. Das war auch lustig einfach. Ich weiß, dass alles explodiert war. Ja, wir waren irgendwie auf einer Straße, das war ein kompletter Krieg. Stimmt, weil die ganze Zeit immer neue Leute kamen, einfach nur. Ja? Oh Gott, um Gottes Willen. Ja, ich habe irgendwie halt kein Pferd, ne? Also ich laufe mal in die Richtung. Ja, ja, ja. Aber hier ist so eine Seilrutsche. Ich glaube, hier geht es eigentlich mit dem Pferd weiter. Also wir können es gleich mal testen. Äh, du bist da oben? Ich bin hier oben. Ja, hm. Ich bin, ja, ich kann, nimm die Seilrutsche. Ich gehe mir im Fallschirm hier unten lang. Bis ich jetzt so hochgeklettert bin. Ich will lieber ein paar Bäume rein. Haben wir da mit dem Pferd nicht runter? Ne, oh, die Pferde. Die haben halt gar keinen Bock, die Klippe runter zu rennen. Ah! Ich habe gerade heilen gedrückt und meine Finger waren einfach verbogen. Und die hat das Waffen überhitzen können, habe ich gesehen. Danke, Jet. Ach, der Schalldämpfer überhitzt. Der Schalldämpfer überhitzt? Nicht alle Waffen? Du kannst so drei, vier Schüsse, oder? Um Gottes Willen. Oh, ich bin tot. Dein Partner ist gestorben. Ich glaube, du musst mich reißen. Wie, was ist passiert? Nee, du bist weg. Ah, nee, ich bin beide Dreck gespawnt. Hallo. Das ging schnell. Ich bin irgendwie abgerutscht am Berg. Ja, auf jeden Fall kannst du nur drei, vier Mal leise schießen und dann wird der rot und dann ist es normal laut. Okay. Ja, ich bin ja eh nicht so rum. Ich bringe euch Schmerz! Gib die Quellen! Ich bin da! Du hast ja gerade so Raketen reingeballert. Äh, V. Das ist deine Ulti. Scheiße! Aber ich muss sagen, das ist irgendwie geil. Äh, hallo? Sieh bitte auf. Du bist okay. Dachte schon, du kommst nicht mehr. Hallo. Hör zu. Ich will ehrlich sein. Ich wollte das allein machen. Aber Clara hat mir einen Befehl gegeben. Ich kann auf mich aufpassen. Ist mir egal. Sag mal, geht's noch? Der Dialog ist abgebrochen. Kannst du nicht aufpassen? Ist mir egal. Das konnte Lita auch. Sie sollte jetzt hier sein. Stattdessen hab ich dich. Und ich sollte jetzt in Miami sein. Stattdessen sind meine zwei besten Freunde tot. Scheiße, was? Ich hab sie gemacht. Was? Warte, woher hast du einen Helm? Der war hier gerade drin. Na, endlich. Aber dann bricht er die Dialog wieder ab. Ja, hoch. Da. Auf der Hütte. Die Kiste ist offen. Hallo? Kriegst du die nicht? Ah, ich... Okay, jetzt. Das sieht richtig awkward aus. Ich bin auch gerade nicht weggekommen. Hey, warte. Hab ich den Helm einfach so bekommen? Mach ich was bei dir, wenn ich mich so umguck? Ich hab neue Schuhe. Munitionsschuhe. Ah, okay. Dann ist es vermutlich einfach immer... Gibt so eine gewisse... Ja, du machst so... Klimmzüge. Okay, ich weiß nicht. Ich mach immer einen Arm weg bei mir. Ich weiß nicht, wie's bei dir auch. Komm, ah, okay. So, komm, reden wir mit dem Dude jetzt. Er hat's verdient. Ja, ja. Kannst du auch den Dialog starten mit ihm? Äh... Nö. Du gibst das Problem. Nein? Okay. Nö. Scheiße. Du bist wirklich gekommen. Okay. Und ich sollte jetzt in my army sein. Du bist wirklich gekommen. Wechselts hier mit der Pist. Waffenstillstand. Genug geredet. Schritt 1. Oh, je. Hilfe! Ich bin verletzt. Wir werden nie weitergekommen. Alles wird gut. Ich will da nur außen posten. Ich will von dieser Insel runter. Also, genug geredet. Es gibt hier einen Skilltree, ne? Okay. Also Stand zumindest, als ich hier reingekommen bin, dass ich irgendwie Fähigkeiten verbessern kann, aber ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja, wir sind ja irgendwie noch halb im Tutorial. Und noch wichtiger. Ich bin bei Kovac so falsch im Komplix. Er ist fertig. Oh, nice. Ja, ich will den Flammenwerfer aber wieder weglegen, weil ich will meine Sniper haben. Hast du die nicht? Äh, doch, aber da ist der Flammenwerfer ausgerüstet halt. Ah. Woher hab ich... Woher hab ich eine Gasmaske? Hä? Ist von der Quest, glaub ich. Oder? Same. Okay. Und Tregowolz. Ah. Wenn du brennst, werden die Flammen automatisch gelöscht. Ach, wir sind... Wir kriegen das Flammenwerfer-Ausbild. Ja, du hast ja auch geholfen. Okay. Ähm. Muss ich das ausrüsten? Also, irgendwie... Oh, ne, okay. Geht anscheinend so. Reicht schon. Ja, warte ich. Wir können dem Dude einfach folgen. So. Aber ich geh mal davon aus, dass wir jetzt wieder was anzünden müssen. Ja. Ich hab jetzt auch mal das Outfit genommen. Okay. Hör zu, Julio. Lita war wie eine Schwester für mich. Sie hätte nicht auf diesem beschissenen Boot sein sollen. Sie ist deinetwegen gestorben, Rohan. Mann. Keine. Okay. Lauf. Er hat mich grad beschuldigt, dass deswegen die Schwester tot ist. Ja, ja. Ist dir überdramatisch hier. Wenn ich nur statt ihr am Strand gestorben wäre. Soll man nicht so einen Aufstand machen, der Kollege. Aber ich find's immer geil, wenn man so Leuten hinterher gehen muss. Was weiß der? Ja. Es reicht. Hör zu. Wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift nissen. Wir werden so lange für alles brauchen. Okay. Let's go. Wenn wir das gemeinsam durchziehen wollen, musst du von dem Gift nissen. Du meinst den Scheiß, den sie auf diese Blätter sprühen? Der offizielle Name lautet PG240. Aber wir nennen es das Gift, weil es deinen ganzen Organismus fegt. Versuch es nicht einzuatmen oder auf die Haut zu bekommen. Es kann dich verrückt oder krank machen. So richtig krank. Und wenn dich das nicht umbringt, dann der Krebs, der es in dir wachsen wird. Scheiße. Du bist also von Militär? Schafschützen? Nachkampf? Was ist dein Ding? Ich kann gut mit knacken. Kannst du nur sprinten eigentlich? Nö. Weil wir dem ja hinterherlaufen müssen. Aber Guerrilleros brauchen welche, die immer zu ihrem Stil passen. Aber es ist auch genau so weird, dass man in dieser Intro-Mission nicht springen durfte. Dürfte man nicht? Nö. Wir sind gar nicht auf die Fallen. Mal sehen, womit wir es zu tun haben. Oh, du hast ein bisschen vorgepusht. Let's go. Ah, wenn man weit genug weg ist, darf man sprinten. Cool. So, da ist eine Werkbank. Das brauchen wir noch nicht. Nee, ich spare meine Mets erstmal. Weil du hier bestimmt... War die Sniper eine Spezialwaffe oder hätte man austauschen können? Äh, man kann alles überall hinpacken, glaube ich. Ah, okay. Dann packst du mein... Sniper dabei. Ja, da ist ein Sniper dabei. Das ist cool, dass man mit der Sniper auch Gegner markieren kann. Sind die vielleicht nicht mit markiert? Warte. Warum eine Sniper nehmen, wenn man auch ein Handy hat? Mit sammeln. Truhe. Ja, die werden auch mit markiert für mich auf jeden Fall. Okay. Muss ich mit hoch oder kann ich hier unten chillen? Du kannst doch... Du kannst doch reinpushen und ich gebe die Rückendeckung mit der Sniper oder sowas. Wird halt nur nichts treffen, weil die Sniper echt kacke ist von den ganzen Aufsätzen. Ja, vor allem, weil du auch so ein selbst bemaltes Visier innen drin hast. Weißt du, das Glas ist so komplett rein und dann haben die es nicht mehr geschafft, ein richtiges X irgendwie reinzumalen. Ich gehe mal kurz an die Bergbank hier und schaue mal, ob ich die nochmal upgraden kann. Ich habe hier irgend so ein Zeug gefunden. Bündungsfeld, Optikfeld. Ich kann ein besseres Visier machen. Achtfachvisier. Let's go. Ja, unten kannst du das sparen und unten das geilere. Ich glaube, unten sind die geileren Versionen von dem Ganzen. Ja, aber das kriegen wir ja mit der Zeit. Ich werde jetzt einfach allgemein einfach erstmal eins. Einfach das hier. So. Kann ich auch einen Schalldämpfer später drauf machen? Ja. Oh, so viel besser. Okay, jetzt kannst du reingehen. Okay. So, sabotiere die Plantage. Ich kann die gelben Gifttanks mit Sprengstoff zerstören. Ich kann die roten Tabakpflanzen mit meinem Tostador niederbrennen. Let's go. Nur primär für zwei. Das Ding. Okay. Äh, ist das der Achtfach-Zoom? Scheinbar. Ach, und unsere Ulti lädt sich einfach mit der Zeit auf? Hm. Oh nein. Oh, hier ist ne... ne Gun. Das war doch ein Headshot. Okay, der war ein Headshot. Hey, war die juckt das gar nicht, oder? Captain Roblox 95. Äh, ne, die merken das scheinbar nicht. Doch, der läuft hier. Oh, der ist explodiert. Der ist einfach geplatzt. Ja, der hat so einen Tank auf dem Rücken. Coole Musik, die hier läuft. Hä? Hallo? Die rennen alle zu mir? Ja, irgendwie schon. Ich ignorier die gerade. Egal, ich messe die einfach nur. Er braucht schon Headshots. Wenn wir auch 18 Mal in den Körper schießen können. Brennen wir alle Spezialträger. Wieder. Oh. Ah, da kommen ein paar hinter dir, ja. Hast du den gerade weggeholtet? Ja. Ich hatte keine Zivilisten. Ich bin einfach nur in die Richtung geschossen. Die ganze Plantage wird hier weggesprengt. Ist das Spiel Copyright? Muss ich noch mehr Musik ausmachen, Leute? Bevor hier der Stream weg ist? Das klingt viel zu gut. Das ist safe Copyright. Das ist safe Copyright. Das klingt viel zu gut. Muss ich Musik scheinbar auch ausmachen. So. Das ist doch eine schöne Mission. Nein, es ist nicht. Ich sag dir nur, es ist nein, es ist nicht, weil ihr die Musik hören wollt. Lass anzummen, ey. Ja, okay. Ist gesampelt? Wenn ihr meint. Ist ja nur mein Twitch-Kanal. Ich glaube, es gibt noch keine Gegner mehr. Ich komme jetzt mal zu dir. Die MCA-Speaker. Einfach nur alles abbrennen. Okay. Ja, cool, dass diese Musik läuft. Ja, aber das gab es irgendwie auch in den letzten drei Far Crys, glaube ich. Irgendeine Flammenwerfer-Mission mit Musik. Ja, ich muss noch mehr zerstören. Ja, bin ich direkt am Anfang. Das stimmt. Ja, ich muss mich die ganze Zeit selber anzünden. Sind sie noch Gegner? Ich glaube, nur ganz wenige. Krokodil? Kannst du nicht? Danke. Ach, wir haben auch Molotovs noch, by the way. Aber mein Charakter schreit gerade einfach nur die ganze Zeit. Ach, du liegst am Boden? Nee. Hä? Nee. Ach so, ich habe unseren Kumpel abgefackelt. Warte mal, ich bin in der Loop, wo ich mich einfach nur gerade die ganze Zeit schreien höre. Nice. Ich schreie halt gerade nicht. Ach, dein Krokodil ist ja auch hier. Wir haben hier zwei Krokodile. Okay. Zeit, die Tanks wegzumachen. Ich sage, dass ich mich gerade selber die ganze Zeit anschreie. Nervt mich ein bisschen, muss ich sagen. Irgendwo verständlich. Wohan? 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 Das ist eine coole Stealth-Mission. Peng. Irgendwo da sind Gegner. Aber wo? Ich komme gut voran. Ah, ich habe ihn gefunden. Komm, mein Flammenwerfer ist gleich leer. Ich habe auch schon ein paar Felder abgefackelt. Achtung, ich heim mich. Oh, nur ein paar Tabletten. Okay, keine gebrochenen Finger mehr. Ja, der kleine O-Saft über der Cam, das ist auf Wunsch von O-Saft entstanden. Zumindest die Waffen. Ich war gar nicht, weil es ist witzig, der Shooter. Kann mir auch noch meine Gun geben. Maximal gefährlich. Der Supremo ist bereit. Da sind Tanks. Ziel abgeschlossen. Am Eingang kommt ein riesiger gelber Truck. Nee, ich habe auch einen gelben Truck und ich fahre mit dem Truck in den gelben Truck. Und ich schieße hinten rein. Okay, let's go. Okay, jetzt schieß du doch meinen Truck. Okay, ich schreibe mich halt immer noch an. Okay. Du kannst ja gleich gucken, ob du nach der Quest nochmal neu connectest oder so. Oder ich töte dich einfach. Schlepp einfach einmal. Ah ja. Warte, dafür muss ich aber meine Handschuhe, meine Feuerhandschuhe glaube ich ausziehen. Ja. Achso. Du kannst glaube ich auch Friendly Fire anmachen. Ja, ne. Kann man in der Option, habe ich gesehen. Machen wir einfach mal, oder? Gameplay. Koop. Friendly Fire ein. Let's go. So, kill mich. Wo bist du? Das ist ganz schön tanky. Yep. Oh. Das hat aufgehört. Bitte schön. So, du kannst mich wieder aufheben. Let's go. Ich schrei nicht mehr. Das ist gut. Aber hier ist noch eine Kiste markiert. Hier oben ist eine Kiste mit Loot. Mit einer Waffe. Die öffne ich gerade. Kriegst du jetzt eine Waffe. Schießpulver. Ja. Die RPD. Ich habe Schießpulver bekommen. Okay, das ist scheinbar auch so ein bisschen random. Aber man Waffen, wo der Schießpulver bekommt. Gibt es einen Ping? Ja. Okay, das ist ein Molotov. Dahin, wo ich schieße. Siehst du? Schau mal, schau mal zu mir hoch aufs Dach. Dahin. In die Richtung. Ja, genau. Ja. Da hinten. Da ist ein Fass zum Aufheben. Geh da mal hin. Zwischen den Hütten. Okay. Soll ich mal hingehen? Da, das da. Ich glaube, das ist aber nur Benzin. Ich glaube, das ist nur Munition für den Flammenwerfer im Endeffekt. Ach so. Das sind vier Magazinen. Genau, das sind einfach nur Flammenwerfer-Magazine. Ah ja. Aber ich glaube, man kann es auch kaputt machen. Ja. Ah ja, cool. Peng. So, das einzige Problem ist, jetzt haben wir unsere Autos kaputt gemacht. Ja, wir gehen beide zurück zum großen Steinturm. Flammenwerfer verbrennen? Kommt ihr bekannt vor? Ein Pferd! Oh, sogar zwei Pferde diesmal. Pferdedrill? Das Spiel gönnt. Warte, ich wollte gerade einmal meine Waffe auf meinen Flammenwerfer jetzt und dieses MG austauschen. Ich höre mir seinen Dank währenddessen an. Scheiße. Du kannst wirklich auf dich aufpassen. Ich will ja nicht sagen, ich habe es dir doch gleich gesagt, aber... Pass auf, wir sollten verschwinden. Das war ein ziemliches Feuerwerk und die werden den Rauch sehen. Wir sind ein gutes Team. Si. Wenn du gut mit Lita konntest, kannst du auch gut mit mir. Nein! Ich habe das Pferd getötet. Wir haben uns im Lager. Doch nicht. Nein, Pferd, bleib stehen! Ich habe es doch nicht getötet. Let's go. Zehn Moneda. Ich habe gerade mit der Kamera nur auf dich gezielt. Ich habe nichts gesehen. Ah ja, da. Zehn Moneda. Moneda kriegt man nur mehr Spiele? Ich weiß es nicht. Klang so. Ich glaube, das ist einfach du. Ja? Ich kann bestimmt Cosmetics oder sowas mitkaufen oder diese Materialien. Wo ist mein Pferd? Ah, da hinten. Äh, okay, ja, ich hätte das Pferd. Höhe? Okay, Zambi. Warte. So. Ja, okay, zeig. Guck mich an. Du musst gucken, das ist jetzt gleich die... Ich mache diesen Metallstaun weg. Stabil. Oh, Werbetafel. Wo? Wo bist du? Wo bin ich? Das ist keine richtige Werbetafel. Ach, da hinten. Ich glaube, die nur mit dem Typen drauf zu zählen als Werbetafel. Da. Da ist der Werbetafel. Ja. Zingurillo-Erfahrung. Das macht das Beste, dass die Co-op hier reingebracht haben. Hier. Wir müssen komplett in eine andere Richtung. Ich habe noch eine Werbetafel gefunden gehabt. Können wir uns noch gegenseitig so wegrennen mit unseren Superpferden? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir fahren gerade in eine komplett andere Richtung, oder? Ich habe noch eine Werbetafel hier hinten kaputt gemacht. Ich komme zu dir. Wir können auch schnell reisen. Aber erst mal ein bisschen reiten. Ich würde sagen, so weit ist der Weg, glaube ich nicht. Mein FOV ist halt ultra kacke gerade auf dem Pferd. Hier. Und ich würde jetzt, dass man auch nur seine Pistole auf dem Pferd benutzen kann und nicht irgendwie sein... Hier, ne? Sein Gewehr. Aber ich habe gerade gemerkt, dass man sprinten kann mit dem Pferd. Das ist schon mal... ein bisschen schneller. Alter, was geht hier ab? Ich habe dich gerettet. Ich wollte gerade abdrängen mit meinem Pferd. Der arme Bauer. Der tragt doch. Ich bin von meinem Pferd... Mein Pferd ist umgefallen. Mein Pferd ist eingeschlafen. Oh, äh? Ja, dein Pferd ist auch eingeschlafen. Echt? Ah. Oh, achso. Der da hinten hat auch mich geschossen. Ne, egal. Fahren wir bitte in der Limo hier. Kannst du, kannst du, kannst du das Auto fahren und ich stehe hier oben drauf? Das war's, aber irgendwas kommt da gerade wieder an. Wir haben ein Krokodil überfahren. Ist der jetzt tot? Da sind zwei neue Pferde. Egal, der fährt Auto. Okay. Alter. Okay. Das ist ein rotes Pferd auf der Minimap. Äh. Entschuldigung, Guapo. Ich bin so, wenn die andere riecht. Ja, fahr einfach nochmal drüber. Junge, dass ich vorhin sehen müssen, wie ich da den Berg hochgefahren bin mit meinem Auto. Ich hab alles überfahren. Die Autos sind sehr robust auf jeden Fall. Ja, die machen sehr viel kaputt. Aber es ist cool, dass man das für den anderen mit einsammelt, alles direkt. Was hat der Typ gerade gemacht? Wäre gerade für einen Framen einfach mit seinen Beinen im Boden. Hundi! Dann kriegen wir diesen anderen Hundi. Warte, hinter dem Brett hier ist was. Ach! Okay. Pistolenschuss reicht. Supremo-Kleber. Nämlich hier, warte. Unter Amigos kannst du gucken, streichel Chorizo auf der Finca Montero. Da kriegst du einen Hund. Und sprich mit Reinando. Also vermutlich in jedem Gebiet kriegst du einfach ein Tier anscheinend. Ah ja. Mit diesen vier Gebieten. Ah ja. Ich hab durch Twitch zusehen, hab ich irgend so ein Hühnchen oder sowas bekommen. Ist das dann nur ein Skin für mein Hühnchen? Ich glaub das ist nur ein Skin fürs Hühnchen. Aber vielleicht ist es ein geiler Skin. Details? Aussehen. Deswegen muss ich nicht von nur ein Skin reden. Yo! Ich kann mein Krokodilila machen. Hö, kann ich das auch? Details? Ah, da aussehen. Gruppo! Alter, ich kann ihn zum Fußballer machen. Ich kann Gruppo nicht rufen, weil mein Gruppo nicht mehr existent ist gerade. Aber bestimmt hab ich ihn entrüstet. Amigos. Ah, der hat Cooldown. Ich hab ihn scheinbar weggelegt. Ah ja. Juck. Ne, ne, ne. Ich brauch mein Krokodil. Ach, der Hund ist ein Stealth. Ach, guck mal. Steht sogar dabei. Lautlose Amigo. Es gibt drei lautlose Amigos und zwei laute. Gleich ist der Krokodil wieder ready. Gleich. Jetzt. Okay, dann riffs dich meins auch aus. Yo, was das denn für ein sickes Krokodil. Aber mit hier. Ja. So, bin da. Hab ich mein Krokodil auch gerufen? Ja. Wo ist denn deins? Dann nimm mal die Quest an. Ah, da ist deins. Warum ist deins unter dem, im, im Wasser, am Schwimmen gerade? Ich hab ihm einfach so ne kugelsichere Weste gegeben. Damit es vielleicht länger lebt. Hallo. Los Amigo. Besorg uns Treibstoff und töte Rosario. Dann werden wir Liberitat helfen. Wir kriegen dafür ne Angel. Let's go. Hä? Haben wir so drei Marker? Ach so. Treibstoff organisieren. Das einzige, was besser ist als ein Guerriero, ist ein Guerriero mit einer geilen Karre. Willst du, dass ich eine klaue? Ja. Das mach ich schon seit ich klein bin. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Wenn du ein Fahrzeug brauchst, rufst du an. Ich hab nen Freude. Äh, ja. Wir nehmen einfach. Hä? Halt auf. Wir fangen jetzt erstmal zu dem Punkt. Hier in der Richtung. Ja. Schweißbrenner haben wir freigeschaltet scheinbar. Ein Fahrzeug reparieren bestimmt. Und ne Johans 1956er Bimo irgendwas. Hä? Fahrzeuge. Kann mein Fahrzeug. Ah. Kannst Fahrzeug über Q rufen. Ah, das ist cool. Dein Fahrzeug wird dann direkt zu dir ausgeliefert. Im Kofferraum kannst du bei Bedarf Munition auffüllen. Das sieht chillig aus. Hä? Was machst du? Okay. Dein Auto stand grad kopfüber bei mir, wo ich kurz aus dem Menü rauskam. Hä? Hä? Ich versuch hier grad Offroad zu fahren. Alter, ich steh komplett schief. Ich seh's. Ah, alles gut. Bist nicht nah genug an einer Straße um dein Fahrzeug zu rufen. Okay, warte. Dann geh ich mal hier rüber. Kannst du Guapo bitte mal streicheln? Ah, hab ich schon ein paar Mal. Oh. So. Da drüben ist jetzt ein Fahrzeug. Kann ich gehen? Waffe runter! Hey! Wollte ich hier rauf? Haben wir denn direkt so ein Auto mit einer Gun? Was ist nur das hier? Gute Wahl. So. Da ist jetzt sogar so eine Minigun drauf. Geil. Nehm ich mit, nehm ich mit, nehm ich mit. Halt an! Das ist kein Auto, Donny. Das ist eine 1956. Dein. Sie ist ein Kunstwerk, genau wie ich. Okay. Okay, let's go. Das Motorrad! Unser Motorrad. Ich bin tot. Das Motorrad ist auch unser. Kann man bestimmt auch zu zweit drin sitzen oder? Das hatte so einen Beiwagen gehabt. Warte ich muss reparieren. Ich bin bereit. Nein. Äh. Wie steige ich denn ein? E einfach, oder? E ist reparieren. Du zündest mich einfach an. Ehh. Ehh. Der ist noch nicht ganz voll. Aber fast. Fahrzeug besteigen. Und ich schrei schon wieder. Und endlich. Ja ich brenn bisschen. Du schreist auch. Rein da. Gibt's ne Hupe? F4. 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 Du bist grad derjenige sogar der schreit bei mir. Ja cool. Boah ich zieh einfach mal diese. Diese Handschuhe aus. Ich glaub diese Handschuhe sind das. Die ist verbargen. Das ist der Posten den wir eingenommen haben oder? Ah dann ist das ein Verbündeter. Oh schade. Lass die Friendly Fire an? Ja. Eigentlich ist es lustig. Würde ich meinen. Ja. Achso ich sollte das noch alles ein bisschen nach oben rufen meintet ihr vor ne? So. Ehh. Ich glaub wir können durchs Wasser. Ich war gerade draus getappt. Alles gut. Ah du kannst Waffen benutzen jetzt? Ja ich kann meinen MG benutzen. Ich hab nur Pistole. Ich glaub da war ein Kistensymbol. Warte ich fahr nochmal im Kreis. Ne ist nur ein Autosymbol. Ah da liegt was. Alter um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Das Motorrad glitscht bei mir im Boden. Alles gut. Steck wieder ein. Ich kann nicht. Ich steh gerade. Egal. Ich bin nicht. Also obendrauf. Warte. Warte. Warte bleibt einfach was zu stehen. Ah jetzt geht's. Ok. Aus dem Weg Geringverdiener. Warte. Kann ich hier drinnen meine Ulti zünden? Das wäre sehr absurd. Aber es wäre ultra geil muss ich sagen. Ah ne. Schade. Geht nicht. Ah guck mal die haben so Strassensperrendinger. Erstmal Insta. Das musst du clever angehen. Wir sind halt einfach schon komplett im Krieg. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Ich hab einen Schlüssel gefunden. Los guapo. Um Gottes Willen du bombardierst mich. Ich hab ein Glas später in meinem Arm. Hm. Ist das kaputt oder kann ich das noch mehr kaputt machen? Ok. Das geht noch mehr kaputt. Militärisches Ziel in der Nähe. Ist irgendwie so ein rotes Auto auf der Karte markiert. Ja das ist die Verstärkung, dachte ich. Ja ich hab's gemerkt. Ah ja. Haben wir gewonnen? Ja. Ja natürlich. Den Ausprosten haben wir gesichert. Haben wir gut gemacht. Ich lieb's wie ihr das Game so null ernst nehmt. Hallo wir retten Yara. Yep. Indem wir alle umbringen. Einfach nur alle Bewohner. Einfach 50% der Population auslöschen. Let's go. Er gehörte zu den Feinden. Das war ein Doppelagent. Ach das ist ein Shop. Dude. Ja. Redet der auch noch mit uns? Gleich. Der muss ich kurz beruhigen. Wie du brauchst. Okay Dani. Es ist so ein Fleisch von deinem Kopf. Guck jetzt geht alle. So. Kann ich hier machen. Hä? Hä? Warum hat er sich ja wieder hingeduckt? Weil ich zu ihm gegangen bin. Hat er Angst vor mir? Ja schon. Ja sogar eben war ich kurz im Shop aber dann hab ich irgendwann angeklickt. Ah ja, hier kann man dann einfach nur Sachen kaufen. Neues militärisches Ziel aufgedeckt. Schlüssel benutzen. Ich öffne hier in so einem Bunker mal die Kisten. Trescht da durch. RPD, jetzt habe ich das auch bekommen. Ich denke, da gibt es dann bestimmt so eine spezielle Reihenfolge sogar. Ja, ja, und je nach Gebiet findet man unterschiedlich viele Sternenwaffen. Wollen wir dann, wenn es so richtig open wird, wenn wir hier weg sind von der Insel, einfach so ein schwerstes Gebiet fahren? Ja, ich weiß nicht, ob das geht, dass du gezielt dann diese 5-Sterne-Sachen aufheben kannst. Oder ob es halt so ist, dass du beliebig in welchem Gebiet anfangen kannst und dann eben wie gesagt, dass es so eine feste Loot-Reihenfolge gibt, weißt du? Dass du irgendwie vielleicht erst ab 50 Kisten oder so eine 3-4-Sterne-Waffe oder sowas bekommst. Ja. Äh, alles tauschen. Alles tauschen. Tauschen, 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 tauschen. Warte, ach so. Tausche ich gerade mein... Egal. Ich sammle neues Material. Ich habe Geld. Ausrüstung und Waffen kaufen. Ah, hier kann ich jetzt Kleidung und sowas auch holen. Hä? Bei dem Dude? Ja. Oh. Ich glaube, ich habe gerade all meine Munition und alles weggetauscht. Ja, dann halt nur 1-Sterne-Sachen im Angebot. Ich habe halt alles weggehandelt, was ich hatte. Deswegen habe ich Pesus. Du sammelst Gegenstände in der Nähe automatisch ein, solange du in deinem Fahrzeug sitzt. Du kannst Munition und Pesus von toten Soldaten auf viel größere Entfernung einsammeln. Das ist eigentlich cool. Zusätzliche Munition brauchen. Doch kein Skill-Free. Super Werkzeug. Fahrzeuge werden automatisch repatriiert, wenn du in ihnen bist. Kannst du noch Geschütze reparieren. Kannst Behälter durch Wände markieren. Okay, also wir nehmen den Helm. Wir nehmen die Handschuhe für besseres Looten. Und Impro-Sammler. Okay. Du hast gerade dein Krokodil getauscht. Ich glaube, das war Krokodilleder. Nein, mein Krokodil ist noch da. Alles gut. Ich glaube, ich habe mein Upgrade-Material weggetauscht, eventuell. Ja, oder vielleicht ist das kein Upgrade-Material. Ne, wobei, das ist safe ein Upgrade-Material. Die Entwickler haben eindeutig zu viel Destiny gespielt. Mit F1 öffnet man das Charakter-Menü. Das ist aber praktischer, als Escape zu drücken und dann da durchzuschalten. Okay, jetzt müssen wir dann nach links einfach nur und die Oh, wobei, hier ist noch, hier ist glaube ich noch eine Waffe hier unten. Wenn du mal gleich die Map öffnest, in Kayo Korto sind bei mir noch so Kisten markiert. Äh, Map öffnen. Wollen wir die gerade einfach mitnehmen? Kayo Korto? Ach da, die iranische ist Schmuggelgut. Und Libertat-Kiste ist da auch in der Nähe. Ja? Genau. Wie markiere ich was? Rechtsklick. Rechtsklick. Ach, sogar für mich wird markiert. Okay, nice. Okay, wann können wir Fahrzeuge kaufen? Ja, wir haben doch unser Motorrad. Was willst du da kaufen? Someday. Perfekt. Ah, jetzt sehe ich die Lebensleiste auch mal. Ich war nicht gesehen. Let's go. Was halt ultra süß wäre, wenn die einfach das Kokodil dann in den Beifahrersitz so mit eingesetzt hätten. Was machen die eigentlich gerade mit meinem Auto? Ich habe das gerufen und es fährt hier vor uns auf der Straße. Das ist mein Auto. Ja, was für die Regeln da ist. So. Jetzt fahren sie nicht mehr. Oh, die sind böse, oder? Sie können nicht weit sein, ihr... Hä? Verteilt euch. Sie können nicht weit sein. Zack. Fahren mit dem Motorrad in diesen Leuchtturm rein. Aber ja, wo können sie sich hier vertreten? Auf Wiedersehen. Okay. Jetzt sind die diese... Kleiderdingo. Hä? Wie hast du... Ich habe hochgeguckt. Ah, okay. Ich muss echt genau an den Rand gehen. Kroko-Kiste. Humi-Dora-Schrotflöte. Ultragan. Yo. Falsche. Da, lieber Tadkiste. Nein, große Rekurve, bitte. Ich will nicht so weit schwimmen. Ah. Okay. Und ich wette, man kriegt auch wieder den Wingsuit hier irgendwann, oder? Ich hoffe es. Wann endet der Stream? Wollte schon, dass es vorbei ist. Nee, Ursaf meinte, er kann so bis 19 Uhr. Jo. Ach, hier ist... Hier ein Pferdehändler? Kann sich Pferde kaufen. Ich glaube, der Typ verkauft Pferde. Pferd... Nee, Pferd rufen. Ich habe anscheinend ein Pferd. Bitte, bitte. Ja. Oh no. Okay. Das war unser Motto. Ich kann ansonsten jetzt auch nach oben schon schnell reisen, ist die Sache in die Richtung. Äh, hier war doch noch eine Kiste. Nee, die habe ich schon geöffnet. Das war so eine Materialkiste, glaube ich. Ah. Hey, ich will mal ein Pferd stecken, Fels. Wie konntest du ein Pferd rufen? Ja, an dieser... An diesem Sattel. Folge mir. An diesem Sattel? Was hast du gedrückt? Hier, da hinten ist doch so ein grüner Sattel. Ach, hier. Pferd rufen. Ah. Ah, dann kann man verschiedene Pferde freischalten. Ach, dann kann ich sogar eine Farbe ausrüsten bei meinem Pferd. Da. Achso, das ist dein Pferd. Ich habe mich schon gewohnt, warum mein Pferd immer ein Gesicht spawnt. Warum brennt es da vorne? So. Wir können jetzt einfach so in diese Base wieder zurückgehen, so ungefähr. Aber warum steht die Schnellreise momentan nicht zur Verfügung? Steht momentan nicht zur Verfügung, ja. Nee, geht einfach nicht. Okay, dann müssen wir zu Fuß gehen. Nein! Ich habe schon wieder mein Pferd angegriffen. Wir können die Fische da... Also da rechts von uns ist auch ein französischer Grunzer zum Angeln. Wir haben auch gar keine Angel, oder? Wir sollten eine Angel gerade durch die Quest bekommen haben. Wir haben die ja noch nicht fertig. Ach, stimmt. Achso, wir sind in der Quest, deswegen können wir nicht schnell reisen. Wir müssen laufen. Nein, ich habe mein Pferd verjagt. Let's go. Aber es ist schön, wenn mal wieder die Sonne aufgehen wird. Nee, es ist einfach nur Nacht, wie Minecraft. Es lang nicht überall Skelette und Creepers vor. Ja gut, dann querfällt ein, es ist... Ja, ja, einfach hier ein bisschen was kaputt reiht mit meinem Pferd. Ja, Zäune und sowas können dich ja nicht aufhalten. Ach, wir sind wieder in dieser... Ja, ja, da wo wir alles abgefackelt hatten. In diesem Drogenlabor, aber gut, dass wir es schnell wieder angepflanzt haben. Ja, wäre echt doof, wenn das jetzt abgebrannt bleiben würde. Upgrades. Ich wollte dich haben, aber du bist zu schnell. Okay, das hält ultra auf. Stopp. Das krasseste Attentat aller Zeiten. Okay, das Tor ist dann schon wieder zu viel. Ich bin gleich da. Hä? Ach, ich darf gar nicht so weit weg von dir. Ja, aber das läufst du auch in die falsche Richtung. Bin gleich da. Nein, 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 ich bin nämlich stehen geblieben. Ich weiß nicht, mir wird halt gerade kein blauer Weg angezeigt auf der Karte. Ich bin nicht viel. Ich hätte dir geglaubt. Ah ja. Okay, warte, ich komm. Ich will mit rein. Lass kurz stehen. Okay, aber die Musik im Radio ist gerade cool. Die Radio-Musik muss ich wegmachen, ja. Ich finde aber gut, wie immer diese Warnungen kommen, aber keine Konsequenz so ungefähr. Aber ich muss sagen, hier kann man auch echt schwer die Zivilisten von den, von den Views... Boah, das Auto ist ja cool. Hey, leckt damit. Ihr zwei wollt es ja nicht anders. Oh, hier gibt es Lut. Flüsselkiste. Flüsselkiste. Finde die übrigen Kryptogramm-Tabellen, um die Kiste zu öffnen. Sind die hier in der Nähe? Halten. Oh, nein. Halten. Kryptogramm-Kisten enthalten einzigartige Ausrüstung und können mit Hilfe von Tabellen in der Nähe geöffnet werden. Folge den Zeichen, um die Tabelle zu finden. Die Tabelle, äh, die Kiste öffnet sich, sobald du alle Tabellen gefunden hast. Okay, also es sind in der Gegend so Markierungen, die uns helfen, das zu finden. Ah ja, hier ist ein blaues Auge oben auf dem Dach. Kassettenrekorder ist hier scheinbar in dem Rohr. Ja, ich habe hier ein Messer gefunden. Dann haben wir die beiden doch, oder? So, orange Symbole zwei Stück brauchten wir. Haben wir. Freigeschaltet. Du hast deine Kiste freigeschaltet. Einsammeln. Ja? Ah, dauert ein bisschen, okay. Schutzhandschuhe MK2. Okay. Dann gucken wir mal. Was machen denn die Schutzhandschuhe mit vier Sternen? Du richtest mehr Schaden mit Waffen gegen vergiftete Gegner an. Giftset MK2. Okay. Nice. Wieder ab in die Rikscha, würde ich sagen. Ab ins Automobil. Achso, stimmt, wir haben das hier uns gegönnt. So ein Upgrade halt. Wollang müssen wir da? 300 Meter. Der ist, glaube ich, nicht mal gestorben. Min Cichio. Rang 4 erforderlich. Na ja. Oh ja, wir fahren durch den Tunnel. Let's go. Ah, warte. Oh, okay. Ich kümmere mich für den Retro. Oh mein, komm mal. Da stecken wir fest. Ich glaube, das ist ein zu breites Fahrzeug. Ah, fuck. Ey, geile Belaster da vorne. Oh nein. Ich komme nicht raus. Also, okay, so geht's. Regel Nummer 10. Halt deine Klappe. Weißt du das Auto hier oder welches meintest du? Ne, hier ist auch eine Gun wieder drin. Hier ist eine Gun. Oh, ich bin tot. Ich bin ganz schön gepanzert hier und werfe auch mit Granaten und sowas. Äh, ich glaube, wir sterben hier, O-Saft. Nö. Kannst du dich irgendwie sterben lassen und respawn? Ja, ich glaube. Ne, ich kann nur die Blutung voll langsam. Aber ich brauche noch so 10 Sekunden, dann bin ich wieder da. Alles gut. Also, du kannst einfach chillen. Glaube ich. Ja, ja, ich chill. Ah, durch zwei Bäume durch erschossen. Ja, vielleicht sollen wir einfach langsam doch mal hier an der Stelle gehen. Echt? Ja, aber bisher war es halt irgendwie nur so, dass die absolut Trash-Gegner überall waren. Ja, aber wir sind ja jetzt hier in diesem Stufe-4-Gebiet gelandet. Achso. Hast du ein Auto? Hä? Als ob die uns jetzt die Kack-Tür nicht aufmachen. Warte, 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 warte. Ich habe eine Idee. Ah. Nein, ich hab's auch. War eine gute Idee. Oh. Okay, der Scharfschutz ist weg. Ja, die sind halt so hochgelevelt auch, dass die mehr Schaden, äh, mehr Schüsse aushalten. Die kriegen über, brauchen alle zwei, drei Headshots. Nee, zwei Stück. Ja. Okay, ich hab den einen alle abziehungsweise abgeschossen, aber ich glaube, den anderen können sie noch drücken. Oh, um Gottes Willen. Okay, der ist verbrannt. Alter, dieser Mörser-Hochsack ist, ich habe keine Ahnung, wie man mit dem was treffen soll, was man möchte. Achso, da unten! Ich habe, glaube ich, auf alle Gegner und so. Ich habe gerade alle Raketen gegen den Zaun geballert. Ah, der hat mich selber erschossen! Okay. Der Schuss ist auf mich geflogen. Ich habe gerade alle Raketen gegen den Zaun geballert. Aua. Oh, ein Stück Draht in meinem Finger. Cool, lecker. Aber was... Das haben wir, oder? Schlüsselkarte. Eingenommen ist der Ort noch nicht, also... Oder ist das kein Lager? Ich glaube, das ist kein richtiges Lager. Keine Ahnung, vielleicht kommt man auch eigentlich nochmal in der Quest hier hin oder so. Oh, hier ist eine Krokokiste. Einzigartige Maschinenpistole. El General. Ja, ich komme wieder hoch. So. Ich rucke, glaube ich, mal die Maschinenpistole aus. Oh, die sieht cool aus. Kann man das immer machen, oder geht das mal um die Pisten? Als wenn es die Feuerrat schrecklich. Äh, das kann man immer machen. Ah. Ach, wir haben eine abgängigte Schrotflinte. Geil. Äh, welche F1 auch Waffen? Okay. Ah, wir können den Toaster ja wieder weglegen. Stimmt. Könnte ich meinen Sniper doch behalten. Aber ich nehme Platz dann bei der Pistole. So. Ja, ich stecke mal einfach seitlich ein, hier so. Uiihihi. Die Sandsecke einfach wie so Gummibälle wegfliegen. Oh Gott, was ist passiert? Okay. Wo ist denn unser Quest-Stil? Hinter uns. Ich mache es gerade nicht, wenn wir im Sperrgebiet sind. Okay. Äh. Oh, wir sind ein bisschen zu weit im Norden. Ja. Ist irgendwo im Süden. Oh. Um Gottes Willen, das Auto steuert sich so scheiße. Und irgendwie fehlt mir, glaube ich, ein Rad oder so. Rosas? Ja. Was, ja? Wo fährst du hin? Ja, ich muss hier raus aus dem Sperrgebiet, damit wir unsere Quest wieder angezeigt bekommen. Wenn die irgendeine Klippe runterhalten. Ich gebe zu, ich hatte mal eine Zweifel wegen Clara. Aber an dir habe ich nie gezweifelt. Hä, haben wir die Quest gerade gemacht? Ich weiß schon ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich rufe jetzt einfach mal ein Pferd. Ich bin ja in den Dialog. Ich auch. Unsere Boote und unsere Unterstützung sind hier sicher. Ich wollte scheinbar kein Pferd. Einsatz abgeschlossen. Das war unsere Quest? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, guck mal, fehlt eine ganze Vorderreife hier, ne? Warte ich, guck mal, der... Ne, du hast beide Vorderreifen. Okay. Irgendwie hatte ich gerade eben einfach den Ultra-Trill. Scheiße, Dani, danke. Und jetzt kommt zurück ins Lager. Es wird Zeit, dass wir von dieser Insel verschwinden. Jetzt fast traveln, komm. Hauptsache, du denkst an unsere Abmachung. Ich habe meinen Teil erfüllt. Auf einem dieser Schiffe fahre ich nach Miami. Ich halte mein Wort, Dani. Oder wollen wir noch diese Flugabwehrkanone weggern? Ich angel gerade. Du kannst ja machen, wenn du auf dem Auto sitzt. Bleib mal auf dem Auto. Auto sitzt und angel mal dabei vom Auto. Aber wobei, dann wird es vermutlich abgebrochen, oder? Da wird einfach echt mitgezogen, wenn du dich bewegst. Oh, das wird ein dicker Brubber. Okay, ist abgebrochen. Ich glaube, du stehst bei mir hinten, hinterm Auto, irgendwie. Du bist einfach so ein bisschen mitgezogen. Ich meine, ein Gegner angeln? Ich kriege eine Headbox, wenn ich die Angel gegen das Auto werfe. Ich schaue mal bei den Gegnern hier. Hallo? Hier ist einer. Ja, ja, die Zivilisten haben ja auch gerade einfach die Wachen überfahren. Wer ist da? Ups. Da, schon wieder. Gefeuersucht. Was war das? Das ist wie so ein Stein werfen. Die reagieren da drauf und untersuchen das Gebiet. Äh, wie wirklich? Nice. Cool. Ist das so eine Snack-Schrot-Flinte? Okay, jo. Könnt sein. Die schießt einfach Feuermunition. Oh, nice. Irgendermaßen sind abgepackelt. Quito, Rang 1. Tom, ich seh dich irgendwie nicht mehr auf meiner Mac. Ich fahr lieber. Ja, da bist du. Hinter mir. Da. Okay, wie krieg ich mein Auto? Als ob die es so gemacht haben, dass man jetzt so 10 Minuten warten muss, bis dieser Typ dann ausgestiegen ist. Natürlich, ich werd den immer erschießen. Warte. Jo. Fahren wir einfach ein bisschen. Nur ein Meter sind ja schnell gefahren. Ich bin so erstaunt, dass ich nicht überall hängen bleib. Haben sie gut gemacht. Ich dachte, es ist mir die Autos so broken, weil du ansonsten halt echt an jeder Ecke da querst. Ja eben, aber die machen aber alles kaputt. Okay, ich glaub, den Rest können wir laufen. Okay, ist doch noch ein bisschen. Ich soll ein Stück jetzt noch mit dem Auto fahren können. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Boah, ich hätt gern so'n Tritt in dem Spiel. Den jetzt einfach hier so untertreten wollen. Ach so, ja. Einfach Fäuste wären auch schon geil. Wir haben gar kein Sonarkampfzeug, außer dieses Messer halt auf. Ach, wie wechsle ich die denn aus? Ah, so wechselt man da durch. Das war damals in Crisis richtig geil. Wo du dann auch die Leute so greifen konntest und einfach so ultra wegwerfen konntest. Ja. Wo bist du? Okay, du bist schon mal. In der Cutscene. Ich merk's. Regel 73. Eine Revolution wird nicht von dem Furchtlosen gewonnen, sondern bei denen, die gefürchtet werden. Ich hoffe, du notierst dir das, dass wir am Ende ein vollständiges Regeln hätten. Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kumpai. Was machst du da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aussieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los. Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Juan Cortes. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht es, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich hab ne scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Ich bin richtig impressed, dass die das so hinwerfen, dass die gerade nach oben stehen. Ich bin nach Hause mit euch. Ich bin einfach impressed, dass der Rauch überhaupt nicht mehr wird. Einfach, wenn die da einfach nur alle auf einmal hinwerfen. Der Rauch geht halt so zwei Meter hoch. Aber ja, Anton wird sie sehen. Ganz sicher. Der Rauch hat... Der löst sich halt echt nach zwei Metern auf. Vor allem, dieser ganze Weg hier ist mit irgendwelchen blauen Pfeilen markiert. Weißt du? Aber ja, das ist der Weg, wie sie uns finden werden. Der geheime Weg zur Revolution. Nein, ich will dich nicht streicheln. Ich will dich nicht streicheln. Hehehe. Ich hab dir ein Pferd gezückt. Siehst du, wie ich am Handy bin? Äh... Ja, so ein bisschen. Scanne Fahrzeuge mit deiner Handykamera, um sie bei den entsprechenden Übergabestellen verfügbar zu machen. Oh. Okay, das ist cool. Dann hätten wir die Richter scannen können. Kann ich ein Pferd scannen? Oh, ein Pferd hat einen Haken dran. Ja. Mal los. Keine Sorge. Ich tu dir nichts. Ja. Ich hab ein Foto von einem Luftabschussgewehr irgendwie auf meinem Handy. Wahrscheinlich die Quest. Dann mal let's go. Ja, ich reite gerade mit dem Pferd runter. Ist irgendwie nicht so schnell. Ja, ich bin auch mit dem Pferd unterwegs. Sehr viele Ecken. Im nächstes Pferd kann schwimmen mit mir drauf. Boah, aber bei Park 3, 4 und so war der Radius, wie weit man voneinander auseinander durfte, super gering, ne? Ja. Was weiß ich noch hier? Aber hier ist es ein bisschen größer, glaube ich. Ja. Okay, das Kerl hat halt überhaupt gar keinen Bock zu schwimmen. Okay, gut zu wissen, dann bleibe ich auf der Straße oben. Da kannst du auch rein rein. Ich glaube, es ist echt schneller, wenn wir einfach über die... Okay, ich komme. Über den Fluss einmal kurz schwimmen. Dein 300 Meter ist jetzt echt nicht so weit. Das Pferd hat mich aber abgeworfen, okay? Ja. Der hat gar keinen Bock auf Wasser. Aber schön, das erste Fahrzeug, wo ich keine PC-Probleme habe. Nein. Ja, bei Anno hatten wir da die letztlich größer Probleme. Oh, hab ich gerade Schaden bekommen? Lol, da ist so ein riesiger Haifisch. Können wir den jagen? Oh ja, safe. Oh, der kommt auf mich zugeschwommen. Au. Ja, ich würde ihn gerne markieren, aber... Ich glaube, das geht nicht so einfach im Wasser. Kann ich mein Handy nicht benutzen. Warte, ich schwimme nochmal her und sag dir, wenn er zu mir schwimmt. Aha. Ich gehe einfach mal so weit ins Wasser. Ja, kommt er, kommt er, ist da, ist da. Oh, fuck, warte, ich bin gerade... Aua. Aber er hat jetzt einen Lebensleiß mit der Kollege. Ja. Okay, er ist da tot. Beschädigtes Fischfleisch. Jawohl. Okay, direkt. Ich habe normales, ich habe einfach nur Riffhaifleisch bekommen. Okay. Gar nichts Beschädigtes. Du kannst mir danken, sobald wir durch Castillos Blockade gebrochen sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Dani. Gibt es eine Art Loot-Sharing im Co-op-Modus? Äh, ja. Ja, wenn er eine Küste öffnet, kriege ich auch den Dusch. Also man hat gar keinen Nachteil durch Co-op. Ja, das ist aber ultra cool. Ja. Also wir halt ansonsten, ist es halt immer ein bisschen... Normalerweise ist es ja so, dass immer beide dann das irgendwie einsammeln müssen. Oder dass der eine oder dem anderen was weglootet. Hier, die haben nur drei, vier Spiele gebraucht, um den Co-op zu perfektionieren. Im ersten Fakai, wo Co-op drin war, musste man die Story-Mission einzeln machen und konnte alles andere Co-op machen. Das war doof. Bei Fakai 4, glaube ich, so. Ja. Mussten wir mal die Story-Dinger alle solo machen. Ach, ich hasse alles. Warum ist er nicht an einem Headshot gestorben? Sorry, Sonne. Alles gut. Wir werden schon noch früher oder später schleichen, wenn wir die gut... Wenn wir so einen Bogen oder sowas wieder bekommen. Ja, aber da fände ich einen besseren Schalldämpfer, den ich nach drei Schuss kaputt gehe. Sind die irgendwo noch Gegner? Oh. Aber hier ist wieder Uran. Ich bin Rang 3 aufgestiegen. Ehm. Oh. Hä? Geht hier gerade ab? Was machen wir jetzt mal ab? Wie ist das denn? Was ist hier los? Warum explodiert das? Nicht, dass wir einfach so fässer die hintereinander explodieren würden. Ich möchte hier irgendwas aufsammeln. Ah, das hier. Drei neue FND-Depots aufgedeckt. Ja, wenn man mit NPCs und so redet, kriegt man scheinbar auch so Sachen auf der Karte aufgedeckt. So, jetzt können wir... Wo ist denn der Leuchtturm? Ah, da hinten. Nachteil, nur der Host bekommt den Fortschritt, bei dem anderen wird angeblich nicht gespeichert. Achso, also wieder wie bei Far Cry 5. Ja, wobei, aber man kann ja die Waffen und alles alle freischalten, ist das Ding. Ja, genau. Das heißt, im Endeffekt, die Story muss ich ja nicht nochmal durchspielen, das juckt ja nicht. Ja eben, man will noch eh nicht alles doppelt machen, also kann man auch bei einem auf dem Spielstand spielen. Ja. Fühlt sich cooler an, natürlich so einen fertigen Spielstand am Ende zu haben, aber das ist das geringste Übel. Äh, gehst du ins Auto? Ja. Ich bin gleich da, ich muss nur das hier noch aufhören. Kann ich hier irgendwie draufklettern? Jawoll. Let's go. Da hinten ist der Leuchtturm. Oh, warte, stopp, 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 rechts. Ja, drauf. Was ist da? Da ist ein Airdrop. Vielleicht ist dann Chuck, Chuck, Chuck drin. Fortnite. Oh, nein, die brauchen das Auto noch. Okay. Sonst, warum muss man da jetzt sieben Minuten eh drücken? Vor allem, wenn eh nichts drumherum ist. Zehn Erfahrungen. Und das Schießpulver. Es soll selten sein. Wurde mir vorhin im Chat geschrieben. Also es ist cool, wenn es da drin ist. Ich glaube, das braucht man bestimmt für alle Upgrades einfach. Also die ganzen Visiere und sowas. Das kann man sich schon mal mit Echtgeld halt reinpayen. Das Schießpulver auch. Ah, natürlich. Ja. Oh, ich habe halt ultra Bock, irgendwie noch so zwei Euro für so ein anderes Visier auszugeben. Was ich ein bisschen vermisse, ist halt irgendwie ein Skilltree bisher. Ja, die waren eigentlich immer cool. Ich bin bei Kastis. Ah ja. Gut geparkt. Halt, das war es erst mal abgerissen. Prokopiste. Let's go. Viva Libertad. Mein Sterne Gewehr. Ich bin oben auf dem Turm. Der Schuss ist in der Kammer und die Entfernung eingestellt. Juan? Anschnallen. Er, Juan, ist am Himmel und seine Kugeln sind hungrig. Also gut. Wir nehmen uns diese Schiffe vor und versetzen. Ich will nur kurz mein Gewehr angucken. Ich bin stuck. Ah, nee, doch nicht. Gewehr. Viva Libertad. Das ist so ein Einzelschussgewehr. Du hälst eine zusätzliche Supremo-Ladung, wenn du Gegner mit einem Kopfschuss tötest. Okay. Das ist eine Supremo-Ladung. Ach, das ist bestimmt für die Ulti dann, ne? Ja. Ja, das ist eine Autowifle aber. So, wo bist du? Äh, oben. Oben? Mhm. Ach, im Leuchthurm oben drauf. Jo. Jetzt müssen wir, glaube ich, ab die Schiffe. Ja, warte, warte, warte. Ich geh auch mal hoch. Vor allem dieser Duit mit der Panzerfaust macht mir an. Welcher Duit mit der Panzerfaust? Du bist hier zu schnell. Ich war gerade in einem Haus noch drin. Ich bin so viel zu schnell. Nee, steht einfach oben dieser Duit, den wir die ganze Zeit umgebracht haben. Absolut ready. Du solltest deine Kamera benutzen, um die Verteidigung der Schiffe zu checken. Okay. Ich soll dir den Alarm ausschalten. Jetzt gucken, dann schießen. Ja? Wenn Lita jetzt bei uns wäre, würde sie lächeln. Und sie wäre schon fast bei dem Schiff. Mir versteckst du dich nicht. Wäre Lita hier, würde ich ihr die Hölle heiß machen, weil sie nichts von dir erzählt hat. Ich muss mal sagen, ich hasse es, bei solchen Markiersachen, wenn man was sieht, aber es nicht markieren kann. Diesen Alarm auf dem hinteren Schiff ganz links. Weißt du, man sieht ihn, aber man kann ihn nicht markieren. Weil du nicht die untere Stelle davon siehst, ja. Ja. Ich würde gerne zu der Werkbank nochmal gehen. Hier runter. Wir können ein bisschen egelabig hinschwimmen, oder? Ja, wir können auch gleich den Fallschirm nehmen. Ich will nur kurz gucken, ob ich bei meiner Sniper noch einen Schalldämpfer drauf machen kann. Und dann snipe ich die Alarme schon mal weg. Ich will einfach ein bisschen snipen. Ich mache auf meine Pistole vielleicht einen Schalldämpfer drauf. Äh, ich sollte sie erstmal ausrüsten. Ist es hier so, dass man die Aufsätze quasi für alle Pistolen dann hat? Oder nur für diese eine Pistole? Das ist eine gute Frage. Ah, guck mal. Bei den einzigartigen Scharfschützengewehren zum Beispiel steht dabei, du suche die Akademie für wahre Yaraner in Yardines Celestie de Blablo. Also die haben feste Positionen. Also wir können uns gute Waffen eigentlich auch holen. Gezielt dann, sobald wir auf der Insel sind. Dann höchstwahrscheinlich nur diese legendären. Dann höchstwahrscheinlich diese einzigen. Aber die werden eh besser sein, glaube ich, als die normalen. Und sind halt geupgradet. Ich muss mal gerade gucken, welche einzigartigen Schalldämpfer hat. Ist das ein Schalldämpfer? Ich weiß es nicht. Na gut. Erstmal meine weiter upgraden. Du hast nicht genug Material, um Mods an der Werkbank einzubauen. Ja, ich hab schon echt mein ganzes Material weggehandelt. Ne, ich müsste halt... Ich weiß halt nicht, ob ich hier den Schalldämpfer holen soll oder halt erst bei einer anderen Pistole den Schalldämpfer holen soll. Weil irgendwie... Diese Standardpistole ist halt echt shitty, ne? Ja. Ja, brauchen wir so ein bisschen noch recyceltes Zeug. Also für den Schalldämpfer habe ich eigentlich genug. Aber ich brauche recyceltes Befestigungsmaterial. Der ist cool. Großer zylindrischer Schalldämpfer. Industrielle Platinen. Warum ist diese Dosen-Schalldämpfer besser als dieser normale Schalldämpfer? Der eine links daneben nochmal ist gleich gut. Achso, ne. Ich hab bei der Pistole irgendwie so ein Pistolenschalldämpfer. Der sieht so ultra normal und neu aus. Und dann rechts daneben ist wieder so ein Dosen-Ding. Ja, ich hab hier auch bei der Sniper, hab ich irgendwie so eine Plastikflasche. Aber ich hab zwei daneben. Einen, der besser ist. Was mindestens was Geschwindigkeit angeht. Okay. Ja, schade. Muss ich mehr looten. Habe ich ne Gun mit Schalldämpfer jetzt? Nö. Nö, ich will diese normale Gun mit Schalldämpfer. Ja, es hat einen Schalldämpfer, so wie es aussah. Ja, aber das war eine Zwei-Sterne-Wache. Weil die ganz rechts hatte eine. Ja, das hab ich gesehen. Das hatte so eine Plastikdose. Ich will keine Plastikdose. Ich bin wählerisch. Ja, ich wette, man kann die auch einfach mit dem Messer ansonsten basieren, die Dukes. Ach, du machst direkt schon so Business. Ja, genau. Ich geh mal hin. Bis gleich. Okay, den Flöger. Aber die rasten schon aus hier oben. Ja, ja, weil die halt Schüsse gehört haben. Ja, wobei, ich glaub das nicht mal, oder? Ich glaub, deinen Schuss sollten die nicht hören. Doch, doch, doch. Die sind losgelaufen, nachdem ich geschossen hab. Ah, okay. Ja, ich dachte, bei den Ubisoft-Spielen war es. In Ghost Reak war es, glaub ich, nämlich so, dass sie, äh, erst an einer bestimmten Reichweite deinen Schuss gehört haben. So, wir können aber immer noch schleichen. Bin jetzt neben dir. Ah, ich bin an Bord. Jetzt geht es um alles, Dani. Mach sie kalt und schreck nicht davor zurück, ihre eigenen Waffen gegen sie einzusetzen. Die Geschütztürme hauen mächtig rein. Ah, alles. Na, die kamen ein bisschen zu nah. Die müssen den Alarm auf jeden Fall und der anderen Schiffshälfte noch wegmachen. Damit die keine Verstärkung rufen. Geh mal zu dem Raketenwerferd-Dude hoch. Mach den im Nahkampf. So, ein Schiff haben wir. Ja, wir können vorher mal gucken. Du hast vorher noch nicht den Alarm geschossen. Vielleicht können wir den auch manuell deaktivieren. Äh, ich hab den einen gerade erschossen auf dem anderen Schiff. Sollten alle kaputt sein. Der hintere ist noch an, ne? Ja, der hintere ist noch an. Den haben wir nicht markiert, ja. Den können wir manuell ausschalten, wenn du Bock hast. Das stimmt. So, wenn ich über diese Reling komme. Was ist eigentlich mit diesem Kanonengeschütz? Kann ich da einsteigen? Tario, der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Tario, ich weiß, dass du mich hörst. Yo, ich kann hier in diese Kanonen reinsteigen, Osav, in dem Schiff. Echt? Ja. Oh, benutzt die mal. Aber nicht auf mich. Nein. Oh, die laden halt 10 Minuten nach. Dani, bleib in Deckung. Ich steck die Wichser in Brand. Verstanden, Julio. Na, guck mal, ihr hilft uns mit nem Raketenwerfer dann, wenn wir entdeckt werden. Grazie, Racer. Ja, wir behalten zwar Schleichi, aber wenn wir nen riesen Raketenwerfer bekommen. Ja, das ist ne ganz geil. Schleichen können wir halt immer. Aber man, ich dachte, man könnte das Boot vielleicht damit versenken, das wär halt ultra cool. Das stimmt. Das explodiert doch. Hör, dieser ist einfach so ein Dude ins Wasser gefallen, Zombie. Das Schiff explodiert doch gerade die ganze Zeit. Geht das jetzt unter? Ne, warte da oben, wenn der Leiter steht da, ne, ich schieße hinweg. Okay. Oh, der ist gesplogen. Okay, ich steck auch mal aus. Actionreiche Musik. Der echte Orangensaft. Der einzig wahre. Nicht der, der den Fake Orangensaft skin hat. Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Ani. Ach, wenn ihr uns offensichtlich nicht gebraucht habt. Okay, es war ein orangener Werkzeugkast. Da war Befestigungsmaterial drin. Ah, nice. Warum explodiert jetzt das Wasser? Wo bist du, Clara? Weiß es nicht. Hast du denn Ult gemacht oder sowas? Ne, ne, ne. Aber ich Ult jetzt. Komm, das Boot. Ja, warte, ich bin ja gerade noch am Looten. Ah, da bist du. Okay, du, wir landen auf dem Boot. Zack. Du wirst nicht mitgenommen. So einfach ist das. Also, ich sehe mich. Können wir uns umgucken? Oh, hallo. Was geht ab? Ach, du siehst mich ja auch, oh nein. Ja. Let's go. Wo sitzt du bei dir? Ich sitze genau da, wo ich auch bei dir sitze. Also rechte Seite vom Boot sitze ich. Okay. Okay. Dann, wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay. Wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören. Was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine sechs Monate überleben. Dein Charakter sieht so kacke aus. Was? Wir haben freie Wahlen, dieses Problem zu lösen. Was ist mit deinem Lister? Nur der Helm, nur der Helm. Aber ich finde einfach nur geil, dass sie irgendwie diese zwei riesigen Kriegsschiffe hatten für diese zwölf Leute, die auf dieser Insel waren. Ja, anscheinend. Ja, und sie haben verloren. Ja. Ja. Ich will so gut, wie man den Helikopter nicht hört, der eigentlich ultra laut sein müsste. Voll warum sie... Ach, egal. Warum haben wir überhaupt einen Helikopter? Warum haben wir den nicht genutzt? Niemand will das freiwillig. Wir haben ja vorher die Luftabwehr ausgeschaltet. Die war ja auch aktiv noch. Das war ja eine Flugverbotszone, die ganze Insel. Ja, stimmt, ja. Ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No, no. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Und schon haben wir die Welt gerettet. Gib Insel 1 von 4. Ah, meine Lieblings-Guerrieros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Reffer. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Nein, Julio. Das war der Typ mit dem Raketenwerfer, oder? Ja, den wir so 800 Mal umgeschossen haben. Ah, okay. Coronado Prison. Ah, da ist er. Libertad wird euch wahre Yaraner umbringen. Tredores. Criminales. Puta. Mecho, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit. Nicht Liebe. Nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Komme, Mierda. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos. Den Löwen. Wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen. Dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich... Ich komme, Libertad. Schön. Dann... Genieß die Show. Mit seinem Robo-Bein, der Typ. Ah. Finde nur ich die Synchro von dem Dude ein bisschen weird. Von diesem... Von diesem Oberböseweg. Hm. Ist schon eine gute Stimme, aber... Keine Ahnung. Im Englischen war die cooler auf jeden Fall. Find's nicht ganz passend, tatsächlich. Also an sich von den Main-Characters finde ich die deutsche Stimme eigentlich ganz cool. Ich glaube, die sind sogar beide aus Assassin's Creed, oder? Ja. Ach, guck mal, die haben uns ein Foto geschickt. Oh. Oh, WhatsApp-Status. Einfach nur. Wir haben hier gerade... Neues Instagram-Selfie. Ich habe kurz gestreamt, so selber mal. Ihr beide, lass mich einfach zu gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerrero. Ich verspreche keinen Sieg noch. Nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist. Fortuna ist Nummer 1. Als ob wir jetzt offiziell Mitglied in der Gruppe sind. 50, 50. Anscheinend ist die Stimme von dem Bösewicht dieselbe, wie er bei Breaking Bad hatte als Schauspieler in der deutschen Synchro. Oh. Aber nicht bei Mandel, oder? Aber er hat auch richtig wenig durchgelegt. Stimmt, der war ja auch in Mandel. Oh, da war der cooler Bösewicht. Oh, der Typ ist so cool. Erstmal nicht mal wissen, dass er existiert. Oh, der ist der Beste. Erhöhte Militärpräsenten. In ganz Jahren werden stärkere FND-Vereinheiten eingesetzt. Ja, gut so. Oh, der ist eine Gun, glaube ich. Oder irgendwas Waffenmäßiges. Ich sehe mich selbst als Killer im Hintergrund. Oder? Guck mal. Stopp, stopp, stopp. Ja. Warte, warte, warte. Ich suche gerade die Waffenkiste. Da. Ja, über mir. Schatulle. Wo ist Hundemarke? Hier ist extra aufgemalt. Hier sehen wir bestimmt in der Spielwelt die Symbole hier. Also, wenn wir da eine Escondite sehen, dann gibt es ja Loot. Carrera ist ein Rennen. Okay. Ja. Aber Arrea Ristring Gida, da sollen wir nicht rein. So, was können wir denn hier kaufen? Ich glaube, wir müssen nicht mit ihm reden. Zeit für ein Superhelden-Team. Dani, meine Impro-Waffen und deine Fähigkeiten. Abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorbereitung. Äh, ich soll mehr Uran finden, sagt er. Sie kommen immer wieder. Let's go. Aber wir können uns hier auch... Ach, guck mal, wir können was hier kaufen für Uran. Ah, guck mal, hier gibt es so Ultrawaffen. Und wir dürfen uns ein paar aussuchen. Schleich Supremo, Sabotage Supremo, Verteidigung Supremo. Stoß ein EMP-Puls aus, der Gegner umwirft, Sicherheitssysteme ausschaltet und die Fahrzeuge kapern lässt. Der ist cool. Stifte Kauze, indem du Giftgas über das Schlachtfeld schießt, durch das sich deine Gegner gegenseitig angreifen. Oder erzeuge einen gigantischen explosiven Ring, der deine Gegner röstet und drücke in der Luft auf Springen, um dich nach vorne zu katapultieren. Okay, nach vorne katapultieren. Einfach gekauft. Weil wir können es alle drei kaufen. Ja, wir können aber auch Runden Waffen halt mitnehmen, ne? Kosten dasselbe. Ja, aber irgendwie Waffen finde ich nicht so geil. Also ich muss sagen... Ja, aber das eine ist, glaube ich, eine Nagelpistole. Wenn ich das richtig sehe. Und es sollte ja eigentlich eine Schleichwaffe sein. Schnelle Nagelsalven lautlos auf nichts andere Gegner abfeuern. Okay, das ist halt wiederum geil. Das andere ist eine Giftwaffe ohne Armbrust. Aber das ist eine Riesenarmbrust anscheinend. Dieser Gigant von einer Armbrust verschießt Harpunen, die Gegner aufspießen. Und was ist das Erste? Das Beste aus beiden Welten. Ein Schild, um den Geschossschaden zu begrenzen. Und eine massive Feuerwaffe für Nahkampfsituationen. Ich glaube, die Nagelgun ist vielleicht ganz geil. Ich nehme die Armbrust und die Nagelgun erstmal mit. Einfach same. Das klingt cool. So. Wobei, das andere ist ein Gift. Oh, es gibt aber noch viel, viel mehr. Es gibt noch viel, viel mehr Waffen. Sehe ich hier auch. Da, wo man die ausrüstet, da sind richtig viele drin. Da gibt es auch so eine Minigun. Ein Diskwerfer wieder. Ja. Ich muss sagen, ich würde mir gerne ansonsten auch irgendwie einen normalen Waffthändler hätte ich gerne irgendwo. Das stimmt. Ich würde einfach nur eine Gun haben. Oh, und Rucksackgängen gibt es auch noch richtig viele. Belebe dich selbst wieder und heile dich und nahe in der Nähe. Gut geeignet für den Koop-Modus. Kann ich jetzt einen Doppelsprung machen? Ah, ne. Hier drin nicht. Wir müssen ja eh raus. Lass mich springen. Spiel. Nicht mal meine Waffen. Okay, nächste Kazzini. Ach, wir dürfen uns gleich bestimmt eine Region auswählen. Kann sein. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleibe erst mal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Ah ja, guck mal. Das sah nach Videospiel aus. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldat, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir es mal an, es ist Yara-Zeit. Der wohnt im Empire State Building einfach nur. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt, gezielte Operationen, die die Revolution für Ein- und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerriero, El Tigre, wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Vivero Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren für Libertad. Irgendwelche Streamer einfach. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt diesen vergifteten Vivirotabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Fili Barsaga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Vivero den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Weißt du noch bei Far Cry 5 diese Ninjas? Welche Ninjas? Die haben immer die Story wieder entführt. Ach du, wenn du mit diesem Gas einfach nur weggezügt wurdest. Wenn du irgendwo einfach random rumgelaufen bist, wenn du ohnmächtig wurdest, wenn du in der Story war. Das wäre geil. Ich würde sagen, wir fangen unten rechts an. Ich würde sagen, wir machen definitiv nicht das, was sie uns empfohlen hat. Okay, klingt nach einem Plan. Das klingt immer nach dem besten Plan. Wir schlischen Antons Gel auf, trinken sein Blut und so weiter. Danni muss an die Luft. Viva Libertad, Hefa. Direkt zu Castillo. Ja. Weil dann wird da irgendwie so eine Gewitterwolke sein, die sich einfach nur direkt killt. Oder irgendwas. Oder so ein Lugenschlag. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine weise, Dani. Arm. Aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du. Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose, Beine im Hinterhalt. Und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Ja, also eigentlich wollen wir von der Insel nur weg. Keine Sache. Ja, dachte ich auch. Dein Geheimnis ist mir sicher. Ich muss sagen, es klingt nachher eine richtig dumme Idee, diesen Diktator im Alleingang zu killen. Ja, ne? So ein Rache fällt, so klingt richtig dumm. Okay, wir sind zwölf Leute, aber den ganzen Staat stürzten wir schon easy. Oh, okay. Das ist irgendwie weird. Ja? Ich glaube, ich habe mich gerade selber angezogen. Ach, du machst Feuer unter dir. Um Gottes Willen. So, Maximum Cursed. Okay, aber du bist halt schnell damit. Krokodil als Begleiter? Ja, wir haben coole Crocs. Mein Krokodil liegt irgendwie da hinten im Feuer. Oh ja. Extra Inhalte jetzt verfügbar. All deine zusätzlichen gekauften Inhalte sind nun dein. Schau dir das Arsenal, die Amigos und die Fortbewegungsmittel an, um deine neuen Inhalte einzusehen. Wapo, komm mal her. Ja, die muss gestreichelt werden für den Stream. Wieso ein feines lila Krokodil? Oh, meine sind nicht verflügt. Das ist super nice. Doch da, kürzige halten. Ich kriege gerade so viele Waffen. Yo, was habe ich? Ich habe einfach einen Hund aus Metall bekommen. Äh, Verbindungsaufbau? Oh. Cyberauge, Kopfbedeckung. Ach stimmt, ich habe ja auch das Blood Dragon DLC Zeug und so. Oh no. Yo, ich habe einfach... Dein metallischer Freund trägt weniger Schaden durch Schüsse davon und wird immun gegen Gift und Feuer. Ich habe einfach einen Hund aus Metall. Aber ich habe auch eine Katze. Irgendwas am Geruch von geprägter Währung macht diese Katze ganz wild. Sie holt sich nach dem Kampf mehr Geld von toten Gegnern. Let's go. Hat die auch coole Skins? Ja, die hat keine Skins. Erstmal muss der Hund mit. Ah, wir haben jetzt auch ein Fahrzeugmenü. Es gibt nur vier Autos. Okay. Aber dafür sind die so ultra krass anpassbar scheinbar. Gibt es echt nur... Achso, nur so vier Standardautos. Dann höchstwahrscheinlich, ne? Ja. Und die Palme finde ich aber eigentlich cool. Oh, es gibt richtig viele Hupen, die man freischalten kann auch und sowas. Okay, ja, das ist sehr nice. Und man kann die Farben sogar anpassen. Warum sind diese Outfits so cursed? Achso, Outfits habe ich noch gar nicht geguckt, ja. Okay, was macht das Cyber-Set? Gegen deine Nähe werden nach einem Takedown-Kill markiert. Verhaltung gegen Spreng- und Panzerbrechende Munition wird erhöht. Du kannst mir Scharfschützen-Munition tragen. Du bewegst dich schneller, nachdem du Schaden erlitten hast. Die Waffenbewegung wird stark verringert. Kann ich auch eine Option machen. Dafür brauche ich keinen Ausrüstungsteil. Du bist weniger lange geblendet. Du kannst wesentlich mehr Seitenwaffen bei dir tragen, aber deine Bewegungen sind etwas lauter. Ach, Munition, okay. Die Ausbeute an Pesus wird verringert, die Munitionsreserve verringert. Ah, verbessert, mehr Geld. Ach, cool. Du gehst beträchtlich schneller, aber sprintest dafür langsamer. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du Pesus erhältst, nachdem du ein leeres Magazin ersetzt hast. Tiere in der Nähe werden automatisch markiert. Der Schaden von Waffen mit Visieren wird erhöht, aber Schaden durch Schüsse aus der Hüfte wird verringert. Verteidigung gegen Tiere wird erhöht. Die Bewegungsgeschwindigkeit wird erhöht, nachdem dein Amigo einen Gegner getötet hat. Du richtest ein bisschen mehr Schaden an gegen markierte Gegner. Oh, das ist cool. Äh, das hier haben wir noch nicht, ne? Ja. Gegner werden schneller markiert. Du kannst dich Tieren weiter nähern, bevor sie angreifen. Die Verteidigung gegen Wassertiere wird stark erhöht. Deine Bewegungsgeschwindigkeit wird sehr erhöht, nachdem du ein Tier getötet hast. Du plünderst zusätzliches Krokodilfleisch. Let's go. Ich bin halt so zugemüllt mit Sachen. Was ist das überhaupt? Mit meiner Pistole jetzt scheinbar. Krokodiljägergewehr. Uh. Ich habe zu viele Waffen. Ich komme noch niemals dazu, alles auszuprobieren. Ich habe Far Cry Credits erhalten. Ja. So geil. Mein Hund, ey. Hier, komm her. Kann ich dich streicheln? Nö. Du wirst ein paar Far Cry Credits erhalten. Ja, damit kannst du dir eine Gun kaufen oder so. Vielleicht darf ich mir mehr reichen. Das ist die Nagelpistole. Die hat richtig viel Munition. Ja, meine Laserspace-Waffe. Jo, das Nachladen ist cool, wie es einfach so reingesogen wird, das Magazin. Und meine Mixtape-Sniper. Na doch, jetzt kann ich ihn packen. Huselig. Was wird der QR-Code im Halsband wohl machen? Hä? Ich habe 3000... Ich habe 6000 Pesos bekommen. Klingt gut. Mal die Pesos raus. Was? Was, du willst meine Pesos haben? Pesos. Das sind Sachen, die ich eigentlich nicht eintauschen will, ne? Ja, nee. Sehr doof. Aber wo kriegt man denn diese anderen Materialien? Sowas wie industrielle Platinen und sowas her. Wahrscheinlich in schwereren Gebieten oder so. Oh, es gibt einen Bogen. Für 500 Pesos kann ich mir den kaufen. Ach, bei dem Dude oder was? Der hat auch Stufe 4, Impro... Achso, der hat das Impro-Zeug. Ja, okay. Ja, der hat einen Bogen auf jeden Fall. Oh, let's go. Die andere Sniper zeigen. Ja, mache ich noch. Aber ich... Will ich mit dem Zeug spielen? Ich will es noch gar nicht benutzen, glaube ich. Es fühlt sich irgendwie so falsch an, jetzt direkt schon so komplett durchgequippt zu sein mit solchen OP-Sachen. Boah, aber das Parcourset ist cool. Du bewegst dich viel schneller, nachdem du gerutscht bist. Nach der Aktion mit der Blockade... ...kann uns Castillo nicht mehr ignorieren. Boah. Das kaufe ich mir. Bingo! Da bist du ja! Ja, die ist halt cool. Ach, der verkauft ein Parcourset? Mhm. Wollte gerade fragen, wo du das gesehen hast. Nee, bei dem Dude hier. Darf ich sagen, was der QR-Code macht? Ja, klar. Ach, ich habe nicht runtergescrollt. Parcourset. Und ich glaube, dann kaufe ich hier einfach eine Gun. Dann spielen wir erstmal mit den Stufe 1 und 2 Waffen, meinst du? Ja. Zum Beispiel. Okay. Aber ich nehme mein Amigo mit der Geld sammelt. Äh, Chat. Ich habe eine Frage. Das Zeug hier, was ich hier eintauschen kann, das ist aber auch Zeug, was ich brauche, ne? Zum Craften. Das darf ich hier nicht eintauschen für Geld. Ja, okay. Woher hast du eigentlich Pessos bekommen? Ich weiß es nicht. Ich habe einfach meine Katze ausgerüstet. Vielleicht hat die irgendwas gesammelt. Ach, du hast diese Geldkatze? Ich habe die Geldkatze ausgerüstet einfach. Weil ich dachte, ich übersehe das bestimmt ansonsten. Und dann hat die irgendwas gesammelt. Aber eigentlich müsste ich es ja auch bekommen haben. Also, mein Hund rennt er gerade irgendwie auf eine Insel rüber? Also, ich habe einfach nur am Pier gestanden und habe eigentlich gar nichts aufgesammelt. Also, ich bin nicht mal in irgendeine Richtung gerannt oder so. Ich habe einfach nur gewartet. Das macht mein Hund. Das geht einfach. Wie dumm ist dieses Jetpack auch, dass man die gesamte Landschaft hinter sich anzündet, wenn man hier einfach so ein bisschen rumhüpft. Woher habt ihr die Sachen? Wir haben, glaube ich, die Deluxe Edition und sowas. Da gibt es so ein paar Preorder Sachen und so ein Kram. Da ist meine Katze. Geldkatze? Darf ich leider dich nicht hier streicheln, aber die streichle ich später. Achso, wenn du willst, lass ich die wieder anmachen. Ganz vergessen. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo. Ja, du bist auf jeden Fall nicht gemutet, ne? Also, wenn du dich muten willst oder so, kannst du machen. Ich bin in so einer Minute wieder da. Bis gleich. Okay, bis gleich. Ich habe, was du brauchst. Alles frisch vom Schwarzmarkt. Du brauchst Vorräte? Deine Geria sorgt für dich. Du brauchst Vorräte, solange du Pesos hast. Wenn du Vorräte brauchst, kann ich dir behilflich sein. Hör dir mal mein Angebot an. Lohnt sich. Für dich gibt's hier nur das Beste. Ich habe, was du brauchst. Das ist alles frisch vom Schwarzmarkt. Du brauchst Vorräte? Deine Geria sorgt für dich. Ja, ich mache Ultra-Commentary, Leute. Nämlich Zombie ist nicht da, falls es irgendjemand nicht mitbekommen hat. Deswegen ist hier gerade ein bisschen tote Hose, Leute. Ihr wisst schon, wenn der Entertainer den Raum verlässt, dann ist halt... Pfiou. Hallo. Könnte mich halt... Ich hätte gerade ansonsten den Plan gehabt sollen, dass ich mich einfach jetzt hier vor dich stelle und dann... Wenn du Vorräte brauchst, kann ich dir behilflich sein. Okay. Irgendwas mach. Ja, irgendwas. Achso, ich habe meine Klima übrigens angemacht. Warte, ich stelle noch... Äh... Er takes Voice ein, damit ihr das nicht mehr hört. So, aber ich habe mir jetzt Waffen gekauft. Lohnt sich. Und bin upgradeet. Wie siehst du den Chat, Ozoft, eigentlich? Oder hast du ihn gar nicht offen? Ich habe es gerade eben geöffnet, nur. Ah ja, okay. Sonst... Ich dachte mir, ist das deine Aufgabe? Ich bin nur hier fürs Gaming. Das neuste O-Saft-Video wird hier gelobt. Ja, ja. Ultra. Was war denn überhaupt das Neueste? Das ist, glaube ich, zwei Jahre her oder so. Das war auch... Mein bester Kunde. ...diesen Nagelgang geil. Du brauchst Vorräte? Deine Gerier ja sorglich. So, was haben wir denn jetzt auf der Karte? Naja, jetzt haben wir echt einfach alle drei Gebiete markiert. Ja, jetzt fahren wir nach unten rechts, würde ich sagen. Alle drei Gebiete sind tatsächlich für Rang 3. Aber wir markieren mal unten rechts, ja. Für ein Boot. Weil das oben links ist, durften die Leute mit Streamer-Embargo machen noch. Das haben die meisten gesehen. Oh. Das unten rechts und das andere durften die nicht machen. Joa, ich habe nichts gesehen, ist die Sache. Ja, ich halt auch nicht. Ich habe ein Ausrufezeichen irgendwie im... ...HQ, achso, wobei ich drüber fahren konnte. Okay. Wie kommen wir denn hier weg? In meinem Boot. Achso, du hast ein eigenes... Ich bin dann zum ersten Boot gegangen, was ich gesehen habe. Wow. Als ob ich mit mir fahren will. Wie viele Spieler können Koop mitspielen? Eine Person. Die Kiste, die Osav geplündert hat, habe ich automatisch mitbekommen. Oh. Okay, ich gehe zu dir, Osav. Wo bist du? Naja, ich bin bei dir im Boot jetzt. Ich bin zu weit weggefahren. Hallo. Okay, so weit ist die Range dann doch nicht anscheinend. Ich bin ja schon ein paar hundert Meter gefahren. Mann, warum hast du Tennisbälle im Inventar? Äh, die kannst du auswählen. Wenn du Kugel drückt hältst, kannst du zwischen Molotovs, Baseballs und Wurfmessern oder so, was du geholt hast, wechseln. Ich habe irgendwie so Benzinkanister, also Gaskanister. Ist das böse? Es ist rot und weiß, also eigentlich müsste es böse sein. Hey. Okay. Alles gut. Ich will auf jeden Fall Waffe wieder wechseln gleich. Oh, können wir das Boot wechseln und einscannen somewhere? Äh, wir können es probieren. Set safe. Set safe, legal. Den? Militärfahrzeuge können nicht gescannt werden. Guck mal. Egal, dann klauen wir das trotzdem. Okay, fahr du mal weiter. Ich gehe mal kurz Waffe wieder und... Achso, ich habe ja auch den ganzen Schmarrn jetzt hier an. Ich werde das aber kurz reparieren. So, wir nehmen wieder die Pistole. Sniper nehmen wir wieder unsere. Und hier nehmen wir wieder die FAL. Mit den Waffen spielen wir später noch, mit den neuen. Ah, nun, wenn ich verrateste, der Sniper nehme ich die Armbrust. Genau. So, jetzt muss ich noch meine ganze Kleidung nochmal... Du kannst auch direkt ganze Sets anziehen, ne, wenn du möchtest. Ja, ja, ich gehe aber noch den Boni. Schneller beim Nachladen. Schneller nach dem Tier töten. Schneller, nachdem ich Schaden erlitten habe. Mehr Damage gegen markierte Gegner oder eine Chance, Geld zu bekommen, wenn ich ein Magazin nachlade. Mehr Geld. Das war ein Outfit. Oh, ich bin runtergefallen. Hilfe hat ihre Feier. Oh, Saft. Ich komme. Oh, dieses Boot ist echt lahm. Ich bin drauf. Wie ich nicht einsteigen kann, während du fährst. Ja, irgendwie mit Fahrzeugen hat das Ubisoft nie so gehabt. Ja, es wird besser. Ja, stimmt. Ich muss sagen, jetzt hier sind sie... Immer noch kein Ghost Reaken. Das stimmt. Hier, stimmt. Baseball. Die Straße sieht gerade bei mir aus wie ein Fluss. Gefühlt. Einfach nur so komplett. Nagelpistole. Erstmal scannen, hä? Oh, Junge, der hat einfach... Ups. Der Arm. Junge, warum schießt man denn so ein ganz Harpun? Ihhh. Der hat einfach einen Nagel in der Backe hängen. Das sah schon eklig aus. Wir können halt jetzt die Autos scannen. Junge, ist das übel. Musst du dir mal angucken, wenn so eine Harpune da im Kopf hängt. Die Harpunen sind, glaube ich, ultra big, oder? Ja, ja. Die sind halt richtig big. Na, warte. Schieß mal eine Harpune in die rein, ja? Ja, ich scanne gerade die Autos. Ach so. Osaac muss Fahrzeuge freischalten. Okay, ich muss ein bisschen näher. Okay, die Katzen kümmern sich um alles. Ne, sind auch andere Katzen. Wir haben die alle freigeschaltet, die Fahrzeuge. Mach's dir gut. Jo, den hab ich erwischt. Mit der AK kann man sogar schießen, tatsächlich. Als automatische Waffe. Oh, durch die Hand. Ist das sick? Das ist so ein Gift-Druck, ne? Ja. Das ist so, auch durch den Kopf. Können wir noch irgendwas scannen? Ah, den Gift-Truck kann ich scannen. So. Okay, jetzt zeig mir, dass wir den Harpunen sammeln. Äh, meine Waffe ist leer. Ah, ich seh's gerade. Hier steckt noch so ein... Wie so ein Straßenfaller. Also in deiner Hand, ja. Woher kriegen denn diese Spessel-Munition? Ich hab V gedrückt. Komm, du brauchst ja gar keinen Flammenwerfer. Du brauchst es einfach nur die ganze Zeit leer-Taste. Und das ist einfach höchstens. Das hat eine Side-Quest, oder was ist das? Das zeigt und markiert neue Kisten, wenn wir den Luft rein. Dann machen wir das. Ich bin in der Nähe von El Este. Und die Geschichte wiederholt sich. Oh, das bedeutet... In diesem Land werden Legenden geboren. Und hier ist auch noch so ne... Bei ihm ist auch safe was drin. El Tigre, Lucky Mama Lorenzo, Lobo. Boah, es ist aber ätzend hinter dir herzulaufen, wenn du so durch die Landschaft gegangen bist. Libertad schließt die Tür. Warum? Meinst du, alles brechen? Ja. El Tigre ist schon ganz aufgeregt. Ich glaube, ich wechsle auch den Rucksack aus, sobald wir was anderes haben. Verständlich, ja. Ich glaube, ich gehe einfach wieder zum Raketenrucksack. Oh, ich habe so ein Poster übersprüht. Sammelobjekte. So sieht's aus. Du bist sicher der Kleine von Clara. Der Auserwählte von Libertad. Nenn mich nicht Kleiner. Schon verstanden. Du bist Bebe Tigre. Und keine Angst. Ich sorge dafür, dass du nicht als Trophäer von Benitez endest. Wer ist Benitez? Die Anführer von Teos Marine. Hä? Einfach... Ich glaube, das kann sie nicht scannen. Achso. Die anderen hast du aber alle gescannen, oder? Jetzt bring das Fahrzeug zu einer beliebigen Übergabestelle. Danach ist es dann für dich verfügbar. Ah. Wartest du? Oh, warte, ich komme mit. Ich weiß nicht, wo eine Übergabestelle ist. Hat irgendwie Tab gesagt, aber dann habe ich nichts mehr gesehen. Kann ich. Siehst du den Typen vor mir? Auf der Straße? Macht der bei dir auch... Okay, er hat sich beruhigt. Ja doch, der wackelt bei mir auch. Wir heben jetzt mit seinen Gannen. Und bring deinen Kletterhaken mit. Den wirst du brauchen. Er hat ihm geholfen. Ich schreit deinen Arsch auf unseren Berg. Wir können es nicht erwarten, dich kennenzulernen, Baby-Tiger. Fertig, dann los! Was schreit da so rum? Disturbing Tumor. Oder meine Katze. Ich weiß nicht, was es ist für ein Tier. Die Map ist auf jeden Fall viel schöner, als in den vorherigen Teilen. Ja, also... Ja, doch. Ich würde sagen, Far Cry 4 war aber eigentlich auch ganz hübsch, tatsächlich. Ja. Dieses Nepal... angehauchte Gebiet. Amerika war nicht so cool. Also in Far Cry 5 von diesen 5,5. Nee, das war echt... Joa. Ja, aber es gab ja auch so Dschungelstellen in Far Cry 5 und... Tiere schwimmen. Die Dschungelstellen hier sehen halt viel schöner aus. Joa. Um Gottes Willen, bist du rausgesprungen oder... Nee, ich war noch. Achso. Wieso soll ich denn ausspringen? Okay. Weil wir brennen. Batsch, 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 batsch. Oh, Hasen kann man hier jagen. Ah, lol. Ich hab mal einen Sprintbonus, weil ich grad kurz gebrannt hab. Oh, eww. Eww? Mein Hand war grad verdreht. Ja, ne? Schon echt eklige Heilungsanimation. Hier rennt ne brennende Katze hinterher. Hä? Oh, ist Feine gefunden. Die Katze einfach gar nichts gemacht hat, um uns zu retten. Ich hab die grad einfach geroasted mit Pau. Oh, Alter, deine Katze. Das riecht total aus. Ja, ja. Das ist auch schon die ganze Zeit am Brennen. Oh, wie sie sich auf den Boden rollen. Okay, ich hab wieder dieses Befestigungsmaterial bekommen. Ich glaub, ich kann jetzt meine Sniper upgraden. Ey, dieses Feuer ist... Das ist so schrecklich. Wir müssen echt den Doppelsprung weglegen. Oh, die sind da sogar schon gering. Aber vielleicht haben die auch ne Bergbank da vor Ort. Hey, Digga. Ich bin am Krabbenfelsen. Sehr künstlerisch. Der Künstler war Lorenzo. Und wir Guerrieros sind wie die Krabben. Harte Panzer. Scharfe Scheren. Sie kämpfen sich aus dem Dschungel bis ans Meer, wo sie gebären. Aber von dieser Doppelsprung ist auch noch so... Ich weiß nicht, man macht's einfach und man kriegt das Feuer erst später mit. Ich versteh schon. Nimm den Pfad den Berg hinauf. Es ist ganz leicht. Ein Guerrero muss trittsicher sein wie eine Ziege. Ziege? Ui, mit Schlinge? Ja. Hallo Schlinge. Schlinge redet nicht mehr. Hä? Ja, in deinem Chat denkt, du bist Schlinge. Achso, oh. Hallo. Ich bin nicht Schlinge. So, was ist jetzt? Ich zeige mir hier ein Bild. Okay, wir wissen. Man scheint noch weiter hoch. Ach, hier ist so eine Kletterpartie an der Seite. Hast du die Ziege angezündet? Was? Ja, nebenan. Oh nein. Alter. Du musst hochzuhören, wir hier links an der Seite. Ja. Können wir gerade kurz gucken, ob Wasserfall was ist. Ja. Hast du. Zügen. Diese verdammten Angeber. Ich weiß nicht, der Doppelsprung bringt halt gefühlt nicht mal was, außer dass du ein bisschen schneller dich bewegst. Ne, mit Sprinten ist man gleich schnell. Du bist vorhin gelaufen, ich bin hinterher gedasht und ich habe dich kaum eingeholt. Ah. Also, Jump'n'Runs kannst du es einfacher machen. Irgendwie nicht wirklich, weil du kommst halt nicht wirklich viel höher damit. Ja, aber man kann so weiterspringen, weißt du? Ah ja, das stimmt. Wie komme ich zu dir? Kann man schwingen? Ja, ich muss so ein Haken und dann schwingen, genau. Ach, man kann schwingen. Ah, ich kann ihn einfach durch rein. War ja eine Palme der Natur. Nein! Gut, dass keine Klippe in der Nähe war. Geil. Ich bin erstaunt, dass ich nicht gestorben bin. Das Ding war einfach nur ein Scam. Dieses Jetpack. Nein! Kannst du irgendwie aufgeben? Nee, aber da geht, geh weiter. Ja, du sporkst halt direkt dann bei mir, da musst du nicht mehr alles hochflittern. Oh, macht mir Sinn. Oh, macht mir Sinn. Geh ruhig vor. Lass mich zurück. Von warum müssen wir auf diesen blöden Berger rufen? Wobei, okay, das Hauptgott hier ist diesmal von dem anscheinend, der wenigstens einen Ticken besser versteckt. Ja, da muss man echt ein bisschen Parcours machen. Ich wette, sobald wir einmal da waren, gibt es so eine Hauptstraße, so eine Autobahn, die hier auch hinführt. Auf der anderen Seite vom Berg. Ja. Gibt so einen riesigen Neonschild, Geheimversteck. Bambi! Ein Hirschfleisch. Ja, wir brauchen das. Das sind Upgrades. Ach, ich kann mal eintauschen, glaube ich, das Fleisch, ne? Ja. Wie kann die Luft gleichzeitig nicht kommentiert sein? Die tun nicht mal weh, die Steine. Nice, aber dafür sehen die echt bedrohlich aus. Okay, ich bin beim nächsten Bild. Ah, ja, das ist der Hai. Ein tödlicher Jäger mit Messern, scharf wie Zähne. Eigentlich sieht der Fels einfach nur aus wie ein Hai. Irgendwer baumelt da unten. Ich treffe mich, die Zähne. Du hast den Bogen schon, oh cool. Ja. Also mussten wir schnelle Wege nach oben und doch schnellere nach unten sichern. Lucky meldet sich immer freiwillig, die neuen Wege zu testen. Das ist ganz schön mutig. So wie du, Clara hat mir von dir erzählt. Ich bin auch ohne Amman, Papa aufgewachsen und bist doch zur Legende geworden. Viele Guerrieros sind weißen BB-Tiger. Das ist immer ein bisschen was verrückt. Ja, ich merke schon. Irgendwie brennt hier alles. Du nimmst einfach Leute auf deinen Berg ein und die zünden einfach nur alles an. Ja, Lobo, ein revolutionärer Krieger und guter Freund. Der fiel in der Schlachthaus für 67 S.B. Der Hund. Das erklärt dein Kater. Jedes Jahr trinke ich zwei Flaschen Rum. Eine für mich und eine für Lobo. Er hat nie ein freies Jünger gesehen. Ich bin third person. Ich bin third person. Das ist das Letzte. Ich bin auch ultra merkwürdig in third person, wenn ich mich drehe und so. Ich bin hier runter, du verpasst den ganzen Spaß, baby Tigre. Ist es Absicht, dass man third person ist in dem Gebiet? Ich denke. Okay, hallo, baby Tigre. Wir sind da. What? Kennen wir den irgendwoher? Der hat uns die ganze Zeit zugelabert. Ja, aber warum hat der uns? Klingt, als ob der uns schon so Jahre kennt. Der hat von Clara Geschichten über uns gehört. Aha. Das Mikasa ist so krass, baby Tigre. Komm, du triffst die Familie. Lucky, meine Nase ist wiedergebrochen. Ich bin nicht deine verdammte Mutter. Da draußen gibt es Leute, die wirklich verwundet sind. Ich leide. Vorsicht, Mama. Herpes zählt aber nicht. Das ist Lorenzo Canseco. Poete-Legenden. Ah, ich erahne heißes Kämpferblut. Oh Gott, wir kriegen einfach 18 neue Charaktere. Dabei kennt man die anderen ja auch schon, alles ist gut. Ehrlich, aber sie hat doch geknackt, Merde. Noch ein Patient? Sieht nach La Morale für mich aus. Ich bin Dani Rojas von Libertad. Die neue Faust der Revolution. No, Clara schickt mich. Libertad braucht die Legenden an seiner Seite. Ein paar echte Helden. Noch ein Castillo bekämpfen? Er ist genau das, was Yara verdient. Buenas Verte. Nein, eine Revolution war genug. Da hat sich Clara wohl getäuscht. Nicht aufgeben. Sie müssen nicht nur etwas kennenlernen. Versuch mich, wenn du dich eingelebt hast. Mein Baby Tigre. Tolles Altenheim. Wir haben echt immer so lauter Rentner getroffen. Ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt gerade enterpasst sind. Ich auch nicht. Zehn Moneda. Was macht man überhaupt mit Moneda? Keine Ahnung. Guerillelager einrichten. Spricht mit dem Vorarbeiter von der Bauleitung ein paar Einrichtungen im Guerillelager zu bauen. Bauen für bessere Lagereinrichtungen verschiedene Vorteile zu halten. Und unterschiedliche Spezialisierungen freizuschalten. Okay, und der macht hier einfach ein bisschen das Fitness. Warum ist die so eine... Machst du die Klingel? Ich will... Ich will mit dem Ju drehen, aber ich kann nur Klingeln. Hallo, wir wollen was bauen. Ja, dürfen wir nicht... Hä? Ich bin Stark. Schon müssen wir die Hauptfest machen. Was ist das hier? Bandido-Einsätze. Was kann ich für dich tun, Dani? Benito. Zehn Minuten ist der weg. Ja. Ne, eine Minute ist der weg bei mir. Ah. Zehn Leute. Eine. Ah ja, ist auch gut eine. Ah ja, und dann kann man die losstecken und dann schaltet man scheinbar verschiedene Sachen frei. Hier holt mir eine Waffe jetzt. Viva Libertad. Viva Libertad. Kannst du hier mit dem Video drehen, Samhain? Äh, mit dem? Ja. Ich bin Lola. Ja. Die hat einen Schwarzmarkt. Da kann ich mir einen Rabbit kaufen für Moneda. Geil. Die hat auch Waffen für Moneda. Eine Schrotflinte. Ich kann mir den halt nicht verkaufen. Und eine Ostfront-Scharfschützengewehr. Tausend Moneda kostet eine Waffe hier. Ah ja. Es sind halt auch vier Sterne Waffen. Wird aktualisiert in drei Tagen und neun Stunden. Ah, okay. Das sind so Battle Pass-Systemen quasi. Höchstwahrscheinlich mit einem so rotierenden Shop. Ja, der Shop rotiert halt, ja. Äh, wir haben hier auch Sondereinsätze. Wähle einen Sondereinsatz, den du spielen möchtest. Oder wähle ein schnelles Spiel und stürze dich direkt in eine von der Spielersuche bereitgestellte Erfahrung. Meso Zuiko. Jo, wollen wir nicht erstmal kurz die Hauptquests ansonsten weitermachen? Äh. Wir kriegen dadurch auch Rüstung und richtig viele Monedas. Ja, dann machen wir das. Komm. Let's go. Schwierigkeitsgrad. Ach, man kann es auch höher einstellen. Aber dafür müssen wir unseren Rang erst erhöhen und kriegen wir viel mehr Geld für dann. Okay, machen wir einfach mal. Spielen wir einen Sondereinsatz bei den Dinosauriern. Stiehle das PG-240X aus dem Besucherzentrum. Äh, annehmen. Aber hier muss ich jetzt irgendwie bestätigen, dass ich das machen möchte. Kann ich halt nicht dazu zwingen. Nur zu der Story darf ich dich zwingen. Du vertickst Zeug aus dem Taxi-Rausch. Clever. Ja, und von den Gästen höre ich das Neueste. Deswegen weiß ich, dass dieses Zeug auf dem Markt ist. Das Militär von Castillo entwickelte eine chemische Waffe namens PG-240X. Das werden sie nutzen, um eure Revolution zu zerschlagen, um es danach an den Höchstbietenden zu verticken. Das darf nicht passieren. Ich muss sie aufhalten. Wenn du das tun willst, musst du sie stehlen. Aber die Waffe ist sehr instabil. Und das Militär hält sie in Kühlgeräten weggeschlossen. Suche nach den verantwortlichen Wichsern. Die haben die Schlüssel. Genau wie sonst. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wenn die Probe zu heiß wird, dann wird man dich mit einer Schaufel vom Boden kratzen müssen. Also, einmal aus dem Kühlgerät raus, darf sie auf keinen Fall überhitzen. Bleib im Schatten und nutze Wasser. Oh, echt schön, dass du das nicht vergessen hast. Haha, sobald du sie hast, fahre ich dich sofort hier weg. Aber glaub nicht, dass sie dich einfach so mit ihrer Geheimwaffe da rausspazieren lassen. Oh, keine Sorge. Legen wir los, Lola. Okay, das klingt schon sehr unangenehm. Und warum kriegen wir so eine Ultra-Cut-Szene für diese Mission? Ich weiß es nicht. Ich dachte, die wäre auch vorbei, aber es geht einfach weiter. Sie sichern die Waffe, bis sie abgeholt wird. Es gibt halt auch nur sechs solche Sondereinsätze. Okay. Ich dachte, die rotieren oder sowas. Finde raus, wo das PG-240 aufbewahrt wird. Verwende deine Karten in der Region, um fündig zu werden. Schalte den Kommandante der FND aus. Umstieh den Schlüssel. Dieser öffnet das Kühlgerät. Beschaffe das PG-20 übrigens zu Lola. Du bist Lola. Okay. Hallo, Lola. Munition auffüllen. Ist das jetzt auf der normalen Map? Ach, guck mal. Wir sind doch auf so einem Special Map. Ja. Guck mal in so einem Freizeitpark. In so einem Dino-Park. Scheinbar. Ja, ist schon cool. In der Tat ganz cool. Okay, und hier kann man sich Wasser rausholen lassen aus dem blauen Saurier. Wofür brauchen wir Wasser? Äh, damit das PG-40 nicht explodiert. Das hat ja so ein Überhitzungsding. Aber du kannst dich hier waschen. Corona kommt vor. Ich hab's gesehen, dass du dich gewaschen hast. Äh, hast du aufgepasst, wo das aufge... Ähm. Erreiche das Besucherzentrum einfach nur. Okay. Nordöstlich vom Eing... Ah, warte mal. Ach so, okay. Und im gesamten Ding ist Todes-Area. Bergebiet halt einfach, ja. Lola, weißt du, wo das Besucherzentrum ist? Hm, mir ist es zu lange her. Ich erinnere mich nicht. Such nach den alten Karten vom Park. Da müsste es draufstehen. Ich lass den Taxameter laufen. Hast du echt jetzt? Ich muss dafür bezahlen. Ah, weil hier ist doch auch Beschilder rumzummel. Aber Juan wird dafür bezahlen. Äh, ich hab grad zugehört. Warte, was? Hier ist doch auch noch Beschilder. Ja. Oder keine Ahnung. Wobei, wir müssen nach diesen Karten gucken. Da vorne ist eine Karte. Das heißt, die beiden killen wir jetzt. Ich nehm den Linken. Drei, zwei, eins. Au. 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 Hier, fahren wir gut raus. Gute Arbeit. Jetzt sind wir hier beim gelben Fall. Okay, Besucherzentrum. Kannst du Spanisch? Ja, wir müssen sein, das ist das Zentrum der Visitante. Hier, da. Achso. Achso, dann können wir einfach durch den gesamten Park einmal durchlaufen. Mir ist ja dann egal, wo wir hingehen. Können wir. Ups. Wo hast du gesehen? Ja, wir laufen einfach. Vielleicht sehen wir ja einen echten Dinosaurier. Das ist geil. Kann auch wie bei FX-Tippen runters leiden. Das hab ich schon ein paar Mal gemacht. Am Anfang. Ich krieg da einen Movement Boost, wenn ich das mach. Ja, du hast ja auch irgendwie unendlich Geld bekommen. Ja, das kann ich mir auch nicht erklären. Also ich weiß halt echt nicht, woher das kommt. Wir haben eigentlich exakt die gleichen Versionen. Wieso seid ihr plötzlich im Jurassic Park? Irgendwie hab ich ein Kapitel verpasst. Wir haben so den Sondereinsatz an der Tafel gestartet. Wir haben keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Jurassic Park. Jo, du bist halt so schnell. Wie echt? So? Wie schnell? Ah, ich bin schon gut schnell da, tue. So, wir müssen uns mal wieder nach einer Karte umgucken. Deswegen. Oder ist das das Besucherzentrum einfach? Das ist halt der, das da vorne ist das Besucherzentrum. So haben wir hier. Ich hab grad ein Frettchen erschossen. Sorry. Oh. Ich hab das Besucherzentrum gefunden. Keine Ahnung, wo das Kühlgerät ist. Scheiße. Vielleicht wurde es woanders hingebracht. Weit kann es nicht sein. Wir sind hier ein Campus. Ich bin tot. Oh, äh. Komm, ich mal helfen. Ich kann dir ja sogar zugucken. Ich lieg halt ultra doof an irgendeiner Klippe. Oh. Jetzt hab ich ihn. Ich versuch's mal. Halt mal deine Wunde zu. Äh, ja. Äh, das reicht nicht mehr. Brauch ich gar nicht drücken. Nein. Was passiert dann? Was war ich jetzt bei? Ich bin bei dir. Okay. Scheiße. Vielleicht wurde es woanders hingebracht. Weit kann es nicht sein. Ria Campos hat das Sagen da. Und vermutlich den Schlüssel. Ich versuch's. Suerte. Du bist in eine Mine reingetreten. Ah. Ich hab schon jetzt meine Granate auf mich geworfen. Ich glaube hier ist ganz viel Rot. Oh, die Nagelpistole macht halt One-Hit. Die ist halt cool. Ich hab erst eine Nagelpistole bei Deathloop gespielt. Deswegen will ich eigentlich keine Nagelpistole spielen. Oh, ich hab ja auch. Ich hab ja mit einer normalen Pistole, glaube ich. Oh, der hat eine Harpune ins Gesicht bekommen. Ich hätte gerne eine mit Panzerbrechen da. Ich hab was gegen Panzerung. Yo, du machst keinen Alarm. Alarm deaktivieren. Man muss so 10 Sekunden E gedrückt halten an dem Kasten. Yep. Ich halt immer noch gedrückt. Ich halt immer noch gedrückt. Jetzt ist die aktiviert. Ich hab doch eine Etude Röfer angesprintet irgendwie. Nee, nicht mehr. Was ist denn der andere? Ach da. Der will auch gerade zum Alarm. Der ist aus, der Alarmkasten. Hä? Von was hast du dich gerade angegriffen? Du hast wahrscheinlich einen Nagel von mir abbekommen, weil ich gleichzeitig in den rein geballert hab. Jetzt mal eine passen. Äh, Fakai 6 im Korb ist komplette Story zusammen. Und Special Mission zusammen. Alles zusammen. Ja, außer halt die ersten paar Minuten. Was ist das? Hat das das Kühlgerät? Ja. Wir dürfen jetzt nur durch Schatten laufen und müssen Wasserstellen suchen, um das zu kühlen. Das klingt fast. Okay, wo ist jetzt eine Anzeige dafür? Ach, ich hab's in der Hand. Das PG-240 überhetzt in der Sonne. Bleibt es im Schatten, ist es gekühlt. Ansonsten brauchst du Wasser, um es abzukühlen. Okay, dann die Wasserstellen ablaufen. Ach, das willst du nicht. Ist alles voll mit Blut. Alles mit Schatten ist gut. Hier ist Schatten, hier ist Schatten, hier ist Schatten. Ich bin im Schatten. Hier ist Schatten, hier ist Schatten, hier ist Schatten. Oh. Ich kühle das besser im Wasser runter. Ups. Hier ist Wasser. Was ist gesichert? Los geht's! Ich hab die Waffe. Ich kann's gar einfach laufen. Da kann man wachen. Wo? Da, rechts. Ich geh die Kille. Gibt's keinen Ping-Knopf in dem Spiel? Okay, nice. Oh. Okay. Wieso klappt man das denn nicht nachts? Ja, weil wir es halt sofort haben wollen, bevor es weggeschafft wird vom Militär oder so. Ja, hier ist nirgendwo Schatten zum, äh, Ja, das hält ein bisschen was aus, das Zeug. Wir müssen einfach da den Platz jetzt einnehmen. Okay. Ich bleib jetzt hier im Schatten. Ah, ich kann's auch wegstecken und kämpfen. Let's go. Okay, ist es wieder kühl? Aber es kühlt sich nicht im Schatten ab, oder? Hä? Gebt zurück. Hä? Jetzt gibt's her. Nein, du bist das ja in der Weinschaft. Hä? Hä? Warum kann ich das so ultra wegschicken, das Ding? Äh, denkst du es die gute Route hier? Jaja Hat halt immer noch nur einen Strich bisher von den 10 die es haben darf Ah, ok Zwei Striche Hier ist wieder ne Wasserstelle auf jeden Fall Drei Striche Ich muss sagen, den Bogen kann ich irgendwie nicht aimen Aber allgemein ist aimen, die spielen so ne Sache finde ich Das Wasser kann ich brauchen, damit das Teil nicht überhitzt Au, 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 ich werd gemörsert Aua, ich wurde gemörsert, ich lieg am Boden Der hat mich auf befeucht Aber ich war beim Schatten Der hat mich auf befeucht, äh, das Ding explodiert Danke Danke Geht empfindlich auf Feuer, ja Junge Warum sind hier auf einmal 200 Leute, lebst du noch? Ne ne? Ne ne, ich bin da Aber ich bin gleich tot, das heißt ich kann mich gleich resen Mach mal Doppelsprünge vielleicht Mach mal Doppelsprünge vielleicht, Luke, das geht Tot Oh Ich darf halt nicht aus dem Schatten raus und die sind von allen Seiten auf mich zugesprintet Und was jetzt? Haben wir nen Checkpoint oder müssen wir einfach... Oh, ich hoffe nicht, dass wir komplett von neu anfangen müssen Ne, wenn wir komplett von neu anfangen, dann... Ah, ne Ah, okay, ich heb's aber nochmal raus und jetzt mach ich halt meine Doppelsprünge und... Bin halt einfach schnell Lola, hör auf die Waffe, ich mach mich auf den Weg zu dir Scheiße, Leute Da sind Wachen, ich geh ein bisschen außen rum Ach, das willst du nicht, das ist alles voll mit Blut Wir sehen uns später Sooo Oh, das war nicht schön Komm, das Ding piept einfach mal so gigaschnell, wenn du es ins Wasser hält Ja Weil es halt abkühlt Das klingt aber so, als ob es gerade explodiert eher Eingebautes Warnsystem Der Park da vorne hat aber echt viele Gegner, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein jetzt Ja, ich geh einfach rein und mach meinen Raketen-Rucksack Du hast doch gar keinen Raketen-Rucksack, du hast doch auch den... Feuerwirbel Ja, ich mach meinen Feuer-Rucksack einfach, meinte ich ja damit Was? Achtung! Es ist total... 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 Erste in die perfekt geraden Schüsse? Ja Okay Was immer das für eine Nagelpistole ist Hier ist halt ultra viel Druck dahinter Yo, ich darf halt nicht Das Feuer, um mein Ding zu löschen, ne? Ja, ich bin maybe da Ich glaube, es lebt noch eine Den habe ich Was erkühlt Ja, wie viel hat es denn? Was sagt es denn? Ja, nicht mehr viel, wo ist Wasser? Hier So eine Pumpe Sehr gut, da ist Wasser Ah, sehr schön, ja Werd ein bisschen kühler, mein kleiner Wo sind wir denn jetzt hier? Oh, wir kaufen aber in die richtige Richtung Ja Du weißt, wo der Ausgang ist, in welche Richtung Da hinten ist das Tor, da ganz oben, siehst du das? Ah ja Wer kommt denn da? Vom Gottes Willen Du bist irgendwie in so 5 Patrouillen reingerannt gerade Ja, maybe Ich habe gebrannt, Zombie Ich bin brennend in 3 Patrouillen reingegangen Na gut Sag mal, ist es fein Bin gleich wieder da irgendwann Ich bin aber sofort wieder da, let's go Ich habe die Gegner markiert für dich Und wir reinschleichen können Okay, du Ich bin gespawnt, Zombie Ja, dann in die reingerannt Nee Okay, aber ist doof Oh Gott Okay, ich bleib glaube ich bei den Maschinengewehren Ich treff einfach nicht Mein Aim ist einfach nicht Okay, ich bleib noch ein bisschen in Deckung Bis du wieder entscheiden kannst Oh nee, jetzt haben die mich Wie denn? Lass mich auf, schieb weiter Erstmal eine Partie Ich bin sofort wieder da Mai, mai Ich werde keine Heilung mehr Und die werfen echt viel explosives Zeug Ja Okay, das Ding ist schon langsam Ich muss echt schnell mal kühlen gehen Oh Gott, ich wurde gerade vor Mörser getroffen Jo, wo liegen hier überall Granaten? Okay, Mörser, deal ist down Welcher der 7? Der eine, der nur Mörser Ach, da ist ein Wasserbecken Oh, sag das doch Oh Wirklich ins Wasser Ja, kühlen Oh Junge Was ein Stress Kann mich hier nicht mörsern Oh Gott, ich werde hier schießen Ja mit Raketen werfen Wie trifft der denn so genau? Was zur Hölle ist passiert hier? Ich sehe nicht mal einen Mörser Und wenn da keine Waffe ist, warum hilft die uns nicht? Warum schickt die uns nur zu zweit rein? Und warum bewahren die den Dinopark aus? Ja, weil die da gerade vor ein paar Stunden erst abgestürzt ist, die Waffe, das haben sie gesagt Ich gehe hoch gerade noch Achso Das ist der Kampf nicht wert Ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie lange dieses Ding hält Ja, das ist kurz vor dem Explodieren War sehr rot am Leuchten Ich hab's bis zu dem Pilz geschafft Lola, ich bin vorne Wo zum Teufel bist du? Warum ist Lola nicht da? Ich kümmere mich darum Gibt's hier noch Mogen? Okay, spawn jetzt Gegner Hinter mir auch noch Oh, hier brennt einfach nur alles Oh, oh, Saft, ich glaub an dich Oh Habe ich auf dich geballert? Ah, nee, ich hoffe War das ein Feind oder warum hat der so ein Wiederaufleben-Symbol? Ich weiß es nicht Ich hab halt irgendwie einen abgeschossen, der wiederbelebt werden konnte Ich dachte, das wäre unsere Frau gewesen, die jetzt irgendwie Nee, nee, ich glaub, die können sich gegenseitig jetzt aufheben oder so Ja Ah ja, keine Ah, dass es so Medics gibt oder so Was? Da drücken Hier ist irgendwo ein Gegner Ja, mit Raketen, ja Ja, den hab ich Ei, 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 ei Okay Du erlebst bald meine Beerdigung, wenn du dich nicht endlich beihst Ein paar Minuten noch Oh Junge Der hat's gut getroffen Oh, ich hab mich selbst umgebracht Ich lebe! Du überlebtest du mich sonst nicht Danke Werfe nur im Sterben Kehre zu deinem Ziel zurück, sonst scheitert die Mission Okay Ich hasse unsere Taxifahrerin? Nee, ich hasse unsere Jetpacks Ich weiss nicht, wo, wo ich, ah, meine Finger, wo ich Heilung herbekomme Da ist gut, schon mal ein feindlicher, oder? Oh ja Oh, warum ist der feindlich? Das ist auf jeden Fall so ne Sache mit dem Ich hab halt nur eine Waffe, die ihm Schaden machen könnte Nee, der kriegt auch allgemein Schaden, glaub ich Also ne, ich fiel auf jeden Fall Ja, mein AK kriegt da eigentlich gut Schaden Ja, aber mein AK ist ja leer Und ich weiß nicht, wo ich noch Moon herbekomme Okay, ich halte einfach weiter drauf Ah, da ist noch Moon Okay, bin doch wieder am Start Let's go So, dass wenn du Muni aufhebst, krieg ich auch Muni Äh, hier ist irgendwo ein Gegner in der Nähe Jo, was ist das denn für ein Aim-God? Der hat mich fast Solo getötet Abgeschlossen, easy Die ging ja schnell Kleine Seitenmission Hier Und? Hast du was aus dem Shop für mich? Eine schöne Chemie-Waffe vom Militär Tja Naja Mit deinem Eis machst du's wieder gut Jetzt gleich können wir noch die Belohnung von dieser anderen Mission abholen Ja Belohnungen 150 Dollar 100 Dollar 20 Dollar Jo, noch so ne Weste, ne? Oder haben wir alles bekommen? Ich hoffe Danke Verbleibende Zeit 27 Sekunden Stimme für den nächsten Achso, ne, verlassen Koop-Session beenden Bist du sicher, dass du das Koop-Spiel beenden musst? Du bist dann dort, wo du Bevor du Ja, ja Einfach raus Man kann diese Mission in so einer Loop spielen halt Einfach Grinden Du bist auch wieder hinter mir, oder? Bin ich wieder bei dir? Ja Nice Und jetzt können wir hier Ich muss jetzt einen Weg entscheiden Ja, da kriegst du unterschiedliche Sachen 300 Pesos Bisschen Benzin Oder ein bisschen Medizin Pesos Schritt abgeschlossen Belohnung 300 Pesos Keinen Rekruten verloren Oder sowas Okay Schritt 2 Ja, 300 Pesos Sport fahren Was ist das? Robustes Plastik Metall Medizin Ja Ja, mach mal Brandstiftung Bandido-Einsatz Abgeschlossen Und jetzt hab ich neue Ich hab ein bisschen Cash bekommen Ich hab ein paar Materialien bekommen, glaube ich Glaub, diese robusten Dichtungen waren für irgendwas gut Äh, wir brauchen Medizin Metall Ja, man kann hier Sachen bauen Ah Wir standen nur zu nah an dem dran Hat vorhin einer im Chat geschrieben Danke Person Warum heißt Osaft Captain Roblox 95? Weiß ich nicht Das ist mein Rainbow Six Name Ja und dann Du musstest dein Newplay mal wechseln Weil es gehackt wurde oder sowas, oder? Nö Ne? War das Maudado? Maudado, es wurde gehackt, ja Okay Kann auch sein Maudado wird von irgendwelchen Russen oder so gehackt Und der hat den Account dann privat weitergenutzt anscheinend Oder weiterverkauft, keine Ahnung Auf jeden Fall hat er den immer wiederbekommen Ja, also Der heißt aber Captain Roblox, weil Osaft der Captain Roblox ist Ja, genau Und dann hab ich noch Daniel, der heißt Captain Ehre Also Hier Wir können ein Verstecknetzwerk bauen Ein geheimes Netzwerk von Verstecken, das sich durch ganz Yara zieht Dieses Bauvorhaben bietet Zugang zu einem Wingsuit Und ermöglicht dir Beim obersten Speer Versteck im ganzen Land als Schnellreiseziele zu kaufen Beim obersten Speer Verstecke im ganzen Land als Schnellreiseziele zu kaufen Also man kann sich neue Schnellreiseziele kaufen Und kriegt ein Wingsuit, wenn man das baut Dafür fehlt mir vier Benzin Ich krieg dieses Menü einfach nicht auf von dem Dude, ist das Ding Ja, vielleicht darfst du es gar nicht öffnen Kann ja sein Ach, weil es deine Welt ist, ne? Ja, weil es meine Spielwelt ist Das war das Erste Beim Zweiten kriegen wir bessere Waffen Und Aufklärungslaptops, die an Aussichtspunkten stehen Mit denen kann man die Landschaft aufdecken Äh, Fischerhütte Eigentlich Wingsuit, oder? Ja, äh, mit der Fischerhütte kriegt man Angelgebiete Erwirbt Ausrüstung und permanente Stärkungen, um zum Meisterangler zu werden La Cantina Äh, Mahlzeiten, die Stärkungen einbringen Bandidos-Kaserne Ja, mehr Rekruten für diese Missionstafel da Und Jagdhütte Zeigt dann die besten Jagdgebiete an Starte dich mit Ausrüstung, Waffen und permanenten Stärkungen für die Jagd aus Damit kann man bestimmt den Bogen nochmal upgraden oder so auch Ja, safe Ja, also wir brauchen Benzin Und wir können hier aber nur noch so zwei Einrichtungen bauen Von den sechs Stück, die es gibt Kommt bestimmt dann Ach, und dann hat man vermutlich in jedem Gebiet so ein Lager Ja, denke ich auch Aber ich würde jetzt, dass ich das nicht machen kann, ist die Sache Aber dann geht der Wingsuit vermutlich auch für Für mich dann In deinem Gebiet Oder wie muss ich das verstehen Hoffentlich Ansonsten ist ja ultra Ultra-shitty einfach nur Kann ich Upgrades für diese Nagelpistole kaufen? Ach, kann ich Ja, da kann ich mir schnelles Nachladen und sowas holen Größeres Magazin Was kann ich mir hierfür holen? Die Projektile fliegen weiter und schneller Besseres Nachladen, auch gut Aufgespießte Gegner werden zu Raubtierködern Wo hast du meine Sniper? Ach, ich weiß noch gar nicht, ob ich irgendwas upgraden will gerade Ich nehme einfach meine Pistole Ich hätte gerne Einen Händler hätte ich gerne So, wo man hier Sachen Nee Du kannst ja nichts kaufen bei denen, oder? Ich habe ein bisschen Pesos bekommen Durch meine Mission gerade Du kannst ja sonst zu dem einen Dude reisen Hier sind die Bösewichte aus den alten Fakoy spielen Hör wo? Hier vom Fernseher Let's go Ah, das sind die DLCs Was? Wahnsinn Pagan Kontrolle Joseph Kollaps Bald verfügbar Ah Schatzsuche gefunden Ja, so ein Steinchenspiel will ich nicht spielen Ich habe noch den Jetpack ab Ja, irgendwann Machen wir von dir nicht zur Hauptmission, oder? Mhmm Ah, warte Ich sitze auch noch den echten Jetpack gerade ab Das ist das Ding Ich wechsel jetzt den Raketenrucksack dann Okay Bin ich dabei? Dann ist weniger Feuer Supremo Go Ausrüsten mit F Okay Komm mal noch Hä? Hab ich was gekau- Oh, ich habe Designs gekauft Aus Versehen Ups Ich wollte eigentlich nur gucken, was das war Ich weiß nicht, was ich dafür gerade ausgegeben habe Na ja Egal Ja, egal Kriegen ja noch mehr als genug Zeug Willst du ja wahrscheinlich Haben wir bei jedem Far Cry die ganze Map abgearbeitet? Eigentlich schon, ne? Alle Outposts auf jeden Fall Eigentlich ja, ja Müsste Ja, wobei es hier glaube ich nochmal einen Ticken ätzender ist Als in den anderen Teilen Ich finde es gerade ein bisschen alles sehr hin und her Ein bisschen durcheinander alles gerade noch Ja, genau Ich würde auch gerne die erste Insel irgendwie noch fertig machen Fehlt ja eigentlich nicht viel Ja Können wir auch machen Müsste Müsste Egal Ich bin für alles offen Such du das aus Du kannst auch hauptsächlich noch eine Mission machen Woran erkennt man denn, dass es ein Außenposten ist, den man einnehmen kann? Glaube Es gab ja eigentlich nur Straßensperren Im Endeffekt, die man einnehmen konnte Diese Außenposten werden vermutlich diese Sperrgebiete dann sein Aber die kann man halt nicht Nicht in dem Sinne einnehmen Aber da werden glaube ich die ganze Zeit diese Waffen und sowas dann drin liegen Immer Die haben so Also die, die wir eingenommen haben, die haben so ein Flaggensymbol Ja FND Basis erobert Johans Waffenhändler Gorilla Sperer Fahrzeugabübergabestelle Und so weiter Egal, machen wir einfach die Story hier Wir haben ja ein Lager eigentlich Ich würde nur echt gerne wissen, wo ein Händler hier rum Sich rumtreiben soll Egal Reden wir mit Baby Tigre Oh, es gibt Flugzeuge hier Mhm, hab ich gesehen Können wir uns ja gleich eins mitnehmen, wenn wir die Hauptmissionen angefangen haben Let's go Kann ich mit dem Labern einfach? Ja, ne? Keine Umarmung mehr Wenn wir wollen Baby Tigre Hol mir meine Medizin Besorge die medizinischen Güter aus dem Helikopter, der abgeschossen wurde Sie sollen ein Geschenk von Libertad an Lucky Mama sein Damit sie eher bereit ist, sich uns anzuschließen Woher bekommt man den Puma? Keine Ahnung, wir haben einfach die Ultimate Edition Damit kriegt man den auf jeden Fall Einfach Geld ausgeben Oh, so viel angehen, immer wieder in First Person Helikopter rufen Kann man ein Flugzeug Finde dieses Fahrzeug in Jahre und bringe es zu einer beliebigen Fahrzeugübergabestelle Steht bei allen Also so können wir uns alle Ich hab hier ein Flugzeug Wir haben auch Helikopter Achso Ja, bei den Flugzeugen steht dasselbe Wir müssen die einfach nur hierher bringen und dann schalten wir die frei Das eine sah aus wie ein Auto bei den Flugzeugen Wir sind gruselig Die geb ich gar an Kannst du dich wieder mit dem Greifhaken eigentlich an den Heli unten dran hängen? Safe, oder? Mit F4 kannst du doch die Steuerung anspielen Flugverbotszone Halte dich von Flugverbotszonen fern, sonst wirst du sofort abgeschossen Flugverbotszonen erkennst du auf deinem Radar als rote Zone Der Fallschirm oder Wingsuit ist deine beste Überlebenschance Wenn alle Stricke reißen, mach eine Bruchlandung Oh nein, wir dürfen zusammen mit einem Flugzeug sein Ich muss ja einfach nur mitfliegen So Wie lenke ich den? Irgendwie passiert nichts Bist du gegen mich gecrashed? Ne, 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 ne Ich hab Strömungsabricht nur Oh mein Gott, das will ich Krieg grad's train auf den Boden Ne, alles cool Bei mir auch Was ist bei dir passiert? Nichts? Er hat einfach gebrannt, ist abgestürzt Und dann bin ich bei dir im Flugzeug jetzt gespawnt Hallo Oh, du bist bei mir im Flugzeug Ja Hallo Ahnungstufer Nice Ich weiß ja nicht wo Ich krieg einfach zum Game-Symbol Oh, es spinnt sich nur auf mich herum Achtung Wer auch immer Sie sind Sie dringen unbefugt in diesen Luftraum ein Kehren Sie um Oh, wir Tegel Wie läuft es mit den Medikamenten? Es läuft nicht so gut mit den Medikamenten Hab's gefallen Okay Morgen ist schon bald gestern Und dein Hubschrauber wäre schlauer gewesen Ich glaube, du solltest nicht mal ausschlafen Oh, da ist ein Schatz unter uns Hier Ach, ich kann auch mit der Maus steuern Ah Hä? Ach, du bist trau... Nein, Zombie Wer wird jetzt zu wem geportet? Ich zu dir, du bist der Host Ja, aber gerade bin ich zu... Ach ja, gut, ich war tot, ne? Okay, bin aber wieder da Kannst du dich eigentlich ranhängen von unten? Nee, ich hab keinen Prompt bekommen dafür Ich muss nur ein bisschen im Kreis fliegen Ich hebe einfach alles hier schnell auf Ich finde das einfach wieder geil Das ist wie in... Wie in... Guck mich mal an Gleich in der Luft Das ist, glaube ich, wie in Far Cry 4 oder 5 gewesen Wo ich einfach so die ganze Zeit Ultra die engen Spins in der Luft machen kann Ja Sieht nice aus So, hallo? Ah Hier, komm mach einfach auf Danke Oh, das ist Ausrufezeichen Ah, das hier ist das Ausrufezeichen Neue Grand Prix Mio aufgedeckt Ich hab mir Rennen freigeschaltet Okay Hallo, ist der Yami? Ich hab deine Nummer auf so einem Rennplakat gesehen Oh, wenn du auf Rennen stehst, dann bist du bei mir richtig Wir machen das im Guerilla-Style Jede Strecke ist mit Signalfackeln markiert, die du durchfahren musst Versuch die Bestzeit zu schlagen Bist du dabei? Das hast du schön gesagt Ich mag dich jetzt schon Viel Glück Ich hab ein Hopp Und dann warst du auf einmal weg Okay, also wir haben Äh, hier in dem orangen Kasten Da steht die Aufgabe, wie wir an den Schatz in dem Gebiet kommen Wir haben unsere Zeit im Schlamm und im Dschungel abgesessen Wir haben unsere Freunde sterben sehen Wir haben die Revolution von 77 überlebt Aber Anton überleben wir nicht Mitglieder der Guerilla, wir wollen helfen Wir haben ein Depot mit Vorräten entlassen Und ein Vermächtnis Drei Schalter trennen euch von eurem Geschenk Äh, von unserem Geschenk Wir müssen nur den Stromleitungen folgen Und die Schalter betätigen Hier, dann gehen wir erstmal zu Wir erstmal in den Generator Hier ist so ein Solarpanel Hier bitte in den Generator sein, oder? Ja Sag Warum brennt hier der halbe Wald? So, jetzt suchen wir nur drei Nach zwei Schalter Wurde wird einer hier drin sein? Ja, da drin ist bestimmt einer Ah ja, guck mal Hä? Komm ich rein Ja Und hier war auch Benzin Ja, krieg ich auch Super nice, dass man sich einfach füreinander lootet Ach, hier ist der Hebel Ziehen Klopp ist grün So, die Stromleitung führt dann Hier in den Boden Ja, dann ist halt auch das letzte Ding hier hinten Das höchstwahrscheinlich Der erste Hebel wurde gerade drin Nee, kein Strom Ja, nicht Dann ist das vermutlich in dem Haus hier Ja, dann müsste ja der Schalter dann sein Ah, warte, hier sind Bretter Die sehen auffällig aus Ja Achso, da wo blauer Stoff ist, natürlich Hebel Nummer zwei ist gedrückt Jetzt kann ich den drücken Das war sogar schon Hebel Nummer drei Das ist Hebel Nummer vier Und jetzt geht der Raum hier auf Da ist eine richtig fette Kiste Ja Ein Supremo-Kabel Nicht gar nicht 15 Wünsche Handgelenk Handgelenk Achso Spaß, zwölf Schotty Au Das ist uns beide getötet Ich würde es mal ausprobieren, was passiert, obwohl du stirbst Ich glaube wir beide sterben Jetzt findet seine Nuke hier einfach in dem Raum Ja, wir haben alles hier drin jetzt Guck mal kurz, was das Handgelenk macht Das ist drei Sterne Du hältst Äh, du hältst Pesos von Gegnern, die du mit einem Takedown tötest Taschendieb Ja, ganz nett Hallo Kann die eine Person nicht im Chat so ultra unfreundlich sein Tschüss So, gehen wir weiter Hauptfest machen Ja Ich habe den Schatz hier aufgehoben, ich bin glücklich Let's go, jetzt werde ich glücklich Ich muss sagen, ich werde erst glücklich, wenn ich den Wingsuit bekomme Ja, sechs Benzin hat nur gefehlt, also eigentlich fast nicht Ja, dann machen wir es direkt danach einfach Ja, genau Ich hoffe einfach, dass ich ihn auch bekomme und nicht nur du Weil ansonsten hätten die wieder so ein blödes Hier Gate quasi in den Koop eingebaut Ja, ne, wofür man bei dir spielen muss dann Ja, ja, genau Warum ist hier eine Klippe? Warum kann man hier ein Pferd rufen und dann kommt eine Klippe? Für mich Wingsuit ist einfach nur geil Ja, besser ist der Falsche Auch ultra früh bekommen eigentlich Ja, also das Lager hier bauen ist ja auch richtig früh Wir sind ja noch richtig am Anfang Ja, true, wir haben echt nicht viel gemacht Wenn ich mir jetzt gerade nochmal so durch den Kopf gehen lasse Danke, Thrombose-Man Wollen wir stealthen oder wollen wir einfach reinballern? Äh, warte, ich scanne gerade so ein Fahrzeug Scan-Vorgang, Scan-Vorgang Fahrzeug zu nah zum Scannen Muss ich irgendwas machen, damit das Scan weitergeht oder muss ich einfach draufhalten? Okay, abs Ja, hier ist so ein Dude mit einer... hier ist so ein... so ein Gun-Dude So ein Icon auf dem... hm Oh, ich will das auch scaleen Das hilft uns beide Oh Oh Gott, du bist bei mir im Boden Okay, explodiert ein bisschen Zeug Was ist wohl die Absturzstelle? Was für ein Chaos Hier ist ja der Hubschrauber abgestürzt Ja, beschaffe El Tigris medizinische Güter, sie sollten unweit von der Absturzstelle sein Oh, da oben sind zwei Guns, wo du einfach dran gehen kannst Da bis rechts ist sogar ein Granatwerfer oder so Dann schleiche ich mich da hin Oder wir kriegen eine Katze, wenn wir reinlaufen Natürlich Das war zu einfach Schon dran? Wir sind La Moral und El Este ist unser Land Unser Land, unsere Medizin Hast du die Ansprache geprobt? Klar Das ist Eigentum von Libertad Ha, Libertad Ich wusste, dass ihr bald um unsere Hilfe bettelt Wir sollten gemeinsam gegen Castillo kämpfen Ich bin Ron Ron Jelenas Fiefe Oh, die ist cool und crazy Ja Oh, jetzt macht die bestimmt was verrücktes und sprengt den Typen Oh, krass Oh, ja Ich bin Dani Rokosch Aha Achtung Da drüben Beim Heli Hau dran Okay, das Spiel will nicht, dass wir schleichen, Zombie Ja, ich merke schon Wir können an die Geschütze gehen Da wollten wir eh hin Dafür war das sogar aber geil, glaube ich Soldaten, es kommen aus dem Osten Alles klar, danke Da kommen Soldaten her Ah, ja Sorry, ich wollte nicht dein Pferd abschießen Ja, ich sehe sie nicht so wirklich Aber ich habe einen Headshot gegeben Aber ich habe einen Headshot gegeben Also sehe ich sie scheinbar doch gut genug Das war ein Zivilist Okay Was kommt da? Aus dem Westen kommen Maudados Go, Maudos Wie geil Dann irgendwie Dann schütt den Ja Okay, der wurde von meiner Katze gefunden Ja, mein Gewehr ist leer gegangen beim Ballern Ja, ich gehe einfach Achso Achso, dieses feste MG oder was Ja Oh Sie greifen aus dem Süden Ja, die ist schon eine Kiste, die schlünder ich mal In allen Spielen haben die eigentlich immer unbegrenzt Moon irgendwie Irgendwie Oh fuck Äh Denkst du das funktioniert? Wow Das sind so Lenkraketen Okay, das ist cool Ich unterstütze euch auch Du schießt alles auf mich gefühlt Nein, die sind auf die Gegner unter dir Okay, aber das war direkt neben mir Okay Ja, easy Go Du hast Talent, Libertad Aber Jelena braucht die Vorräte Sie haben Verwundete Jelena ist euer Boss? Ja, sie tritt mir in den Arsch, wenn ich mit leeren Händen zurückkomme Tja, und Clara tritt mir in den Arsch, wenn ich das hier nicht zu den Legenden bringe Libertad will die Legenden von 67? Halb Yara hält sie für tot Haha, sie sind sehr lebendig Und halb La Moral hält sie für Schwätzer Aber ich hab Geschichte studiert Sie zahlten mit Blut, um Antons Papa ins Grab zu bringen Pass auf Du gibst mir diese Vorräte und ich stell dich vor Ach, Gornjoch Jelena wird mich umbringen Aber wenigstens treffe ich vorher die Legenden Also besorg uns einen Hubschrauber Dann reden wir über die Vorräte Willkommen bei La Moral Libertad Wie du meinst Okay, Fortnite Girl Let's go Ich meine wirklich hoch wärst du nicht kommen, solange dieses Flugabwehrgeschütz noch einsatzbereitet ist Tunnel! Nein, wir müssen jetzt das Flugabwehrgeschütz kaputt machen Ich loot erstmal die Tunnel des Loots Nein, wir müssen schon nichts vor dir Da ist die Flugabwehr, da ist auch noch Flugabwehr Kanone zu stören Wollen wir jetzt einmal kurz zurück in die Basel und den Wingsuit holen? Können wir nicht, wir sind noch in der Mission Ist ja noch nicht vorbei Wir können schnell reisen Jaja, sie ist Ja, dann machen wir das Ich weiß nicht, ob ich in der Mission das kaufen darf F-Annehmen Abgelehnt, ich hab annehmen gedrückt Ah ne, ihr steht dir jetzt zur Verfügung die Schnellreise Hä? Wahrscheinlich, weil ich gerade kämpfe Jetzt? Ja Also können wir scheinbar doch in Missionen schnell reisen Ja gut, das wär ja auch so ne offener Mission Ja ist ja Ja ist ja Kofferobis werden ja hier in third person Mit Elektro-Werkzeugen umgehen? Vorarbeiter Auf Partner warten, du musstest bestätigen Hä? Hä? Warum muss ich jetzt schon wieder irgendwas bestätigen? Keine Ahnung, warum läuft ne Cutscene dafür, dass wir irgend so ein Vorratslager gebaut haben Wingsuit-Werkzeug Ich weiß nicht, ich hab's nicht bekommen Glaub ich Äh, Versteckverzeichnis kaufen Ach, mit Pesos kann ich mir jetzt kaufen, wo so Verstecke sind und in den einzelnen Gebieten Ah, okay Was hab ich davon, das abzugraden? Ähm, Versteckwerkzeug verbessern Jetzt verfügbar, Fahrzeuge in der Nähe jedes Verstecks Eine täglich auffüllende Gorilla-Vorratskiste Wiederauffüllung des Supremus bei Betreten Eine wertvollere Gorilla-Vorratskiste Naja, man kann die Verstecke dann upgraden Ja Und in jedem Versteck gibt es eine Werkbank, ein schwarzes Brett der Bandidos Guerilla-Sperr und automatische Verteidigungsgeschütze Ja, klingt irgendwie useless Ja, dann kaufen wir halt noch eine Jagdhütte Achso, ja, let's go Und im nächsten Gebiet kaufen wir das für bessere Waffen Hahahaha Komm Kleiner So, was hat die Jagdhütte denn Schönes? Ah, ich hab nen Bogen bekommen El Capirote Muss ich mir keinen kaufen Ah, hier gibt's so nen Jägerset Kannst mir Pfeile tragen Ausbeut an Tierfleisch wird verbessert Bewegungsgeschwindigkeit wird sehr erhöht, wenn du ein Tier getötet hast Ja, so ein paar der Boni hab ich schon auf anderen Sachen gesehen Ja, das war cool Hasenbroschüre Kaufe sie, um Hasen-Jagdgebiete aufzudecken Äh, kann man die öfter? Achso, ne, aber die anderen Gebiete sind teurer, okay Ah, man kann so die Jagdgebiete kaufen, dass man dann die permanent auf der Karte hat Ja Oh, die kosten ja nicht mal viel Ratgeber zum Aufwinden beim Pfeilen Okay, dann guck ich mal, ob ich jetzt irgendwie so Wingsuit mäßig was zur Wahl hab Was ist eigentlich die Brust, die wir geholt haben? Die Verteidigung gegen Gift wird stark erhöht, aber deine Ausdauer lädt sich etwas langsamer auf Ja, ne, danke T-Shirt vom Yara is Love, du hältst Pjesus, wenn du Zivilisten befreist Und da ist ein Typ, der ein Krokodil-Drop kickt Oder von einem grad, ne, der wird gerade eher gegessen von einem Krokodil Wo hab ich das denn her? Hat doch gar keine Stats oder so, okay Äh, wollen wir nicht, die ist ne Schatzkarte Ne Schatz, ne Schatzuch Schatzsuch haben wir vorhin auch eine gemacht Okay, hier ist direkt eine nebenan Können wir machen Gucken wir gerade, was es an Bögen gibt Rekordbögen, Copoundbögen, Volltrefferbogen Und El Capiorte Ich geh jetzt kurz aufs Klo Du darfst wieder allein Entertainer machen kurz Und dann rüste ich meine Waffen neu aus Und dann können wir machen, wohin du willst Ich folg dir dann einfach easy Let's go Bis gleich Moi Leute Ich bin's wieder Euer vorübergehender Alleinunterhalter Alles fresh bei euch Chat, wie man so sagt Ich kann leider nicht mich vor Zombiel stellen und Und euch visuelle Unterhaltung bieten Deswegen geht's leider nur quasi über Audio, ne Ja Aber das freut mich, dass Bei euch alles Alles gut ist Ja Ja und ich muss sagen Diese Orange ist halt echt ultra cool Die Zammel gemacht hat Sie sieht ultra süß aus Und ich hab einfach gar nichts Ach ja, das wäre der Zahnspange Klingt echt, stelle ich mir echt unangenehm vor Ich brauchte glücklicherweise noch nie eine Aber das klingt Pfff Phew Ach man Ähm Ob ich geimpft bin? Ja, bin ich Ich glaube seit Ich glaube seit Seit August Jo, ich muss sagen Far Cry 3 hat glaube ich Die meisten Neuerungen Reingebracht Und quasi jetzt alles was nach Far Cry 3 kam Ist ja mehr oder weniger Sehr viel wieder recycelt gewesen Im Endeffekt, ne Also 4, 5 Und jetzt auch 6 Sind ja Sowohl grafisch Als auch Gameplay technisch Ziemlich ähnlich Aber der Koop ist Bisher glaube ich Bei Far Cry 6 Am chilligsten Insgesamt Und an sich ist es halt Keine Ahnung Es ist halt einfach so ein Chill Spiel Wo man rumrennt Und einfach nur Dinge erledigt Aber ja, an sich würde ich sagen Bisher Ist es eigentlich ganz cool Wieder da Hallo Hallo Ja, New Dawn hatten wir gespielt Das war aber so kurz, dass ich mich an gar nichts erinnere Das war nur das mit diesen Edge Das war auch wie bei Borderlands 3 gefühlt Mit diesen Streamern Das waren auch wieder diese Schwestern Die so ultra cool und crazy waren Und YouTuber Oder sowas Ja So, also auf der 1 Nimm ich einen Bogen Ich habe halt irgendwie gefühlt 4 Schleich Waffen dabei Die Nagelpistole brauche ich halt echt nicht Nehm ich die Armbrust stattdessen mit Und dann will ich noch eine normale Waffe Oder irgendwas gegen so schwere Sachen Deinen Bogen schalte ich leider nicht frei Den kann ich nur aus Kisten finden Wir müssen auf jeden Fall so einen Raketenwerfer freischalten Hier Ja, der Bogen hat doch eigentlich auch So, äh So Explosivpfeile Ja, du kannst den ja upgraden, ne? Wenn du Wenn du Zwei Schießpulver brauchst Wir brauchen Schießpulver Schießpulver ist anscheinend doch ultra geil Wie angekündigt Okay Ich habe aber nur Einzelschuss Waffen Let's go Was habe ich denn jetzt gerade für Waffen überhaupt? Hast du ein Jagdgebiete gekauft? Ich habe nämlich auch Jagdgebiete aufgedeckt Ich habe alle gekauft Du hast alle einfach gekauft? Ja Naja, das sollte Wenn ich jetzt meine Karte öffne Ich hoffe, ich habe die einfach nur bei dir auf der Karte gekauft Das wäre halt geil Ja, also bei mir auf der Karte sind jetzt alle sichtbar Okay Kann schon sein, dass du die bei mir gekauft hast Dann kaufe ich es halt später irgendwann bei dir oder so Das war jetzt nicht teuer Das war nicht teuer So, du willst zum Diamanten daneben, hast du gesagt, ne? Jo, hätte ich jetzt gesagt Jo Mungo Jagdgebiete Jo Jo, ich nehme nur kurz noch Eine andere Gun mit Ich lese schon mal vor Hm 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 Du Danilo füttern und ihm dahin folgen, wo er hinfliegt Ich sagte ja schon, dieser Pelikan wird sich noch bezahlt machen Passt für mich auf Danilo auf und viel Glück Mhm Da sitzt ein fetter Pelikan Ja, haben wir schon solche Jagdköder? So, jetzt ist halt die Frage Brauche ein Wingsuit, um mitzumachen Jetzt ist die Frage, habe ich den Wingsuit? Achso, wir können einfach E drücken zum Füttern Kornio, hast du ne große Klappe Achso, jetzt müssen wir nicht hinterher fliegen, ne? Warte, ich habe sogar deinen weiblichen Charakter reden hören dabei Ja, die Immersion lohnt sich, Zombie Jo, warum macht der so n... Ich hab keinen Wingsuit Äh, mit Shift stand er, Wingsuit Ich hab ihn nicht Oh Gott, ich bin einfach nur auf den Boden gefallen Wie benutze ich die Wingsuit? Hä? Aua, ich bin tot, keine Ahnung, ich bin einfach nur straight auf den Boden gefallen mit dem Wingsuit Oh Gott, der Fallschirm ist schon mal das Gewollte scheinbar Nee, Wingsuit ist das Gewollte Du musst glaube ich S drücken, du musst die andere reden S ist hoch Ja, aber ich bin viel zu schnell mit Wingsuit Unfernst dich zu weit vom Ziel Wo ist das Ziel überhaupt? Wingsuit Wingsuit Scheiße Heiß Geh nach dich Renn, oh Saft Der Pelikan ist zu schnell Ah, warum greift mich die Katze an? Wir bräuchten ne Auto oder sowas Ne, ich schütze ab, ich schütze ab Oder was macht der? Ja, der fliegt da im Kreis Wir haben glaube ich den Ort gefunden, wo er landet Hallo? Nein Kannst du aber nicht mal, weil sie nicht schaffen Der Schatz ist ja direkt in der Nähe Oh, ja ich hab's gespürt Ich bin tot Ahaha, ihr habt dich überfahren Ich hab irgendwie nicht in Erinnerung gehabt, dass ich dich killen konnte, tut mir leid Ähm Da ist der Pelikan Ich kann ihn nochmal füttern Ich kann ihn nochmal füttern Anni, falls du jemals nach Madrugada kommst, gibt es dort jemanden, den du kennenlernen musst Sie heißt Yami Und ist so etwas wie ein Ruhrkontest für Autos Bist du mit drin? Ja, ne? Ja, ja, aber ich hab ein Problem Das Pillen schlucken oder so Weil hinter uns ist halt so ein Hubschrauber, der ultraballert Kann man nicht einfach ulten? Und ich krieg halt Ja, ich will nämlich mit aussteigen Ja, das Auto ist kaputt Viel Spaß Ja Was für ein Wingshut soll ich nicht haben, um bergauf zu fliegen? Kann ich dir nicht sagen Das Yara-Shirt habe ich als Stream-Zuschauer-Loot bekommen scheinbar Wenn ich vom Takedowns Geld klaue Ja, wobei, der ist doch hier oben sogar im direkten Park Ja, ich bin außen rumgelaufen Ja, die Wand hoch geht auch gar nicht Soll ich ihn nochmal flittern? Oder soll ich erstmal... Ich loot erstmal hier Okay, Danilo, wo bist du? Soll ich hier den Berg runter rennen? Ich muss hier welchen umbringen eigentlich Wer ist der beste Pelikan von Yara? Ja, du Ja, du Ne, die Baseball Ja, ich nehme den Fallschirm Ja, da muss ich, wenn wir morgen weiterspielen, noch einmal kurz bis zu diesem Lager spielen Ja, wenn ich auch bei dem mitspielen kriege ich auch ein bisschen Zeug Genau, da so rum Genau, da so rum Müssen wir halt nochmal die Story halt machen, ist das Ding und die labern so viel Ja, wobei, wir können die Katzen vielleicht auch skippen Ich ferns nicht zu weit von deinem Partner, sagts mir einfach Ich wollte gerade den Pelikan zum Blut Ich komm nicht hinterher Oh, ich glaub der will weiter Nein Gelandet hier Er ist hier gelandet Alles gut Let's go Auto wär ganz gut Ach, da hier sind Jetskis Zwei Stück Ich weiß ganz genau, warum Der wird jetzt so hart übers Meer fliegen gleich Warte, hier ist wieder Hier sind Geiseln, Moment Lass die mal kurz frei Ja, ja, rett die Geiseln Sechs neue Libertatkisten aufgedeckt Zwei neue Lost Banditos rekruten Hö, da fällt Ist voll ein Drop Airdrop someday Ja, wir müssen aber den Vögel füttern Okay, dann Du fährst den Vogel hinterher und ich mach den Drop Rob, 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 Rob Ja, okay Mal gucken, ob ich recht hab Jupp, der fliegt hier aufs Meer hinaus Ist weit vom Ziel, Junge Der fliegt auf einmal mit 70 kmh, der Vogel Ich hoffe, du hast die Kiste bald offen Ist offen Perfekt Aber ich bin bald außer Reichweite von dir Nee, nee Nee, nee Ja Um Gottes Willen Ja, du hast ihn gefunden, hallo Ja, oder? Wir brauchen die Fahrzeuge noch Wir brauchen auch noch mit, genau Die Kretzel auf fettigem Papier Ja, gut Der Katamaran ist in die Luft geflogen Ich dachte wirklich Der Treibstoffstank wäre gut genug Weil man wäre bei seinem Verteidigungsanlage gewesen Oder gibt es mehr als genug Nur schade, dass man dieselbe nicht von den Fingern Dass man Dasselbe nicht von den Fingern sagen kann Vielleicht kann ich die Marine dazu bringen Mir ein paar Torpedos vor den Latz zu knallen Oder ich könnte Äh, keine Ahnung was da steht So eine neue Schatzsuche Achso Kiste Schlüssel benötigt Äh, füttern? Hast du mir grad nen Schlüssel in die Tasche gesteckt Oder freue ich mich nicht zu sehen? Ah Okay Danny Du redest mit nem Vogel Okay Was hab der nen Schlüssel gegönnt hat? ARC Oh, das sieht nach nem coolen Sturmgewehr aus Let's go Das hab ich Maschinenpistole 5 Moneter Oder halt nen Ultra Mini Sturmgewehr So ich hab ihn nochmal gefüttert Hast du ihn grad umgebracht? Ich hab's mir so gemacht Einmal so Beste Freunde für immer und ewig Oh Flamingos Schwerer zu treffen als nen Pelikan der vor mir steht Verdient Ja irgendwo schon ne? Der hat uns hier echt durch die Gegend gehetzt Gar nicht Ist das so ne Special AK Oder ne normale? Das war so ein normales Sturmgewehr einfach Oh, da vorne ist ne Burg Da geh ich hin Eindeutig Flugabwehranlage Irgendwas Okay Perfekt Die wollen wir ja eh ausmachen Danni Das Militär lagert einen Teil des abgereicherten Urans bei diesen Flugabwehranlagen Oh, Uran gibt's hier Oh, das heißt neuer Rucksack Und wenn du dabei die Flax ausschaltest Kannst du dich frei durch Yaras Luftraum bewegen Was machst du? Ne Warum haben wir Uran bekommen? Weil ich das aufgesammelt hab, aber ich hab's ansonsten gemacht Das klang so vorwurfsvoll Ich hab irgendwas explodieren gehört Ich hab nichts gemacht, ich hab nur mit meiner Pistole rum Was ist das? Was ist das? Warum warten hier niemanden? Hä doch, das Flak hab ich weggemacht, dass der Luftraum frei ist Ja, aber warum war denn kein Dude hier? Der das wartet oder sowas Wie, vielleicht fährt der halt ab und zu nur auf die Insel Können wir das auch noch kaputt machen? Glaub nicht Nur wenn du deinen Rucksack bereit hast Nee, hab ich nicht Ich muss nur gucken wie Schaden das macht, aber Dieses kurze Schweigen bevor wir uns beide gleichzeitig abschießen Bei mir war es nur Notwehr Recyceltes Befestigungsmaterial Okay, so Oh, ist schon wieder eine Schatzsuche, Zombie Hey Wir haben doch eine Schatzsuche gerade reingeschaltet Da auf der Insel, wo die eine vorbei war Können wir das Boot hier? Militärfahrzeug Gut In irgendeinem der Gebiete gibt es bestimmt einen Hafen Da können wir den dann alle abgeben Komm ich in das Boot, hallo? Mach leert hast du? Ich bin aber irgendwie so halb unter dem Boot die ganze Zeit Ah, jetzt geht's Oh, das ist sogar Waffenstandard nicht Du kannst glaube ich Waffen benutzen Hier vorne sind so MGs Wurfgeschoss einsetzen Aua Der Charakter wackelt halt richtig hart, wenn du das ins Gesicht bekommst Ja Seitenwaffe einsetzen Warte Ne, ich ziehe immer nur mein Gewicht Ah Ist es kaputt Ist es? Ja Ist es Okay, das war nicht meine Abseh Oh, hier sind Schatzkäste Hä? Ah, hier ist eine kleine Box Ah Eine Sprühdose Ich weiß nicht wo wir sind, aber hier ist Loot Ja, und hier sind aber auch keine Boote ist das Problem Lass aber mein Fahrzeug herrufen Geht nicht Ah, das Boot können wir nehmen, komm Nein, du verjagst das Zombie, nein! Nein! Nein, nein, die kommen jetzt uns abholen Das ist ein Seemannszeichen der Harpune nach denen zu schießen Hier Mit X kannst du in dem Boot Waffen schießen? Okay Ach, deswegen hast du davor aber nur ein einzelnes X in den Chat geschrieben Gibt's denn? Warum sind wir jetzt 600 Meter entfernt? Wir waren gerade 200 Meter entfernt Ich habe keinen Anfang vom Sprung auf der Insel ohne irgendwas Ich habe das unsere einzige Mitfahrgelegenheit vergrault Im Chat meinte einer gerade, dass es ihn stört, dass das Spiel so ein bisschen mehr Wrecky jetzt ist als die vorherigen Teile von den ganzen Waffen und so Stimmst du dem zu? Inwiefern Wrecky Also Wrecky von Wrecky, also so durcheinander so haha funny Waffen und sowas Diese Bastelwaffen Ja Das finde ich nicht mal, weil es Aber im Endeffekt, es gab nie viele Waffen in Far Cry vorher Du hattest ja Ich glaube in dem alten Teil Drei Sturmgewehren Und dann nochmal irgendwie diese Legendären Versionen Mit Irgendwie einer anderen Farbe Und ein bisschen andere Aufsatzkombination Hab ich so zumindest im Im Hinterkopf gehabt, dass es da irgendwie nie Variationen gab Ja Ich hatte einmal kurz in den Stream reingeguckt Und hab halt direkt jemanden gesehen, der so mit einer Pistole geschossen hat Die gebrannt hat und die alle Feinde bei einem Schuss angezündet hat Das fand ich schon irgendwie ein bisschen unpassend fürs Spiel Ja Aber das ist ja auch quasi genau das mit diesen Dass die Gegner HP leisten haben So ungefähr Das war aber glaube ich in Far Cry 5 Tatsächlich noch schlimmer Ja Das haben sie wieder Ein bisschen reduziert Ja Und New Dawn hat ja auch so ein paar verrückte Waffen Ja genau Also es gab immer Ich glaube so ein paar Abgeräte Also jetzt natürlich nicht so, dass die Wobei so Brand Munition gab es ja glaube ich auch schon immer So was in der Hinsicht Ja Brand Munition Aber dass eine Pistole einfach Leute in Flammen setzt Ja Wenn man die abschießt ist schon irgendwie Ja Aber ich glaube so hat die Brand Munition auch vorher schon funktioniert In der Hinsicht Einen alten Fahrzeug Ja du hast ein Boot Ja du hast ein Boot Lebst du noch? Ja Ich bin grad komplett über dich drüber gefahren Kannst du aufsteigen oder so? Ne ne? Das sind so Einsatzidee Na? Ich glaube ich hätte aufsteigen können Der ist so langsamer gefahren Ich hab das schon so langsam gehofft wie es geht Aber ich bin gleich da Ja Ja Rabi Damals 1967 Haben die Bewohner des Dorfes die Giri hier raus versorgt die sich in den Bergen versteckt haben Jetzt ist es ausgestorben Daran ist Admiral Benitez schuld Aber ich muss doch Sie schießt Löcher in Fächerboote Wenn du mich fragst Hatten die den besten Fisch der Insel Ich muss halt sagen Aber die Far Cry Teile an sich haben sich ja glaube ich auch seit Haben sich auch nie wirklich so ernst genommen Ist dieser ich glaub Teil 2 War tatsächlich so der Der letzte ernste Teil und danach wurde es ja doch ziemlich abgedreht Ja Du hattest ja schon Teil 3 diesen Diesen Bossfight wo du so auf Drogen warst Und gegen so einen riesigen Baummenschen und sowas gekämpft hattest Und keine Ahnung Anscheinend sind die Leute hier libertatwohl gesamm Mal sehen was der Vorrat bereithält Wenn ihr das liest sind wir weg Wir wussten was kommt Wir haben vorbereitet was wir konnten Und euch ein Depot mit Vorräten hinterlassen Das Geheimnis hinter den Schaltern ist simpel Es ist bei unseren Booten versteckt Wir haben sie nach den Legenden benannt Sodass sie leicht zu finden sind Denn unsere Boote haben uns das unser Leben lang sicher vom Meer heimgebracht Und jetzt bringen sie euch Hilfe und Hoffnung Geheimnis hinter den Schaltern was für Schalter Achso hier drin sind Schalter Ich bin da Das ist weil du mich nicht mitgenommen hast Ich wollte einfach nur Zeit haben den Text zu lesen So Na wenn das mal kein Geheimvorrat ist Ja 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 Oh nein Oh Scheiße Ich hab den falschen Top-Spiel gewollt Ich war mit F drückt und bin auf V gekommen Oh ich leb noch Du kannst was Mir geht's gut Aber dieser Rucksack ist halt echt witzig Das stimmt Äh ich hab unter dem Haus so einen Zettel gesehen mit dem Bootsnamen in der Reihenfolge Aber ich wollt grad sagen dass der Eistee da auf dem Kühlschrank echt lecker aussieht Auf dem Kühlschrank? Ah die so in der Flasche? Ja mit den lustigen Wassermedolen Dann seh ich ultra cursed aus Ne den würd ich sofort trinken Ja same Ultra gern Das sieht so aus als du Kaugummi trinkst Oh geil Aber so Kinder Kaugummi die nur so nach Erdbeere schmeckt Äh wo war der Zettel? Hier Hier liegt der Zettel Also die Reihenfolge El Tigre Papi El Lucky Clarita Roja Das heißt? Äh Oben Ist irgendein Sch- Ach bemalt eure Boote Ja genau hier sind Schalter nach allen Tigre Del Mar Rojo Victoria Achso ja dann sag ich dir das einfach an Ja genau Tigre Tigre Del Mar Ja Ok Knopf Ok hab ich Ok dann Papi Papi Chulo Papi Chulo Hab ich Dann El Lucky El Lucky Hab ich Dann Clarita 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 Wo ist denn Clarita hier Clarita Warte ich bin gerade blind Äh ich hab Victoria Kann ich hier rein? Nein das ist ja Vielleicht in dem Raum Da save Clarita Nee Ah hier in der Mitte Ja ich hab's Clarita und dann Victoria wahrscheinlich Dann Victoria Moja Victoria Moja Victoria Moja Victoria So Arsenal Oh Die ist glaub ich sogar Hat sogar ganz coole Aufsätze tatsächlich Ja die ist cool Ja die ist cool Oh ja die schießt sich gut Hat auch ein nices Visier Jo Besser als alles was wir bisher haben Da ist so ein Poster was sich wie den Rennen freischaltet Das einzige Problem ist was bei der Waffe ist dass sie so einen ultra großen Teil von deinem Bildschirm einfach einben weil die so riesig ist Das stimmt So haben wir sonst irgendwas bei diesem Dorf? Barracuda Jagdgebiet Versteckung Wir haben ja da drüben eine Hauptquest können wir ja hingehen Die besten Der beste Feind des Menschen Rede mit Reinaldo Wir können dieses Motorrad hier nehmen Warte ich musste euch gerade jemanden retten der von der Katze gegessen wird So hab ich da knapp drüber geschossen Nein nein ich will den Bogen töten damit der Material droppt Warum bist du so schnell? Warum bist du so schnell? Warum bist du so schnell? Darf ich warum nicht hinterher? Ja natürlich nicht Das ist ja mal dann in der Welt Warum ist die auch nicht durch ein Pfeil gestorben? Fahrwerferuntersatz Okay zu Fuß ist Nein 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 Ähhhhh Ja, es ist stehen geblieben. Ich hab ihn. Jaguar-Fleisch. Jaguar-Fleisch. Ich habe mir gerade noch kurz die Sache hier ein. Das ist doch so eine Rare-Kiste, wo anscheinend wertvollere Materialien da muss ich drin sehen. LOL, was hat der denn? Ach, Motorrad-Wohn. Ich finde die Reaktion von ihr äußerst interessant. Kann ich denn einsteigen und mitnehmen? Mal gesteigt aus, okay. Ey, wo ist denn diese Upgrade? Fuck. Ich komm zu dir. Ah ne, da oben ist er. Ich hab dich alles schon eingesammelt. Du hast ja auch alles bekommen, was ich hier eingesammelt hab, ne? Ja. Schuhe. Krawallstiefel. Na, Kampfangriffe sind meist nicht mehr nieder. Ich muss sagen, ich hasse es, wenn Klamotten Stats geben, muss ich aber sagen. Irgendwie. Ja, ne? Ich will es für Style tragen, das Zeug. Ich meine, es ist jetzt vermutlich nicht so gravierend oder sowas, aber man denkt sich dann trotzdem... Irgendwie hab ich dann immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich... Wenn ich irgendwie so Stats dann bekomme, die ich gar nicht will. Wie sowas wie Giftschaden oder sowas, das ist ja so spezifisch irgendwie. Ja. Warum ist dein Eiscreme Symbol auf der Map gewesen? Halt. Halt. Ach, das sind diese... Diese Tokens, die ich schon... Wo ich schon zwei gesammelt hab, glaube ich. Kann das? Das sind diese komischen großen Eier oder... Ja. Danke für diesen Segen. Oder Vasen halt. Ich denke... Warte, 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 ich hoffe, man nimmt kein Weiße. Information... Nein, du hast ne Waffe gezogen oder irgendwas gemacht. Ich hab was repariert. Oh. Warum ist denn Reparieren, äh... aggressive... ein aggressives Vergehen? Das war keine Absicht. Alles gut. Dafür stirbt der jetzt, ja. Wollen wir grad ne Armbrust reinschießen? Entschuldige dich. Hab ich nicht ihn geschossen. Okay. Mit drin. Let's go. Wir müssen dieses Rikscha scannen. Ich hätt die gern. Raus aus der Rikscha! Let's go, hol die Kamera raus. Ich scanne. Machen wir ein schönes Foto von... Da hab ich nie aus wie so Touristen in dieser Kamera in der Hand. Ja, wollen wir nicht damit fahren? Ihr könnt das aussehen eurer Kleidung ändern, also dass es dann noch aussieht wie ein anderes Set... ...aber noch denselben Set hat. Oh, cool. Das ist gut. Muss ja nicht aussehen wie ein Mülleimer. Ach, hier Aussehen ändern. Ah. Boah, ist aber echt versteckt. Wow. Wow. Oh je. Wow. Die Pferde sind strong. Einfach nur. Was ist passiert? Was ist passiert? Hahaha. Der Berg ist zu hoch. Oh, die fliegen ganz schön weit. Oh, die fliegen ganz schön weit. Oh, die fliegen ganz schön weit. Nein, das ist ja eben auch jetzt schön. Die schaffe ich es nicht mehr umzudrehen. Eins. Oh. Ah. Hallo. Oh. Ne, ich hab mir grad hier Infos vor dem noch. Ich hab ein paar nützliche Infos. Was hast du? Hey, Dani. Die Soldaten haben in der Nähe einen Kontrollpunkt errichtet. Eroberst du ihn, bringt das Yara einen Schritt weiter Richtung Freiheit. Gracias, gracias. Wollen wir einen Kontrollpunkt machen? Ich verfolge ihn jetzt. Oh, der ist direkt hier vorne. Wir können so viel Sinn zahlen. Wollen wir mal gucken, ob wir ihn leise schaffen? Ja. Das mag ich immer ultra, wenn ich Sachen mit dir spiele, dass du auch gerne Stealth machst. Ja, aber bisher hat unser Spiel noch nicht so viel gegönnt, muss ich sagen, in der Hinsicht. Ja, wir verkacken es ja immer, aber wir probieren es wenigstens immer. Nein, nicht immer. Dieser Raketenrucksack motiviert mich, auch das Gegenteil zu tun. Das stimmt. So, X. Halt ich nicht den Boden? Ich bin irgendwie absolut in dem Hühnerstall gerade drin oder so. Oh, ich habe gar keine leise Waffe mehr gerade. Die Armbrust. Alles le... Ah, ich habe drei Pfeile gefunden. Okay. Ich glaube, das sind noch nicht viele Gegner tatsächlich. Aber das Wildschwein ist halt vielleicht ein Problem. Versuch mal mit der Handykamera ein paar Sachen. Hinter dir ist doch irgendwas, ne? Ja. Ah, die Wildschweine. Okay. Nein! Ich habe V gedrückt. Okay, aber die haben es nicht mitbekommen, oder? Äh, die rennen alle in deine Richtung. Ja, ja, egal. Ich lock die einfach weg. Ganz kurz. Ich will sagen, V ist echt kacke neben der Nahkampftaste. Dann wechselst du auf eine andere Taste? Mach ich auch, glaube ich. Was macht der denn? Als ob der jetzt in einem Auto gestiegen ist. Ist irgendwas gemacht, was die... ...getriggered hat. Ich habe meinen Raketenrucksack davor aktiviert, Zombie. Ja, das habe ich mitbekommen. Aber warum steigt der jetzt in ein Auto und fährt jetzt vorwärts und rückwärts? Und macht nichts mehr? Keine Verstärkung mehr. Du bist hier im Haus. Lebt hier noch einer? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist hier oben einer. Ich kann den Mörser nutzen, um den Typen wegzumachen. Welchen Typen? Das ist so ein Typ, der mit dem Auto rumfährt. Ach, Rechtsklick ist zielen. Okay. Das ist so ein Käpt'n noch. Ah. Ja, noch ein bisschen weiter nach vorne. Noch ein Stück nach vorne. Ich habe ihn getroffen, aber da ist noch ein zweiter Dude, der irgendwo in dem Busch steht da. Der rennt aber auch. Jetzt habe ich ihn nochmal ganz genau angevisiert. Aber ja, True, die Animation beim Alarm-Supportieren haben sie rausgenommen. True. Jetzt ist ja nur dieser komische Ladebalken unten drunter. Kann der mal sterben? Der rennt immer weiter weg, Osoft. Ja. Da schieße ich jetzt. Predigt er einfach, wo er hinläuft. Hast du ihn im... Mörser ist auch leer. Ich habe getroffen. Ich habe einen Hitmarker gekriegt. Wir müssen das Schild halt noch kaputt machen. Da ist noch ein roter Punkt auf der Mini-Map. Ich gehe keinen roten Punkt. So ein roter Kreis. Das heißt, da ist ein Gegner in dem Gebiet. So ein roter Schein bei dem Auto. Ja. Da läuft einer. Ich habe ihn halt nicht gehabt, tatsächlich. Ah, okay. Kann man die alte Vorladerkanone nehmen? Ich weiß nicht, was du meinst. Kann ich nichts verstehen. Das ist eine Karte vom Kontrollpunkt. Wo ist der... Ach, du warst schon drin. Ich war schon drin. Ich glaube, alles zügig. Ich hoffe, du bist hier in uns deinem Ausruf. Und das heißt, wir sind hier in uns deinem Ausruf. Kann man zu zweit auf Sport? Ah, nice. Okay. Halt, der hat Infos, der Typ. Magst du die kurz holen? Wer hat der? Der mit dem Ausrufezeichen. Der hat kein Ausrufezeichen bei mir. Aber dann rede ich mit ihm. Was hast du für mich? Hey, Dani. Die Armee hat einen Kontrollpunkt auf einem unserer Fluchtwege für Parias errichtet. Du musst ihn für uns ausschalten. Danke dir. Er meint den Mörser? Achso, ich glaube nicht, dass man den mitnehmen kann. So, woher sag ich, Ursaft? Äh, ich würde sagen, ich soll nicht sagen. Über. Zu dem Kontrollpunkt in 500 Metern. Oder wir gehen zu dieser Insel, zu der Flugabwehranlage, direkt da recht. Da kommen wir bestimmt nie wieder hin, ansonsten. Naja, mit dem Flugzeug oder so kommen wir ja überall eigentlich hin. Jaja, aber wenn wir jetzt gerade schon in der Region sind, das sieht gerade so ein abgelegenen Ort aus, weißt du? Ich muss sagen, es wäre halt geil, wenn du diesen Raketenrucksack auf dem Port benutzen könntest. Ich habe gerade V gedrückt, aber es ist nichts passiert. Ah, es wäre halt cool, wenn es gehen würde. Willst du gerade mal fahren, dann kann ich meine Kleidung anpassen. Ja. Ah, oder wir befreien gerade kurz die Geiseln. Du kannst dich ja schon mal hinten draufsetzen. Das ist nicht gut. Oh, hallo. Bin ich wieder da? Du warst weg. Oder war ich je weg? Hast du die Geisel befreit? Die hat ein Ausrufezeichen bei mir noch. Ich habe ja eigentlich gar nicht mit ihr geredet, aber ich würde noch mal mit ihr... Die ist halt noch gefesselt bei mir. Ja, aber ich habe sie nicht gedrückt. Okay, jetzt sagt er Gracias. Das sind voll viele Krabben. Krabbwave. Das sind echt viele Krabben. Und ich mache jetzt Krabbencocktail. Äh, Arsenal. Vor allem... Wie ändere ich das Aussehen? Äh, draufkl... Also Details dann bei dem Punkt, was du anhast. Ah, okay. Details muss man vorher auswählen. Ja. Und dann unten dieses... Das ist echt... Absolut versteckt. Hä? Ich komme jetzt im Fotomodus. Oh, hier ist noch... Irgendwas. Aber ich wurde abgeschossen. Ich bin noch so ein bisschen in den Tal geflogen. Oh, da... Ich bin noch ein bisschen in den Tal geflogen. Sorry. Ja, warum sind die so viele Krebse? Wo kommen die aus dem Boden? Okay, diese Jetskis... Kann ich nehmen. Bin ich fertig? Kann ich hinten aufs Jetski drauf? Ja, ich glaube. Ist ja auch nur eins da. Ein Cowboyhut. Ja, ich hätte gerne Brille und Cowboyhut. Das wäre cool. Ja, man kann ja hinten drauf. Ja, ich habe kaum Kleidung eigentlich bisher. Ja, ne. Sieht einfach aus wie so ein Yakuza. Mein Gott. Bis wir mehr haben. Ah, die Schuhe kann ich aber endlich wegmachen. Mein Urbrauch auch nicht. Oberhand ist schon lustig. Lila. So. Hallo, wo bin ich? Hallo. Oh, ich warte, das ist ein Drop. Wollen wir den Drop noch mitnehmen hin? Dann hole ich den kurz ab. Ja, ich glaube, das kriegst du hin. Ja, ich glaube, das kriegst du hin. Wenn das nicht weit zu weit weg ist, ist die Sache. Ah ne, passt noch. Wir müssen mal so ein eigenes Fahrzeug rufen, damit ich meine Munition darin mal auffüllen kann. Ja. Ey, wir haben viel zu viel Schießpulver. Ich bin überhaupt nicht viel zu viel. Ich habe halt noch gar kein Upgrade gekauft, aber ich will halt auch irgendwie auf eine coole Waffe warten. Ja, ich würde mir gerne ein Visier für meine Schuhe. Ja, nimm mich bitte. Ich wollte einmal rumfahren und gucken, ob man irgendwie so einen Hintereingang hier hat, weißt du? Ja. Ich bin halt nirgends hochgekommen, da wo du mich abgesetzt hast. Oh, ich dachte, ich gehe rechts, hätte man hochgekommen. Das sah so kletterbar aus, weißt du? Ja, gleich. Oh, hier könnte man, glaube ich, hoch, oder? Ja, in der Ecke. Ja, hier ist es auf jeden Fall. Dann parken wir hier. Papa. Funktioniert's? Hm, ja. Das ist jetzt das Problem, ja. Schwere Geburt, aber hat funktioniert. Schön edel hier. Ja, und hier sind schon wieder keine Leute. Hier ist halt letztendlich niemand. Aber hier ist eine Waffenkiste, oder? Ja. Einmal oben. Hier. Uh, die sieht cool aus. Äh, aber wie kommen wir hier raus? Okay, aber man lädt halt komplett nach. Wenn man nachlägt, tut eins in der Schüsse. Vielleicht ist es auch so eine Zone, wo man vielleicht noch nicht rein sollte. Ah, ich glaube, das geht. Ja, jump. Oh, und hier ist noch was. Welcher Jump-Kid? Äh, ich glaube, von hier könntest du es schaffen, Boeho. Weil da ist so eine ganz kleine... Ja. Ah. Du bleibst irgendwie so ganz... Auf dieser ganz kleinen Kante da stehen. Aber ja, ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man hier ist. Wobei man... Ja, true. Deswegen ist es vermutlich auch hier die Luft abwechern, und dass man nicht einfach mit dem Heli reinfliegt. Ja, jetzt machen wir sie kaputt. Raketten, ne Mann, zu! Ah, hier sind doch welche. Vorher ist dann wieder ein Dude. So im Vorderbereich wahrscheinlich, halt. Hui. Hier ist Uran. Nice, dann haben wir jetzt wieder genug für den nächsten Rucksack, so. Ja. Oder ne Waffe. Ja. Ist aber cool. Aber wenn man die markiert hat, dann sind ja auch keine Kreise mehr auf der Karte. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind drei Wachen auf einem Flag. Oh, ich wollte einen Molotov reinwerfen. Ach so. Du hast daneben geworfen. Ja, dann müssen wir halt drüber. Ja, wenn ich dich denn gehetzt habe, als ich gemerkt habe, dass der Diagenie da war. Nee, 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 nee. Du hättest eh nicht getroffen. Oh Mann, sorry. Holtest du das Boot? Hä? Auf das Boot holst. Ach so. Können die machen. Wir können auch schnell reisen und einfach gerade in die Base wieder gehen. Ich hätte nämlich jetzt ansonsten auch gesagt, dass wir jetzt einfach... Ich will auf die Base da, auf dieser kleinen Insel. Isla, nee. Ich will in die Base auf der alten Insel. Ah. Ja, da gab es nämlich einen Händler. Okay. Ach, die ganz rechts war das, ne? Auf der kleinen Insel ganz rechts, ja. Seitdem habe ich keinen Händler mehr im Spiel gesehen. Ja doch. Am Anfang, wo wir ankamen, war doch einer, oder? Wobei, nee, da habe ich andere Dinge gekauft. Keine Waffen. Da ist ein Händler. Der hat hier auch noch Infos für mich. Wir haben eine heilige... So. Kaufen. Pyrotechno. Neue Waffe. Sagt mir nichts. Was macht die? Verschießt eine selbe wunderschöne Sprenggeschosse, um seine Gegner sowohl zu überraschen, als auch zu vernichten. So ein Feuerwerks... ...Raketenwerfer. Go. Was ist überhaupt, was ist überhaupt Ausdauer in diesem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie kann man eh unendlich sprinten, habe ich das Gefühl. Aber anscheinend sollte es da irgendeine Limitierung geben. Aber so ganz entweder... 700. 700. Äh. Ich wünsche mir, man könnte die Visiere vorher einmal angucken. Hast du doch so auch Pesos-Sachen abzugraden, Waffenherstellen? Ne, ne? Ne. Klappt nicht, ne. Dann kann ich mir die auch noch. Dann bin ich jetzt pleite. Okay, es ist vorbei. Hier war auch irgendwo eine Werkstatt, ne? Ja. Gottes Willen, gibt es hier viele Sachen. Okay, was kann ich da den Baseballs mitnehmen? Kann ich da einfach werfen, ne? Wahrscheinlich. Achso, wenn man Mod einmal gekauft hat, ist der auf allen Geräten freigeschaltet. Ach, also die... Hä? Ja, die Wurfmesser hier kann ich zum Beispiel nochmal... Ah, aber ich dachte die Visiere auch, aber irgendwie bei den Visieren ist es leider nicht so... Okay. Ein bisschen schade. Da verstehe ich aber auch nicht, warum... Ich muss sagen, so Visiere und sowas finde ich immer super ätzend, wenn das dann so gelöst ist, wenn man halt immer für jede Waffe einzeln dann irgendwie 30 Sachen freischalten muss. Das stimmt. Anstatt, dass man das Visier einfach dann überall drauf klatschen kann. Ne? Aber ja, ich verstehe das Schießpulverproblem auf jeden Fall, wenn man das so anguckt. Wenn hier so eine... ein Upgrade irgendwie drei Schießpulver braucht oder so. Ach, das ist ein anderes Feld. Was gibt's hier? Ah, hier gibt's so Bedingungen, um den Supremo schneller aufzuladen. Ach, und hier gibt's auch super. Wie, das ist so cool. Hehehe. Ja, aber das Aussehen von meinem Rucksack geändert. Haben wir so richtig krass gemacht. Ah, den kann man auch upgraden. Ja, das ist cool, dass es auch so Upgrades gibt. Ja. Du hast dann auch jetzt getunt deinen Rucksack, dass er optisch cooler aussieht. Bewegungsgeschwindigkeit oder ich bewege mich leiser. Machen wir mal das. Weil dann kann ich vielleicht an Gegnern vorbeisprinten. Ohne, dass sie direkt ausrasten. Welche Wache war mein Einzelschussgewirr? Das hier, ne? Ja. Boah. So. Aber dann hätte ich ansonsten gesagt, bin ich für heute raus, glaube ich, und würde mich gleich schon mal unter die Dusche begeben. Jetzt schon? Hallo? Ein Gebiet noch liberaten hier. Können wir auch machen, klar. Jawohl. Obwohl dann so, keine Ahnung, sonst nächste halbe Stunde so ungefähr. Halbe Stunde gebe ich dir noch zum Mail. Du hast 19 Uhr gesagt, jetzt bist du sogar schon früher weg, also hier. Ja, weil ich ja noch, bis ja noch duschen ist die Sache. Oder muss ich noch hinradeln? Ich muss auf Fahrrad fahren, Leute. So, aber warte, dann gehe ich trotzdem gott auf die Toilette. Bis gleich. Ja, bis gleich. Was habe ich da noch für ein Talisman gefunden? Ach, hier unten. Oh, ein Vögelchen. Süß. Kompass ist aber cool. Oder der Goldbahn. Nee, der Kompass. So. Kann man aber auch wieder viel Zeit mit dem Inventar verbringen. Äh, ja, die Armbrustwaffe ist lustig, aber dann spielen wir erst mal das hier. Ich muss jetzt bei jedem, wenn ich es ändere, nochmal das Transmogzeug drauf machen. Das hier war es doch, oder? Schneller laufen, wenn ich die Waffe wegstecke. So, was habe ich hier? Schneller geduckt. Und hier habe ich... Ah, mehr Geld. Ja, mehr Geld ist mir schon wichtig, oder? Egal, rutschen. Kann ich denen auch ein Aussehen von den anderen Rucksäcken geben? Nee. Jetzt kann ich mich selber aufheben, falls Ursaft mich sprengt. Hier ist cool doch das Gewehr. Aua. Ich bin noch nicht tot. Hä? Ah. Ah, jetzt bin ich tot. Äh. Jo, du haltest mich auch. Natürlich. Aber nicht genug. Oh, doch. Tue ich. Ich bin die Wolke. Die Wolke macht Schaden ganz viel. Einfach nur. Äh. Ja, was ist das Goal? Ich such dir eine oder zwei Besatzungszonen aus. Das sind noch drei Ziele abzulaufen. Okay. Die obere Luftabwehr mussten wir sowieso machen, glaube ich. Ja, das ist ja die Quest, die ich markiert habe. Die führt ja genau zu der Luftabwehr. Geh, dann machen wir eine Schnellreise dahin. Ähm. Der Korbfortschritt gilt nur für den Host. Wie bei Far Cry 5 schon. Das ist ja dann scheinbar eine offensichtliche Designentscheidung. Ja, wobei wenigstens diesmal kann man die Waffen alle freischalten und alles. Das ist zumindest schon mal ein Fortschritt. Wobei ich nicht verstehe, warum man den Ringsuit nicht freischalten kann. Ja, ne. Besonders wenn man so zu zweit durchspielt und der Kumpel kriegt dann einfach nicht den Ringsuit. Ja, vor allem wie gesagt, man kriegt ja alles andere außer den Ringsuit. Vielleicht ist es so, wenn du das nächste Mal nachjoinst oder so, dass du den dann auch automatisch bekommst, weil ich den habe. Ich glaube, ich muss den selber freischalten, aber ich meine, da kann ich morgen früh ansonsten kurz eine halbe Stunde spielen, so ungefähr. Ich meine, das ist echt nicht viel. Du musst ja eigentlich, du gehst ja wirklich hier hin und schaltest ja direkt das Dorf frei eigentlich, ne? Ja. Aber ja, man hätte es einfach umgehen können, indem man es einfach bekommt wie alles andere auch. Ja, mach doch wenigstens. Ja. Ui. Ne, man muss eigentlich, also, ich muss sagen, man muss das auch eigentlich nicht alles nochmal spielen. Im Endeffekt kannst du ja alles mit deinem Kumpel dann zusammenspielen, so ungefähr. Alles muss man nicht nochmal spielen, ja eben. So Waffen und sowas behältst du ja. Mach dich bereit, ein Fallschirm zu öffnen? Wird automatisch geöffnet. Okay. Hä, was ist denn hier? Gegner unter uns, auf jeden Fall. Scheiße! Was hast du für eine Waffe? Die leuchtet zu rot. Achso, das ist der Schalldämpfer wieder. Das ist mein Schalldämpfer. Aber manchmal nutzt die Armee Bait, oh. Okay, sie sind nur so optionales Ding. Besorge ein Helikopter und transportiere die Güter damit. Hier wird der Luftraum überwacht. Und hier kriegt man eventuell einen Hubschrauber her. Ah. Aber hier sind noch so ein paar Sachen, die wir einsammeln. Dann fliegen wir doch zur Luftüberwachung. Kannst du dich hier wieder unten dranhaken? Ach, bist du gerade ein Hubschrauber? Ja. Einsam. Oh, da kommt auch ein Hubschrauber. Aber auf jeden Fall allein die. Auf mich? Ja. Ich will ja auch gerade schießen, aber ich darf noch nicht. Jetzt habe ich warten müssen, bis er landet. Ah, jetzt habe ich wieder. Okay, der Helikopter ist kaputt. Steige im Rang auf, damit du dich gegen stärkere Soldaten behaupten kannst. Mach ich. Da war ich glaube, der landet jetzt aber trotzdem. Oh, nee. Das war auch so ein Totenkopf-Gegner. Was ist denn das denn? Was ist jetzt? Der Kika-Dude, tut einfach nur an. Wie heil ich mich schnell? Einfach mit Mausrad? Ah, cool. Hast du ihn ausgeschaltet oder hat er sich selber ausgeschaltet? er hat sich überwiegend selber ausgeschaltet. Vielleicht habe ich auch den Piloten getroffen, aber das bezweifle ich. Okay, also sind jetzt zwei Helikopter kaputt und wir wollen eigentlich nur zu der Luftabwehr erst mal. Aber wir haben das schon mal geübt quasi. Das war zähnig. Oh, ich hole ein Auto von der Straße. Von mir sind ultra viele Feinde auf dem Weg. Oh, diesen Traktor. Den können wir nehmen. Bist du weit von einem? Nein, Samy, du zügst mich gleich weg. Aber es kommt zur Straße, oh, Saft. Ich brauche was mit PS. Ich wurde zu dir gesügt. Ich habe meinen eigenen Traktor bekommen. Hä? Jo! Okay, also wenn ich im Fahrzeug sitze, habe ich stärkere Sückkraft als du. Das ist halt nicht schnell. Aus dem Weg. Warum bin ich hier so viel langsamer als du? Jetzt bin ich langsamer, weil ich gerade weg auf Tempo machen muss. Ich bin egal, wie einfach nur die Bäume umgefahren wird. Oh, hier ist ein Motorrad. Guck mal. Nein, ich fahr schon gar nicht mehr gegen dich. Ja, aber siehst du den Haken? Okay, der ist doch nicht so schlimm. Was passiert? Als ich nach rechts geguckt habe, so schlimm auch. fahr ruhig einfach runter. Hier ist eine Straße, die den Kreis gleich führt. Nein, ich fahr bergauf. So, wir haben es geschafft. Ich würde sagen, diese Schalldämpfer-Mechanik finde ich sogar an sich gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Ja, Schalldämpfer sind eigentlich sonst immer sehr OP. Ja, so ist hier die Downside ein bisschen ein bisschen krasser. Es ist zwar ein bisschen sehr extrem, aber es gibt mir da gibt es ja bessere Schalldämpfer. Ich denke mal, die relativieren das Ganze. Okay, wir sind da. Sind wir da? Nein, aber wir machen das jetzt. Das sieht dann hier. Ich rühre mich nach einem ganz anderen Punkt aus. Oh, bin ich schnell geduckt. Ich habe diese Assassinschuhe gekauft. Schau mal, schau mich mal an, wie ich geduckt laufe. Augen auf, Daniel. Alter, okay, du bist echt ultra flott unterwegs. Das heißt, die brauche ich maybe auch in meinem Departoir. Da, du bist ähnlich. Bauchstabend. Da, du bist wichtig. . ich will nur den gemetzel einfach ich glaube wir haben Krieg angefangen das ist ja viel Krieg auf jeden Fall das ist ja dieser eine, der Krieg führt und den Alarm betätigt hat ach da war der aber es kommt nur wie ein Pferd ein Typ auf dem Pferd ne da kommen noch mehr wo schießt du hin Usaf? eigentlich wollte ich auf die Bude schießen aber der Rucksack sagt sich nö mir gehts gut hier kommen wir mal raus ja ist ja geil oh hast du noch den Rucksack zufällig ab? den benutze ich doch gerade ach so true ist ja gar kein Raketenrucksack dabei kann man den Piloten dann einfach erschießen? das bleibt mein Plan ja aber die Waffe ist aber cool die ich habe dieses Repetilium wäre cool ok das ist wie ich frage wo unsere Tiere hin sind die letzten drei Stunden das ist ne gute Frage wo unsere Katzen sind was mir gerade so einfällt ja vielleicht wegen Helikopter und sowas ja vielleicht ist sie einfach gestorben und wir müssen sie manuell wiederholen Amigos ja schon anklicken als ob Händler was verkaufst du? ach selbe Zeug wie die anderen können wir hier auch ein Heli anfordern oder so? ne hier ist nur eine Autostation total oh das sind aber richtig viele Autos jetzt drin dank Osafts oh es gibt ein Kroko Taxi jetzt gehts oh ich finde dieses Fahrzeug in Jahre ja gut das holen wir uns auch irgendwann wie gesagt wir haben ja keinen Stress das morgen will ich schon durch haben also in dem Tempo kriegen wir es am alle Fälle nicht hin sagen wir so aber wenn du überlegst wir haben so storytechnisch echt nicht viel gemacht ja ja wir müssen uns ja erstmal reinfinden das stimmt cool dass man die ganzen Autos auch umfärben kann wie man will ja ich kann Talismana an meine Gun dran machen ja ich kann Talismana an meine Gun dran machen let's go oh ist echt ne Heli Station hab ich nur nicht gesehen weil es ist so ich glaube wir dürfen wir noch nicht fliegen komm mal kurz rein, aber ich zieg dich bestimmt mit, wo, ich zieg dich bestimmt mit rein, oder so okay, ich glaube wir müssen jetzt einfach raus hüpfen oh gott, auf einmal stürzte hier ab dann kann man runterfallen, mit dem Fallschirm kann man die schon alle scannen, das ist cool eigentlich und ich liebe es wie schnell man alles mit dem Handy markiert ja, true, wenn ich jetzt mal irgendwie nochmal pro Ding irgendwie bei der Halle war das so langsam mit dem Vogel, vielleicht haben wir nicht mehr gemacht wo ist denn die Raketenstation, hä? Schlagding ist bei mir nicht da okay, ich will nicht laufen ist es bei dir da? ja, ist es ich muss nur gerade mein Benzinkanister richtig werfen lernen bei mir ist es nicht existent auf jeden Fall ja, jetzt ist es da ja, eigentlich nicht mehr da, ne? ja, ja, jetzt ist halt das Wack davon, gerade aufgeploppt aus dem Sieg jetzt haben wir nochmal Uran oh, jetzt können wir den Hubschrauber abliefern dann haben wir einen neuen Hubschrauber, der hat auch Raketen, glaube ich, und das bewaffnet uh, der ist ja nicht kaputt gegangen wir haben sogar zwei Helikopter da stehen, ne? nehm ich nur mit dem einen oder ich nehm den anderen ist hier nicht ne Übergabestelle? ah ne, wir müssen dann höchstwahrscheinlich auf den Berg wieder hoch, oder? ja, irgendwo wo Helikopter landen können ach, schon machst du jetzt hier alles kaputt einfach keine Absicht Kratze, ach, Kratze geht's gut so, wann will ich überhaupt? ah, da oben ja, einfach zum, ja, von dem Berg hoch eigentlich da wird's extra Gamepad angesteckt, damit ich den mit Gamepad steuern kann, den Helikopter kann ich zuerst starten? ja, klar vor allem, du hast gar keinen Hubschrauber bei mir du stehst in der Luft du bist einfach nur geflogen ich hab's freigeschaltet ja, das hab ich jetzt nie hat jemand ja ganz kurz den Bildschirm übertragen ah, kann ich nicht kannst du nicht? ne, irgendwie, warte sind wir denn hier? ne, warte äh, warte ist der Screen siehst du das grad, was ich mach? äh, ich seh grad, ja, warte, 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 warte und lass mich kurz in Fenstermodus gehen ach, ich muss aus dem Spiel jetzt raus tappen so so, ich bin in Fenstermodus gegangen jetzt seh ich's okay, so warte, ich mach ein Screen wenn du dich und dich bewegst dann ja, ich kann mich nicht bewegen, weil ich Rost haben muss, um das zu sehen ich, ich kann den Leuten ein Screenshot zeigen, wenigstens äh, ja für Josef bin ich halt einfach so eine schwebende, gruselige Figur im Himmel äh, ja oder warte mach mal Bildschirmaufnahme so, jetzt seh ich, jetzt sehn ich Leute, die, über sein Bild ich bin Vollbild, hallo ich bin Vollbild, oh Gott okay, voller, voller Zubild der Double, der Double Stream hier, da seht ihr kann man Zombie einmal was passiert, wenn ich jetzt richtig nah an dich ranflieg oh Gott oh oh, ja okay das war's mit dem Helikopter die Welt hat sich noch aufgelöst schön warum bin ich eigentlich auch tot? weil ich gegen mich gefloben bin oh 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 okay, ich klicke wieder in Sch*** rein okay gut ich muss einfach mal ein gutes Ende Zombie ja, jetzt haben wir den Basic Helikopter nochmal bekommen aber kein der cool mit Waffen halt und wir haben eine neue Hupe freigeschaltet aber meinen Hubschrauber haben wir halt nicht bekommen ist das Ding fällt mir grad auf ich hätte einen etwas anderen, aber der war genau gleich eigentlich also passt alles passt Sch***, so oh gut, aber dann grind ich morgen morgen früher oder heute Abend noch mein Wingsuit einfach und dann können wir morgen Mittag einfach wieder weiter Action machen, wenn du ab bist da habt ihr es Leute morgen Mittag geht's weiter let's go let's go so, okay aber dann verabschiede ich mich und auf Wiedersehen bis morgen tschüssi, viel Spaß euch noch also viel Spaß dir noch und deinem Chat natürlich danke da ist er weg oh ist er verschwunden er speichert ja alle paar Sekunden hoffentlich sonst muss ich alles halt nochmal spielen bis zum nächsten Stream ach ja Leute dann war's das jetzt mit Far Cry erstmal morgen machen wir weiter aber ahja, ja ich hab's Spiel ausgemacht äh morgen machen wir damit weiter ich geh jetzt auch aber wahrscheinlich ja wahrscheinlich machen wir später Metroid in ein, zwei Stunden außer ich find irgendwas anderes was ich gerade dann doch stattdessen mache aber wahrscheinlich machen wir in ein, zwei Stunden dann Metroid weiter wann dann morgen? ja wenn Usauf halt da ist und wenn ich fertig bin mit allem genau deswegen vielen Dank fürs Zusehen ich hoffe ihr hattet Spaß wir sehen uns äh spätestens morgen wieder bei den weiteren paar lustigen Stunden Far Cry und ja, später noch Metroid da freu ich mich soll ich Metroid nochmal neu anfangen? weil ich hab halt gestern um Mitternacht so ein, zwei Stunden gespielt aber das kann ich auch gerne neu spielen ich mach mal eine Umfrage für alle die Metroid überhaupt interessiert das neue ich, meine Tastatur macht nur noch andere Zeichen als ich drücke ich, ich, ich hab meine Tastatur umgestellt was ist, warum kommt ein Unzeichen wenn ich Shift und 7 drücke? das Unzeichen ist bei Shift und 6 ich kann nicht schreiben kann man die warte mal Zahlen funktionieren englische Tastatur äh jetzt geht's wieder ja ich hatte ja gerade die Kombi gedrückt aber es hat nicht funktioniert jetzt geht's wieder so dann mach ich mal eine Metroid Dread nochmal neu weiter nach zwei Minuten Umfrage, Umfrage beginnt so das ist jetzt eure Macht wenn ich in ein, zwei Stunden spiele wenn's ausgeglichen ist entscheide ich dass ich weitermach einfach so der Anfang war eigentlich gestern lustig also darf man die Aufzeichnung angucken ihr könnt halt auch theoretisch die ein, zwei Stunden nutzen und die Aufzeichnung gucken aber das wär ja zu einfach ne nochmal nochmal ein längeres Stream Projekt ja und dann mach ich nicht mehr so viele Fehler wie gestern wo ich erst die ganze Steuerung gelernt hab das Parieren üben gestern war nice das stimmt da ich hatte auch Spaß hehehehe aber ja dann können wir halt da den Anfang und vielleicht find ich ja dann ein, zwei Sachen mehr oder weniger ich würde mal super gerne ein Gebiet fertig erkunden können bevor es ins nächste Story Gebiet geht aber ich brauche ja die ganzen Upgrades erst zum Backtracken dann nochmal 30 Minuten Emmy Perry Training hehehehe ja gut dann, dann, ja 70% für nochmal neu dann machen wir später Metroid Red und fangen einfach nochmal neu an mein Gott why not und, ja, morgen Far Cry freu mich schon wir sehen uns später wieder vielen Dank fürs Zusehen bis dann Herr Zimmelmann du musst die Umfrage noch fertig abwarten, oder? also ob es 71% statt 70% krass bis zum nächsten Mal wieder wusch bis zum nächsten Mal sént bis zum nächsten Mal chast chast auf bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020